Franz Bardon Frabato Autobiografischer Roman Erstes Kapitel Im übervollen Vortragssaal des Vereinshauses herrschte erregtes Stimmengewehr. Die im ersten Programmteil erzeugte Spannung hatte bei den Zuschauern heftige Diskussionen ausgelöst. Wer ist dieser Frabato? So, endlich einmal Tatsachen! Alles nur Tricks und Täuschungen! Konnte man seinen Sinneswahrnehmungen trauen? Der Gegensatz von Begeisterung und Zweifel beherrschte die Gemüter. Ein Glockenton zeigte das Ende der Pause an. Schnell füllten sich die Sitzreihen, die Gespräche verstummten und während das Licht im Saal erlosch, hob sich langsam der Vorhang. Ein großer Kristallleuchter erhellte die Bühne. In der Mitte stand ein runder Tisch, bedeckt von einer dunkelblauen Brokatdecke. Rechts neben dem Tisch sahen die Zuschauer einen Sessel und zehn Stühle standen im Halbkreis hinter dem Tisch. Die Bühneneinrichtung machte nicht den Eindruck, als ob hier ein Zauberkünstler mit seiner Vorstellung beginnen wollte. Irgendwelche Hilfsmittel, die man sonst von Darbietungen sogenannter Magie erkannte, waren nicht zu sehen. Jetzt betrat Fra Bato mit leichten Schritten die Bühne und begrüßte seine Zuschauer mit einer ungezwungenen Verbeugung. Während sein Smoking ihm ein gewissen Ernst verlieh, wirkte sein freundliches Lächeln wie erlösend auf jene, die gewöhnlich bei magischen Experimenten von einem gewissen Grauen ergriffen werden. Während der Begrüßungsapplaus verebte, wandte sich Fra Bato an sein Publikum. Meine Damen und Herren, nachdem ich Ihnen im ersten Teil des Programms die Grundbegriffe der Suggestion und Autosuggestion erklärt und durch Experimente dargestellt habe, möchte ich nun zu einem anderen Thema übergehen. Der animalische Magnetismus ist für das Leben des Menschen von großer Bedeutung und ich möchte deshalb nicht versäumen, sie mit dieser Kraft bekannt zu machen. Alle Dinge dieser Welt werden von elektrischen und magnetischen Kräften beherrscht. Die Fähigkeit der Stoffe jedoch, elektrische oder magnetische Kräfte zu speichern oder zu leiten, ist sehr unterschiedlich. Dieses Wissen ist von größter Wichtigkeit für die Herstellung von Talismanen, womit wir uns jetzt aber nicht näher befassen wollen. Hier soll das Wesen des Magnetismus erklärt und seine Existenz durch praktische Versuche bewiesen werden. Der animalische Magnetismus ist das vollkommene Lebenselement. Er ist die Lebenskraft und der Lebensstoff, der allem Leben dieser Erde zugrunde liegt. Dieser Lebensmagnetismus verbindet unseren Erdplaneten mit der Erdgürtelzone, welche oft auch als Jenseits bezeichnet wird. Er verbindet auch die Menschen untereinander. Die Ausstrahlung des Menschen ist eine rein animalische und ihre Kraft und Reinheit hängt von seinem Willen, seinen Charaktereigenschaften und seiner geistigen Reife ab, woraus wiederum seine Gesundheit resultiert. Dieser Magnetismus ist bei denjenigen Menschen besonders stark, die bewusst ihren Geist und ihre Seele schulen, über Selbstbeherrschung verfügen und ihr Schicksal zu meistern verstehen. Sie können ihre Gedanken und Willensimpulse durch ihre Lebenskraft verstärken und dadurch außergewöhnliche Taten vollbringen. Da der animalische Magnetismus eine objektive Kraft ist, kann er allerdings sowohl für positive als auch für negative Ziele verwendet werden. Die Worte, wie man sät, so erntet man, weisen auf die Gesetze des Karma und der Gerechtigkeit hin. Deshalb wird der wahre Magier ausschließlich positive Ziele verfolgen. Heilungen mittels Lebensmagnetismus können von einem geschulten Magier besonders erfolgreich durchgeführt werden. Deshalb habe ich an diesen Phänomenen auch ein großes, persönliches Interesse. Welche geheimnisvollen Eigenschaften und Kräfte außerdem noch mit dem animalischen Magnetismus verbunden sind, will ich Ihnen jetzt anhand einiger Experimente praktisch vorführen. Zu diesem Zweck bitte ich drei Zuschauer zu mir, auf die Bühne zu kommen. Ein Flüstern ging durch den Saal, während Frau Bartho wartend verharrte. Dann, um die Zuschauer etwas zu ermuntern, sagte er lächelnd, »Sie brauchen nichts zu befürchten. Niemandem geschieht hier etwas Böses. Nur her zu mir auf die Bühne!« Jetzt stand eine hübsche Blondine auf und ging mit zaghaften Schritten der Bühne zu. »Siehe da«, scherzte Frau Bartho, »Immer wird behauptet, dass die Frauen das schwache Geschlecht seien, doch diese Dame überzeugt die anwesenden Herren vom Gegenteil.« Man lachte im Saal und zugleich eilte ein junger Mann auf die Bühne, dem noch eine ältere Dame folgte. »Für Ihre freundliche Hilfe danke ich Ihnen«, wandte sich Frau Bartho an die Versuchspersonen. »Nun möchte ich Sie bitten, mir einen beliebigen persönlichen Gegenstand für kurze Zeit zur Verfügung zu stellen und ihn hier auf den Tisch zu legen.« Die blonde Dame legte als erste eine silberne Armbanduhr auf den Tisch. Der junge Mann, der einen etwas leichtlebigen Eindruck machte, legte seine Brieftasche auf den Tisch. Nach einem aufmunternden Lächeln Frau Barthos löste die ältere Dame ihre Schmuckkette vom Hals und fügte sie den beiden Objekten auf dem Tisch bei. »Als Anleitung«, wandte sich Frau Bartho wieder an das Publikum, »werde ich Ihnen ein kleines psychometrisches Experiment vorführen. Es wird beweisen, dass jeder Mensch Spuren an den Gegenständen zurücklässt, die mit seinem Körper in Berührung kommen.« Das Alter der Objekte spielt dabei keine Rolle. Selbst wenn ein Gegenstand mehrere tausend Jahre alt wäre, würde sich vor meinem hellsichtigen Augen jede Einzelheit deutlich enthüllen. Ein Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung will ich Ihnen jetzt mit Hilfe der drei bereitgestellten Objekte liefern. Er trat an den Tisch, nahm die silberne Armbanduhr und ging mit langsamen Schritten tief in Gedanken versunken ein paar Mal auf und ab. Plötzlich blieb er stehen, legte die Uhr an die Stirn und verharrte einige Augenblicke mit in die Ferne gerichtetem Blick. Wie aus einem Traum erwacht, wandte er sich dann der Blondine zu. »Sie scheinen echte Zweifel an meinen Fähigkeiten zu haben, sonst wären Sie sicher nicht mit einer von der Schwester geliehenen Uhr hier auf die Bühne gekommen.« Ich konnte feststellen, dass Sie dies ohne Wissen Ihrer Schwester des Öfteren tun, da diese in Berlin beschäftigt ist. Die Uhr ist das Firmengeschenk einer Tante, die an den Folgen eines Unfalls verstorben ist. Der Tod der Tante war der Anlass, dass Ihre Schwester die Uhr selbst nicht mitträgt. Es würde gewiß Ärger geben, wenn sie wüsste, dass die Uhr von Ihnen getragen wird. Verlegenheit und Scham spiegelten sich auf dem Gesicht der Dame und machten deutlich, dass Fra Bato richtig gesehen hatte. Plötzlich versuchte der junge Mann, seine Brieftasche wieder vom Tisch zu nehmen. Fra Bato kam ihm jedoch zuvor, wog die Brieftasche in der Hand und sagte, »Ein reines Gewissen scheinen Sie nicht zu haben, mein Herr. Da will ich gleich mal nachsehen, was sich hier verbirgt.« Nachdem er die Brieftasche einige Sekunden scharf fixiert hatte, fuhr er fort. »Sie sind noch so jung und treiben es doch schon recht toll, denn sie belügen zwei Mädchen.« Das Mädchen auf dem Bild in ihrer Brieftasche schenkte Ihnen nur deshalb seine Zuneigung, weil Sie ihm Luftschlösser gebaut haben, die es für Wahrheit hält. Außerdem sehe ich einen Liebesbrief an ein anderes Mädchen, das Sie vor kurzem bei einer Veranstaltung kennengelernt haben und das Ihre Aufmerksamkeit durch sein kokettes Verhalten erregte. Private Angelegenheiten gehen mich nichts an, doch ich kann Ihnen versichern, dass Sie mit keiner der beiden Damen glücklich sein werden. Der junge Mann war verlegen geworden, als er sich derart durchschaut sah und entgegnete etwas unsicher, »In Ihrer Nähe möchte ich nicht leben, denn ich würde mich bei meinem geheimsten Gedanken nicht mehr sicher fühlen.« Frau Bartho hatte die Brieftasche wieder auf den Tisch gelegt und ließ nun die Schmuckkette wie zur Prüfung durch seine Finger gleiten. »Von Ihrem Schmuckstück ließe sich ein ganzer Roman erzählen,« sagte er zu der Besitzerin, »denn es hat sowohl gute als auch schlechte Zeiten hinter sich.« Die ersten Eigentümer waren sehr reiche Adlige in Frankreich, die während einer Revolution mit dem Fallbeil hingerichtet wurden. Die Kette brachte bis heute jedem Besitzer ein gewisses Maß an Unglück. Nachdem ihr Gatte im Ersten Weltkrieg fiel, mussten sie sich lange Zeit mit einer kleinen Kriegsrente begnügen. »Zwei Mal sah ich die Kette im Pfandhaus, doch jedes Mal wird sie wieder zurückerworben.« Frau Bartho schwieg, denn die Dame brach in Tränen aus. Das Publikum saß still und regungslos nach diesen schicksalsschweren Darstellungen. Frau Bartho legte die Kette zurück auf den Tisch und wandte sich wieder dem Publikum zu. »Meine Damen und Herren, wie ich Ihnen gerade beweisen konnte, trägt jeder Gegenstand seine Geschichte bei sich. Außerdem hatten sie Gelegenheit, sich von der vielseitigen Verwendbarkeit der Hellsichtigkeit zu überzeugen.« Jetzt löste sich die Spannung unter den Zuschauern durch starken Beifall und als endlich wieder Ruhe eingetreten war, fuhr er fort, »Die drei Versuchspersonen möchte ich nun ersuchen, in Begleitung von zwei neutralen Beobachtern den Saal zu verlassen.« Ein Herr mit Brille und eine Dame im schwarzen Kleid fanden sich dazu bereit und verließen mit den Versuchspersonen den Saal. »Um Ihnen die Wirkung des Magnetismus in Verbindung mit dem Willen vor Augen zu führen, werde ich nun die drei Gegenstände mit ganz bestimmten Wirkungen laden, die sofort eintreten werden, wenn jemand sie berührt.« Ein Herr an der Mitte des Saales machte den Vorschlag, dass die silberne Uhr ein lautes Lachen auslösen solle, womit sich Frau Bartow einverstanden erklärte. Auch der zweite Vorschlag fand allgemeine Zustimmung, dass die Brieftasche ein von Tränen begleitetes Schluchzen hervorrufen solle. Nun fehlte nur noch ein Vorschlag für die Halskette. Eine Dame in der ersten Reihe erhielt das Wort. »Da die Kette schon vielen Menschen Unglück gebracht hat, schlage ich vor, sie so zu präparieren, dass sie von dem Menschen, der sie zuerst berührt, mit einer Geste der Abneigung fortgeworfen wird.« Der anhaltende Beifall machte eine weitere Suche überflüssig. Frau Bartow legte jetzt die drei Gegenstände so auf den Tisch, dass sie einen gewissen Abstand voneinander bekamen. Dann verharrte er vor jeden von ihnen einige Augenblicke in vollster Konzentration, machte mit der rechten Hand einige Gesten darüber und wandte sich dann wieder an das Publikum. »Meine Damen und Herren, meine Arbeit ist getan!« Damit man mir nicht unterstellt, dass ich hier mit Hypnose arbeite, werde ich mich in den Erfrischungsraum begeben. Zwei unabhängige Personen aus ihren Reihen mögen mich bitte nach draußen begleiten und gleichzeitig die Versuchspersonen wieder hereinholen und sie bitten, ihre Besitztümer an sich zu nehmen. In genau zehn Minuten werde ich wieder auf der Bühne erscheinen. Frau Bartow verließ den Saal in Begleitung von zwei Herren, die kurz darauf mit den drei Versuchspersonen und deren Begleitern zurückkehrten. Etwas unsicher näherten sich die Blondine, der junge Mann und die alte Dame dem Tisch, denn das Publikum verharrte in erwartungsvoller Spannung. Auf der Bühne wurden sie von den begleitenden Herren davon unterrichtet, dass sie ihre Gegenstände an sich nehmen und ihre Sitzplätze aufsuchen dürften. Die blonde Dame hatte es sehr eilig, mit einer raschen Bewegung griff sie nach ihrer Armbanduhr und brach im nächsten Moment in schallendes Gelächter aus, mit dem sie den ganzen Saal ansteckte. Während sie ihren Sitzplatz aufsuchte, zögerten die beiden anderen etwas verwundert. Doch dann streckte der junge Mann die Hand nach seiner Brieftasche aus. Er hatte sie noch nicht ganz in die Tasche gesteckt, als plötzlich Tränen über seine Wangen rollten und er von einem Schlurzen geschüttelt seinen Kopf in den Händen verbarg. Nach wenigen Augenblicken hatte er sich jedoch wieder gefasst und verließ von Applaus begleitet die Bühne. Vollends verunsichert durch die gerade erlebten Wirkungen stand die ältere Dame vor ihrer Halskette. Endlich griff sie beherzt zu, doch im nächsten Moment schleuderte sie die Kette in eine Ecke der Bühne. Während sie noch verwundert über ihre eigene Reaktion von einem hilfreichen Herrn die Kette wieder entgegennahm, spendete das Publikum den Versuchspersonen seinen Beifall. Gerade als sich die Bühne völlig geleert hatte, öffnete sich die Saaltür und Frau Bartow erschien wieder von den Zuschauern begeistert begrüßt. Mit elastischen Schritten begab er sich auf die Bühne und sagte lächelnd, »Hier herrscht eine gute Stimmung. Anscheinend haben sie sich gut unterhalten. Nun bitte ich zehn Personen, die sich in irgendeiner Art krank fühlen, auf die Bühne zu kommen.« Eine größere Anzahl Zuschauer strömten auf die Bühne. Schnell waren die Sitzplätze hinter dem Tisch vergeben und viele mussten wieder umkehren. Frau Bartow ging nun von einem zum anderen, hielt sich bei jedem einige Sekunden auf und nannte jedem seine Krankheit mit dem entsprechenden medizinischen Namen. Dem Betroffenen stand die Überraschung im Gesicht geschrieben über eine so schnelle und sichere Diagnose. Dann wandte er sich ernst an die Personen auf der Bühne. »Meine lieben Besucher, ich sehe Ihnen allen am Gesicht an, wie sehr Sie mir vertrauen und dass Sie von mir völlige Genesung oder mindestens eine Linderung Ihrer Leiden erwarten. Mithilfe meiner geübten Willenskraft will ich jedem nach Möglichkeit helfen. Auch wenn bei schweren Fällen eine völlige Heilung nicht sofort möglich ist, kann ich doch jedem eine spürbare Erleichterung versprechen. Bitte bleiben Sie jetzt ruhig in entspannter Haltung sitzen. Nachdem er auch das Publikum im Saal um Ruhe gebeten hatte, setzte er sich so auf einen Stuhl, dass er von jedem Besucher gut beobachtet werden konnte. Er schloss die Augen und nach wenigen Sekunden schien er völlig erstarrt zu sein. Nach etwa einer Minute öffnete er wieder die Augen, sprang vom Stuhl auf und fragte jeden einzelnen Kranken, wie er sich jetzt fühle. Ausgezeichnet! Wunderbar! Wie befreit! klang es ihm entgegen. Die Gesichter der Kranken hatten sich sichtlich aufgehellt unter dem Einfluss der erhöhten Lebenskraft und jeder von ihnen bedankte sich persönlich vor dem Verlassen des Podiums. Hiermit ist die heutige Vorstellung beendet, Wante verbarte sich wieder an das Publikum. Ich möchte jedoch nicht versäumen, Sie alle zu meinem nächsten Vortrag einzuladen, der übermorgen stattfinden wird. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht! Von Applaus begleitet verschwand er in seiner Garderobe. Kurz darauf verließ er das Haus durch einen Nebeneingang und ließ sich von einem Taxi in sein Hotel bringen. Im Hotel angelangt, bestellte er sich noch ein Erfrischungsgetränk, hinterließ die Zeit, zu der er am nächsten Morgen geweckt werden sollte und verschloss sich in seinem Zimmer. Eben hatte er seine Meditationen beendet, die er täglich vor der Nachtruhe verrichtete, als es an der Türe klopfte. Der Hoteldiener entschuldigte sich für die späte Störung und meldete, dass in der Hotelhalle ein Herr warte, der unbedingt noch zu dieser späten Stunde mit ihm zu sprechen wünsche. Nachdenklich schaute Frau Bartho auf die eigenartige Besuchskarte, die ihm der Kellner überbracht hatte. Sie zeigte in der Mitte einen großen Kreis, in dem sich ein kleinerer Kreis befand, über dem ein durchkreuztes Dreieck dargestellt war. Rechts und links des Kreises waren zwei Drachen zu sehen. Auf der Rückseite stand nur der Name Hermes. Das Ganze war in Golddruck ausgeführt. Nach kurzem Nachdenken beauftragte Frau Bartho den Kellner, den späten Gast zu ihm auf das Zimmer zu schicken. Kurz darauf empfing er einen vornehm gekleideten Herren mit grau-meliertem Haar. Erst spät in der Nacht verließ der Besucher das Hotel. Sein Gesicht zeigte einen verstörten Ausdruck, was auf außergewöhnliche Erlebnisse schließen ließ. Zweites Kapitel Die Mitglieder der geheimen und selbst in okkulten Kreisen gefürchteten FOGC-Loge hatten sich in Dresden zu einer Generalversammlung eingefunden. Der Versammlungssaal befand sich in einer großen Villa, die sich inmitten eines privaten Parks hinter einer hohen Hecke und mächtigen Bäumen verbarg. Der Großmeister der Loge hatte zu der heutigen Versammlung 98 der insgesamt 99 Mitglieder eingeladen. Sie hatten sich schon weit vor Beginn der Sitzung eingefunden und ihre Plätze an den beiden langen Tischen eingenommen. Die Gespräche im Saal wurden gedämpfter, als der Großmeister hereintrat, begleitet von seinem Stellvertreter, der auch das Amt des Schriftführers bekleidete. Gegenüber dem Eingang des Saales befand sich ein Podest, auf dem der Großmeister hinter einem Schreibtisch seinen Platz einnahm. Jetzt läutete er mit einer Glocke, worauf sofort völlige Ruhe im Saal eintrat und wandte sich dann mit gehobener Stimme an die Logenbrüder. Meine lieben Logenbrüder, hiermit erkläre ich die heutige Versammlung für eröffnet. Es freut mich, dass ihr ausnahmslos meiner Einladung gefolgt seid. Wie euch aus den Logengesetzen bekannt ist, wird eine Vollversammlung nur bei besonders wichtigen Ereignissen einberufen. Wahrscheinlich ist euch bereits aufgefallen, dass Bruder Silesius heute in unserer Runde fehlt. Leider hat er sich des Verrats von Logengeheimnissen schuldig gemacht und wir werden als Punkt 1 der Tagesordnung über ihn das Urteil sprechen. Punkt 2 der Tagesordnung betrifft dann den in ganz Dresden bekannt gewordenen Magier Frabatu. Liebe Brüder, ihr alle wisst, dass Bruder Silesius bereits 25 Stufen unserer Logeneinweihung erreicht hat und sich somit seines Vergehens völlig bewusst sein müsste. Sein Übereifer verleitete ihn dazu, einem seiner Freunde unsere Beschwörungsriten für die Wesen der Elemente zu verraten. Nach dem für unsere Loge geltenden Gesetzen wird die Verletzung eines Schwures und ein Verrat von Geheimnissen mit dem Tod bestraft. Das Urteil wird jedoch erst nach einer geheimen Abstimmung aller anwesenden Mitglieder endgültig. Obwohl der genannte mein Freund ist, kann ich für sein Verhalten keine Entschuldigung finden und überlasse ihn eurem Richterspruch. Ein Gefühl der Spannung überfiel die anwesenden Brüder und erregt flüsterten sie untereinander. Einige gebärdeten sich zornig, während andere wie erstarrt saßen. Der Schriftführer überreichte jedem Anwesenden einen Briefumschlag mit einem unbeschriebenen Zettel. Die Worte Ja oder Nein sollten über Sein oder Nichtsein ihres Logenbruders entscheiden. Ja würde den Tod mit Hilfe vernichtender Strahlen bedeuten, nein, die Freiheit und das Leben. Viele schrieben ihr Urteil rasch nieder, andere blieben eine Weile unentschlossen und einzelne konnten ein Zittern bei der Niederschrift nicht verbergen. Bruder Silessius war bei vielen sehr beliebt. Trotzdem war hier falsches Mitleid fehl am Platz, denn ein Verrat von Logengeheimnissen konnte für die ganze Loge sehr gefährlich werden. Endlich sammelte der Schriftführer alle Umschläge in einem Holzkästchen ein, nahm die Zettel heraus und teilte sie gemäß den Antworten in zwei Häufchen. Schweigend beobachteten ihn die Brüder. Sorgfältig zählte der Schriftführer die Zettel und notierte das Ergebnis. Sein sonst rötliches Gesicht war blaß geworden, während er das Ergebnis noch einmal überprüfte. Dann legte er es dem Großmeister vor. Dieser starrte auf die Zahlen. Auf seinem Gesicht spiegelte sich das Erschrecken eines Menschen, dem bewußt wurde, daß ein guter Freund zum Tode verurteilt war. Erregt erhob er sich. Meine lieben Brüder, sagte er mit zitternder Stimme, leider spricht das Abstimmungsergebnis gegen Silesius, der endgültig mit 51 zu 47 Stimmen zum Tode verurteilt wurde. Nach unseren Gesetzen muss das Urteil innerhalb eines Monats vollstreckt werden. Da aber Bruder Silesius dank seiner okkulten Fähigkeiten bekannt werden wird, was ihn erwartet und er wahrscheinlich versuchen wird, dem Tode zu entrinnen, werden wir das Urteil innerhalb von 24 Stunden vollstrecken. Seinen Freund, an den die Logen Geheimnisse verraten wurden, soll dasselbe Schicksal treffen. Ich bitte jene 21 Brüder, die Meister einer Kampftelepathie sind, nach Beendigung der Sitzung hier zu bleiben, damit wir das Urteil durch Vernichtungsstrahlen vollstrecken können. Obwohl das Todesurteil den Großmeister tief erregt hatte, fasste er sich rasch wieder und fuhr dann mit ruhiger Stimme fort. Nachdem Punkt 1 der Tagesordnung erledigt ist, wollen wir uns nun mit dem Fall Frabato befassen. Einige der anwesenden Brüder nahmen an seinen Vorträgen teil und konnten sich aus der Nähe von seinen Fähigkeiten überzeugen. Es kann als erwiesen gelten, dass er völlig ohne Tricks arbeitet. Seine Experimente übertrafen alle Erwartungen. Ja, sie waren sogar bei Weitem besser, als sie viele unserer Brüder überhaupt zustande bringen würden. Hermes, einer unserer gewandtesten Brüder, war bei Frabato, um ihn zu prüfen. Er wird euch jetzt berichten, was er dort erlebte. Unter den Brüdern erhob sich jener vornehme Herr, der Frabato in der Nacht einen Besuch abgestattet hatte. Einer Aufforderung des Großmeisters folgend ergriff er das Wort. Für meinen Besuch bei Frabato hatte ich die beste astrologische Stunde gewählt und auch die Elemente Analogien entsprechend berücksichtigt, um eine gute Position zu haben. Außerdem hoffte ich, dass er nach dem soeben gehaltenen Vortrag erschöpft sein würde, was ich für meinen Einfluss ausnutzen wollte. Die ungewöhnliche Zeit meines Besuches begründete ich mit einer unaufschiebbaren Reise, worauf Frabato mich scharf ansah und leicht lächelte, ohne sich jedoch zu äußern. Dann schilderte ich ihm die Mitgliedschaft in unserer Loge in den verlockendsten Farben, wies auf die vielen Vorteile hin, versprach ihm eine große Geldsumme aus unserer Logenkasse, falls er sich entschließen würde, beizutreten. Frabato jedoch, als habe er meine Vorschläge gar nicht wahrgenommen, begann von seinen Reisen zu erzählen, von Vorträgen und Erfolgen in vielen Städten und wußte meine Neugier so stark zu fesseln, dass ich den Zweck meines Besuches beinahe vergessen hätte. Schließlich unterbrach ich ihn und brachte die Rede erneut auf mein Angebot. Da stand er auf, zog unter seinem Bett einen Koffer hervor und sagte, nun, dann wollen wir uns mal ansehen, was die Akajachronik über ihre Loge berichtet. Liebe Brüder, wie ihr wisst, bin ich mit okkulten Methoden und Praktiken gut vertraut und war entschlossen, das Experiment Frabatus mit all meinen Kräften zu vereiteln. Aber kaum war dieser Gedanke durch meinen Kopf gegangen, sagte er wie beiläufig Werte, Herr Hermes, meine Experimente hängen nur von meinem Willem ab und lassen sich nicht von ihnen beeinflussen oder verhindern. Sie werden gelingen, ohne Rücksicht darauf, ob sie sich aktiv oder passiv verhalten. Ich fühlte mich durchschaut und ahnte, dass ich gegen ihn keine Chance haben würde. Gespannt beobachtete ich seine Vorbereitung. Er reinigte sich zunächst sorgfältig die Hände, entnahm seinen Koffer ein Fläschchen und rieb sich mit einigen Tropfen daraus die Hände ein. Ohne Zweifel handelte es sich um eine Pflanzenessenz, denn ein angenehmer Duft verbreitete sich im Zimmer. Einem kleinen Kasten entnahm er nun ein Lämmchen, das er auf den Tisch stellte. Aus seinem zweiten Kasten holte er eine Glaskugel von ungefähr 20 Zentimeter Durchmesser, die er auf ein passendes Gestell auf dem Tisch platzierte. Auf meine Frage, welchem Zweck die Kugel diente, lachte Frau Barto und erwiderte »Gäbe es in Ihrer Loge Hellseher und würden Sie solche Kenntnisse besitzen, wie Sie mir vorzutäuschen versuchen, denn wüssten Sie auch, dass es sich hier um einen magischen Spiegel handelt. Der Inhalt dieser Kugel besteht aus einer Flüssigkeit, deren besondere Zusammensetzung nicht nur geduldige Arbeit, sondern auch gute magische Fähigkeiten erfordert. Ich sah ein, dass ich mit meinem Wissen nicht an diesen Mann heranreichte und zog es vor, schweigend abzuwarten. Unsere Entfernung von der Kugel betrug ungefähr einen Meter. Frau Barto zündete das Lämpchen an, schaltete das elektrische Licht aus und forderte mich auf, unter allen Umständen Ruhe zu bewahren. Alle Farben des Spektrums sprühten aus den Lichtreflexen der Kugel. Die kleine Flamme erhellte eben die Kugel und deren nähere Umgebung, außerdem verbreitete sie einen spezifischen Duft. Sofort dachte ich daran, dass der Brennstoff mit einer besonderen Essenz imprägniert sein müsste, machte hierüber aber keine Bemerkung. Frau Barto hatte jedoch meinen Gedanken gelesen und sagte, Sie dürfen sich ruhig äußern, wenn Sie eine Frage haben, denn Ihre Gedanken sind mir so deutlich wahrnehmbar, als wenn Sie sie laut aussprechen würden. Gehört das schnelle Gedankenlesen nicht zu den Übungen Ihrer Loge? In mir kochte es, doch versuchte ich mich zu beherrschen, denn ich fühlte, dass diesem Menschen nichts verborgen blieb. Ich werde Ihnen einen Film vorführen und Sie dürfen dann selbst beurteilen, ob es ein Vorteil ist, Mitglied in Ihrer Loge zu werden, fügte er hinzu. Aufmerksam verfolgte ich jede seiner Bewegungen, um sicher zu sein, dass er ohne Tricks arbeite. Er hatte die Hemdsärmel aufgekrempelt und sich neben mich vor die Kugel gesetzt. Dann streckte er beide Hände mit etwas gespreizten Fingern der Kugel entgegen. Ein grau-weißes Licht entwich seinen Fingerspitzen und wurde von der Kugel aufgesogen. In wenigen Augenblicken erstrahlte diese wie eine fluoreszierende Lichtball in der Farbe eines feurigen Opals. Fra Barto beendete die Lichtübertragung und bemerkte, dass die Bilder dieses magischen Spiegels auch fotografisch aufgenommen werden könnten. Ich war äußerst gespannt und er sagte zu mir, jetzt wollen wir zunächst hinter die Lebenskulissen ihres geschätzten Großmeisters schauen. Hier bietet sich ihnen die Möglichkeit, sowohl seine Lichten als auch seine Schattenseiten kennenzulernen. Hoffentlich können sie den Bildern standhalten und schlafen nicht dabei ein. Obwohl meine Nerven vor Neugier gespannt waren, wirkte das wunderbare Licht der Kugel bereits sehr müdend auf mich. Um keinen Preis wollte ich mich blamieren und es gelang mir dann noch unter Aufbietung gesamten Vorstellung wach zu bleiben. Das opalisierende Licht erhellte den ganzen Raum, doch allmählich begann es in der Kugel zu brodeln und Wolken der verschiedensten Farben schwebten darin, die sich jedoch bald wieder auflösten und einer violetten Färbung wichen. In einem Panorama verdichtete sich dann das Bild unseres Großmeisters. Fortlaufend wechselten nun die Bilder von der Kindheit angefangen bis zur Gegenwart. Bei vielen Ereignissen packte mich das Entsetzen und es lief mir kalt über den Rücken. Unglaubliche Bilder enthüllten sich, denen ich nicht ausweichen konnte, denn ich war nicht fähig, mich zu bewegen. Der Großmeister wechselte einige Male die Gesichtsfarbe. Als Hermes einige besonders markante Begebenheiten aus dessen Leben näher beschreiben wollte, gab er ihm diskret zu verstehen, dass dies nicht erwünscht sei. Hermes begriff und ging geschickt auf ein allgemeines Thema über. Nachdem ich auf diese magische Art und Weise Gelegenheit erhalten hatte, das Schicksal unseres Großmeisters und das der Loge bis zur Gegenwart zu verfolgen, machte Frau Bartho mit der rechten Hand einen Kreis über der Kugel und zeichnete mit dem Zeigefinger eine mir unbekannte Figur, worauf die Bilder verschwanden. Erleichtert wollte ich meinen Blick abwenden, als sich in ihr die Gestalt unseres Schriftführers verdichtete. Auch sein Lebenslauf rollte wie ein Film von meinen Augen ab. Alle Verbrechen der Loge wurden schonungslos offengelegt. Auf diese Weise offenbarte Frau Bartho vor mir das Leben der sieben ältesten Mitglieder unserer Loge. Als er mein eigenes Leben vorführen wollte, fühlte ich mich schon vorher so unbehaglich und beschämt, dass er darauf verzichtete. Nachdem er über der Kugel wieder eine Figur gezeichnet und dazu eine Formel geflüstert hatte, erlosch das Licht endgültig. Frau Bartho erhob sich, schaltete das elektrische Licht an und löschte das Lämpchen aus. Schweigend brachte er Kugel und Lämpchen in den Kästchen unter und verschloss alles im Koffer. Als er damit fertig war, fragte er mich mit etwas spöttischer Miene. Nun, mein Herr, etwas derartiges wollen Sie mir empfehlen? Völlig verwirrt durch die magische Macht dieses Menschen war ich keines Wortes fähig. Ich packte Hut und Mantel und eilte zur Tür, ohne es überhaupt noch zu wagen, irgendwelche Kommentare abzugeben. Erst im Flur zog ich mich an und verließ fluchtartig das Hotel. Mein Glauben an die Macht unserer Loge war stark erschüttert und ich konnte in dieser Nacht keine Ruhe mehr finden. Diese Schilderung über die Erlebnisse bei Frau Bartow hinterließen bei den Anwesenden einen tiefen Eindruck. Niemand rührte sich und Totenstille herrschte ringsrum. Hastig stand der Großmeister auf und unterbrach das depressive Schweigen der Versammelten mit scharfer Stimme. Mein lieber Bruder Hermes, ich danke dir im Namen unserer Bruderschaft für deine Anstrengungen bei dieser schwierigen Mission. Die Enthüllungen Frau Bartos über die Tätigkeiten der Loge und einige der höchsten und ältesten Mitglieder betrachte ich als eine schwere Beleidigung. Ich schwöre beim Namen des Herrn der Finsternis, dass wir über Frau Bartow alle Furien der Hölle loslassen werden, damit er mit uns umzugehen lernt. Ich lasse unsere Loge nicht beleidigen. Er soll die Strahlen der Vernichtung zu spüren bekommen, bis er elendig zugrunde geht. Verflucht sei er am Namen Satans, Astarots und Belils. Dieser schreckliche Fluch, den der Großmeister Wut und Brand in den Saal hinaus geschrien hatte, war der stärkste, zu dem er sich je in der Öffentlichkeit hatte hinreißen lassen. Kein Mensch würde diesem Fluch und der Verfolgung des Ordens entgehen können. Nachdem er die 21 Richter der Loge zum Verbleiben aufgefordert hatte, dankte er allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und beendete die Sitzung durch ein Glockenzeichen. Einzeln verabschiedeten sich die Brüder mit dem Logenzeichen und verschwanden im Verkehr der Großstadt. Unauffälliges Benehmen war ein strenges Gesetz der Loge, um niemals die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit oder neugieriger Personen zu erregen. Der Großmeister hatte sich wieder seinen Platz gesetzt und ein zufriedenes Lächeln flog über sein Gesicht. Er fühlte instinktiv, dass dieser Frabato ein mächtiger Gegner war, doch nach seinem Schwur konnte er nicht mehr zurück. Dieser Kampf musste durchgefochten werden, selbst wenn es sein eigenes Leben gefährden würde. Auf keinen Fall wollte er zulassen, dass seine Autorität bei den Brüdern erschüttert oder gänzlich eingebüßt würde. Die bleibenden Brüder berieten lange, auf welche Weise sie Frabato am besten angreifen könnten. Die verschiedensten Vorschläge wurden gemacht, die der schriftführende Bruder stenografisch festhielt, um sie bei der nächsten Versammlung zur Abstimmung vorzulegen. Der Fall ihres Bruders Silessius war nach den traditionellen geltenden Regeln erledigt, so dass darüber nicht mehr verhandelt wurde. Auf ein Zeichen des Logenmeisters verließ der Schriftführer den Saal und begab sich in einen Raum, der sich am rückwärtigen Teil des Hauses befand. In diesem Raum, dessen Tür mit besonders gesicherten Schlössern ausgestattet war und der keine Fenster besaß, befanden sich eigenartig geformte Schränke, in denen verschiedene magische Hilfsmittel aufbewahrt wurden. Der Schwarzmagier öffnete eine eiserne Truhe und entnahm ihr einen mittelgroßen Sarg, in dem sich eine Wachsfigur von männlicher Gestalt befand. Einen in der Mauer eingelassenen Tresor entnahm er ferner eine große braune Flasche, die mit einem versiegelten Glaspropfen verschlossen war. Auf einem Tisch in der Mitte des Raumes legte er die Gegenstände ab. Mit einem Taschenmesser löste er dann von der Schädeldecke der Wachsfigur eine kleine Platte, unter der sich eine Öffnung verbarg. Die ganze Rückenlänge der Puppe hatte einen fingerdicken Kanal, der gleichzeitig mit der Figur hergestellt worden war. Der Schriftführer entsiegelte und öffnete jetzt die braune Flasche, goß dann vorsichtig so viel Flüssigkeit in die Öffnung der Figur, bis diese bis zum Kopf gefüllt war. Die Öffnung deckte er wieder mit der Platte zu und befestigte sie mit dem flüssigen Wachs einer bereitgestellten Kerze. Das Wachs formte und glättete er und verwischte dadurch jede Spur der Öffnung. Die Flasche verschloss er wieder und versiegelte sie mit Hilfe eines Siegelringes. Auf der Brust der Figur befand sich ein glatter Kreis, in den er jetzt den Logennamen des Opfers einritzte. Aus einem Schrank holte er nun ein Tagebuch, vermerkte darin in geheimer Logenschrift das Datum und den Namen des Hinzurichtenden und legte es wieder an seinen Platz. Anschließend öffnete er ein Schreibtischfach, in dem Dolche von verschiedener Länge, Form und Stärke untergebracht waren. Aus dieser Sammlung wählte er einen kleineren, sehr scharfen Dolch aus. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass nichts vergessen worden war, legte er Wachsfigur und Dolch in den Sarg und verließ damit den Raum, verschloss ihn sorgfältig hinter sich und ging zurück zum Versammlungssaal. Der Großmeister nahm den Sarg entgegen, prüfte, ob die Figur vorschriftsmäßig vorbereitet worden war und stellte sie dann aufrecht auf die Erde. Nachdem man die drei großen Kerzen angezündet hatte, wurde das elektrische Licht ausgeschaltet. Die 21 Logenrichter bildeten jetzt einen Kreis um die Figur, während der Großmeister außerhalb als Beobachter fungierte. Die Brüder fassten sich an den Händen und umschritten siebenmal langsam die Figur, indem sie dieselbe ohne Unterbrechung anstarrten. Alle begangen dann gemeinsam rhythmisch zu atmen, wobei sie die Arme hoben und senkten. Beim Ausatmen und gleichzeitigen Senken der Hände wiederholten sie jedes Mal mit erhobener Stimme eine Formel. Mit erhöhtem Tempo wurde die Zeremonie fortgesetzt. Um die Figur begangen sich Nebelschwaden zu bilden, die sich mehr und mehr zu Wolken und schließlich zu einer Kugel verdichteten, welche die Wachsfigur mannshoch vollständig verhüllte. Die anfänglich graue Farbe begangen in ein Rot zu wechseln. Dunkle Gestalten schienen sich darin zu verdichten. Nach einigen weiteren Minuten hatte das Wolkengebilde eine feuerrote Farbe angenommen. Jetzt trat der Großmeister heran, machte mit der rechten Hand in der Luft ein Zeichen und zerriss die Kette der Brüder. Langsam verschwand das rote Wolkengebilde in der Wachsfigur. Erschöpft ließen sich die Brüder am Tisch nieder. Der Großmeister ergriff jetzt die Figur und legte sie in den bereitstehenden offenen Sarg. Feierlich entzündete er die Kerzen, die sich in den Leuchtern am Kopf- und Fußende des Sarges befanden. Totenstille herrschte im Saal und die zuschauenden 21 Brüder wagten vor Spannungen kaum zu atmen. Das Gesicht des Großmeisters erstarrte zur Maske. Kalt und starr war sein Blick geworden, als er entschlossen nach dem bereitliegenden Dolch griff. Langsam hob sich seine Hand, während seine Augen das Ziel fixierten, den runden Kreis mit den Namen des Opfers. Dann blitzte die Scheide im Licht der Kerzen und bohrte sich in die Brust der Figur. Ein Donnerschlag erschütterte den Saal bis in die Grundmauern und Sturmgeheul erfüllte die Luft, als ob ein Gewitter losbrechen wollte. Dieser Zustand dauerte einige Sekunden, ging allmählich in ein sich entfernendes Getöse über, um schließlich ganz zu vereppen und einer unheimlichen Stille zu weichen. Triumph spiegelte sich auf dem Gesicht des Großmeisters, denn er empfand sich als Herr über Leben und Tod. Erleichtert ließ er sich in einen nahestehenden Sessel fallen. Obwohl die Anwesenden diese Phänomene kannten, wurden sie doch jedes Mal aufs Neue von Entsetzen geschüttelt. Der Schriftführer erholte sich als erster, schaltete das elektrische Licht an, löschte die Kerzen und räumte den Sarg fort. Auch in die anderen Brüder kehrte das Leben zurück. Die erlebten Phänomene waren für sie der Beweis, dass der angestrebte Zweck erreicht worden war. Sie unterhielten sich leise, während ihr Meister die Daten der magischen Operation in einem Notizbuch vermerkte. Dann erhob er sich und wandte sich an die Anwesenden. Meine lieben Brüder, ich danke euch allen für die erfolgreiche Mitarbeit. Unser Bruder Silessius ist genau um 22 Uhr an einem Herzschlag gestorben. Wir haben das Urteil verstreckt nach den Gesetzen unseres heiligen Ordens und dadurch dem begangenen Verrat gerecht. Auch sein Freund ist zum Tode verurteilt, jedoch wird die Vollstreckung erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Die Gründe dafür werden wir noch auf der nächsten Sitzung besprechen. Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes als Ersatz für Bruder Silessius können wir mit der St. Johannes Zusammenkunft verbinden. Morgen Abend um 20 Uhr erwarte ich euch hier. Es soll dann der Fall Frabato behandelt werden. Die heutige Sitzung ist hiermit beendet. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Unauffällig verließ einer nach dem anderen das Logenhaus und verschwand im Dunkeln der Nacht. Die Zeiger der großen elektrischen Bahnhofsuhr rückten langsam gegen 22 Uhr vor. In der Bahnhofshalle wartete noch eine Anzahl Reisender auf den Schnellzug von Bad Schandau nach Berlin. Jetzt kündigte eine Stimme aus dem Lautsprecher die Einfahrt des Zuges an und die Wartenden begaben sich schnell zum Bahnsteig, denn der Zug würde hier in Dresden nur wenige Minuten Aufenthalt haben. Bei den Fahrplänen am Bahnsteig stand Frabato und machte sich Notizen. Gerade als er sein Notizbuch in die Tasche schob und fortgehen wollte, fuhr der Schnellzug ein. Vor ihm flog eine Wagentür auf, ein junger Mann im Reiseanzug sprang heraus und eilte zu einem Erfrischungsstand. Ein Päckchen Gebäck wechselte den Besitzer, er zahlte und wandte sich wieder zum Zug. Nach wenigen Schritten griff er plötzlich mit beiden Händen an seine Brust und brach mit einem Stöhnen zusammen. Nur wenige Sekunden krümmte er sich mit verzerrtem Gesicht in Krämpfen, dann blieb er regungslos liegen. Etliche Neugierige umringten ihn sofort. Die Polizei war jedoch schnell zur Stelle und schaffte den leblosen Körper in den Dienstraum des Bahnhofs. Ein Arzt wurde telefonisch herbeigerufen und ein Protokoll von den Aussagen der Zeugen angefertigt. Abseitsstehend hatte Frau Bartho den Verlauf dieses Ereignisses schweigend beobachtet. Als Magier erkannte er sofort, dass hier jede Hilfe zu spät kommen würde. Instinktiv fühlte er, dass der Unbekannte keines natürlichen Todes gestorben war. Langsam verließ er den Bahnhof und ging in Richtung Leipziger Straße. Nach einem etwa einstündigen Spaziergang machte er in einem kleinen Wäldchen am Rande der Stadt Halt und ließ sich zu einer Rast nieder. Die Nacht war wunderbar mild und aus einem klaren Himmel leuchteten Mond und Sterne. In Meditationen versunken verbrachte er hier noch einige Zeit, ehe er den Rückweg antrat. In der Nähe des Elbehafens hielt er ein Taxi an und ließ sich in sein Hotel bringen. Als er sein Zimmer betrat, war es gerade zwei Uhr morgens. Er versperrte die Türe, zog seinen Koffer hervor und baute seine magische Kugel auf. Die Bilder des magischen Spiegels bestätigten seinen Verdacht, dass der Tod des jungen Mannes auf das gewaltsame Vorgehen der F.O.G.C. Loge zurückzuführen war. Frau Frabato verschloss die Kugel wieder im Koffer und gab sich dann der Nachtruhe hin. Am nächsten Morgen kaufte er sich ein Exemplar der größten Dresdener Tageszeitung. Auf der ersten Seite fand er bereits, was er suchte. Unter der Überschrift »Todesfall auf dem Hauptbahnhof in Dresden« fand sich folgender Text. Auf dem Hauptbahnhof verstarb gestern Abend um 22 Uhr überraschend der beliebte Schriftsteller Dr. Alfred M. Unsere Stadt beklagt das plötzliche Ende dieses jungen und hoffnungsvollen Talentes, dessen Werke mit großer Begeisterung gelesen werden. Sein neuestes Drama »Testament« befindet sich gerade im Druck. Wir werden diesen strebsamen und talentierten Menschen ein treues Andenken in unseren Herzen bewahren. Drittes Kapitel Wie vereinbart hatten sich die 21 Spezialisten und der Großmeister der FOGC-Loge wieder versammelt. Zunächst beschäftigte man sich mit Direktor Z, Präsident einer großen Bank. Ihm waren von Bruder Silessius wichtige Geheimnisse der 28 Logenstufen verraten worden. Da der Direktor kein Mitglied war, musste er entweder als solches gewonnen werden oder dem Tode verfallen. Weil sein besonderer Charakter jedoch nicht in die Reihen der Logenbrüder passte, war er somit zum Tode verurteilt. Als Präsident eines großen Geld Institutes verfügte Z über umfassende Vollmachten, weshalb beschlossen wurde, ihn zuvor als Werkzeug zur Beschaffung einer großen Geldsumme zu benutzen. Die Loge bestand vorwiegend aus Großkapitalisten, die unter Benutzung okkulter Methoden Besitztümer aller Art zusammenrafften, um auch in schlechten Zeiten ein gutes Kapitalpolster zu besitzen. Zur Erreichung ihrer Ziele waren ihnen alle Mittel recht. Ein Menschenleben bedeutete ihnen wenig und die sogenannte Rechtsprechung wussten sie immer zu ihren Gunsten auszunutzen. Komplizierte Methoden sowie Übung und Erfahrung sorgten dafür, dass sie ihr verbrecherisches Handwerk unter den Augen der Öffentlichkeit betreiben konnten, ohne Verdacht zu erregen. Ihre Arbeit wurde dadurch erleichtert, dass man in Deutschland der Erforschung geistiger Gesetze und Kräfte keinerlei Aufmerksamkeit widmete. Sie veranstalteten öffentliche Vorträge über Okkultismus nur deshalb, um zu beweisen, dass diese auf Tricks und Betrug beruhe. Wussten sie doch sehr genau, dass eine Ausbreitung der okkulten Weltanschauung eine neue Gesellschaftsordnung hervorrufen würde, die ihrem eigenen Treiben sehr hinderlich sein müsste. Außerdem bestand die Gefahr, dass sie von positiv arbeitenden Okkultisten erkannt und in der Öffentlichkeit preisgegeben würden. Die Arbeit Frabatos, der wirkliche Beweise für die Existenz geistiger Gesetze und Kräfte vorweisen konnte, musste deshalb zwangsläufig ihre Feindschaft heraufbeschwören. Wäre dieser einer der vielen Pseudo- Okkultisten gewesen, hätte die Loge keinen Grund zum Einschreiten gesehen. Besonders der Großmeister hasste Frabatos, weil er ihm die Enthüllungen über seinen Lebenswandel nicht verzeihen konnte. Man beschloss daher, die Vortragstätigkeit Frabatos mit allen Mitteln zu unterbinden. Zunächst jedoch traf man Vorbereitungen zur Vernichtung Direktor Zetz. Der Schriftführer suchte die Kellerwohnung des Hausmeisters auf, um dessen Tochter Elli zu holen, die man bei verschiedenen Experimenten als hellsichtiges Medium benutzte. Das Mädchen lebte hier allein mit seinem Vater. Seine Mutter war vor einigen Jahren gestorben. Elli war 18 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur, gewähltes braunes Haar und dunkelblaue Augen. Obwohl sie die Tätigkeit als Medium nicht liebte, wagte sie nicht dagegen zu opponieren, denn das würde ihren Vater ohne Zweifel seine Stellung kosten. Nach wenigen Minuten erschien Elli in Begleitung des Schriftführers im Sitzungssaal. Auf einen Wink des Letzteren rollte man ein Sofa in die Mitte des Raumes. Das Sofa wurde dann mit einer weißen Seitendecke bedeckt. Eine zweite wurde für den Fall bereitgelegt, dass es notwendig werden würde, das Medium während des Experiment zu isolieren. Dann gab der Großmeister das Zeichen zum Beginn der Operation. Elli musste sich auf das Sofa legen und der Schriftführer setzte sich daneben auf einen Stuhl. Er sah ihr mit durchdringendem Blick in die Augen und sprach einige Suggestionsformeln. Nach wenigen Minuten befand sich Elli im ersten Stadium der Hypnose. Mit magnetischen Strichen vertiefte der Magier diesen Zustand bis zum höchsten Grad der Tiefen Hypnose. Einige Striche über die Kehle gab ihr die Möglichkeit, während der Hypnose zu sprechen. Elli war auf hypnotische Zustände so gut eingeübt, dass sie jedem erteilten Befehl ohne Schwierigkeiten nachkommen konnte. Sie erhielt zunächst den Auftrag, die augenblickliche Tätigkeit Frabatos durch einen geistigen Besuch zu erforschen. Sofort meldete sie, dass diese auf einer Bühne magische Experimente vorführe. Hastig rief der Schriftführer ihren Geist zurück, denn er befürchtete, dass Frabatos Ellis Geist wahrnehmen und dadurch auf ihre Sitzung aufmerksam werden könnte. Dann erhielt sie den Auftrag, über die Tätigkeit von Direktor Z zu berichten. Umgehend meldete sie, dass dieser sich in seinem Haus aufhalte und die Zeitung lese. Auf die Frage nach den Familienangehörigen antwortete das Medium, dass niemand sonst im Haus anwesend sei. Diese Tatsache ließ den Großmeister aktiv werden. Auf einen Wink bildeten alle Brüder einen Kreis um Elli und den Operateur, um das Medium mit magnetischem Fluid zu laden. Als die Spannung stark genug war, bekam sie den Auftrag, den Direktor einzuschläfern und ihn dauernd zu beobachten. Durch den Einfluss des Mediums wurde Z von einem unüberwindlichen Schlafbedürfnis gepackt. Kaum hat er sich zu Bett gelegt, war auch schon fest eingeschlafen. Auf eine entsprechende Frage berichtete Elli über den Zustand des Direktors. Gleichzeitig erhielt sie den Auftrag, die Verbindung aufrecht zu erhalten. Durch diesen magischen Überfall war Z zum willenlosen Werkzeug der Loge geworden. Der Schriftführer ritzte jetzt in ein bereitliegendes Wachsplättchen den Namen Z ein und legte es auf das Sonnengeflecht des Mediums, wodurch eine enge seelische Verbindung mit dem Opfer herbeigeführt wurde. Danach legte man das Plättchen für einige Minuten auf die Stirn des Mädchens, um den Geist des Direktors für die Aufnahme von fernhypnotischen Befehlen empfänglich zu machen. Anschließend berührte der Schriftführer noch Ohren und Herz gegen des Mediums mit dem Plättchen und legte es beiseite. Der Kreis der Brüder wurde kurz geöffnet, das Sofa mit dem Medium zur Seite geschoben und der Großmeister nahm jetzt in der Mitte Platz. Das Wachsplättchen wurde leicht erwärmt und so geformt, dass es eine Muschelform bildete. Durch singende Wiederholung magischer Formeln versetzte sich der Meister nun in einen Trance-Zustand um eine bessere psychische Verbindung zum Empfänger herzustellen. Den Sendestrom erhielt er aus dem Kreis der Logenbrüder. Mit suggestiver Stimme sprach er in die kleine Wachsmuschel hinein. Morgen Vormittag genau um 11 Uhr 45 betritt ein junger Mann dein Büro. Er trägt einen schwarzen Anzug und eine rote Krawatte. Dieser Mann wird von dir für einen Baukomplex in der Schweiz eine Anleihe von einer Million Mark verlangen. Eines Nein unfähig wirst du seinem Wunsch entsprechen. Nachdem er sich dreimal mit der rechten Hand über die Stirn gestrichen hat, stellst du ihm einen Scheck über eine Million Mark aus. Sofort nach der Übergabe des Schecks überfällt dich ein unüberwindliches Schlafbedürfnis und du wirst für genau fünf Minuten einschlafen. Wieder erwacht hast du alles vergessen, was sich in der vorhergehenden Stunde zugetragen hat. In keiner Weise wirst du dich erinnern können, wie der junge Mann ausgesehen hat und jede Einzelheit des Vorfalls wird aus deinem Gedächtnis verschwunden sein. Von der gleichen Stunde an wirst du dich krank fühlen. Du wirst ein leidendes Aussehen bekommen und Nervosität wird dich verfolgen. Viele Stunden wirst du gedankenlos zubringen und von Tag zu Tag wirst du müder und depressiver werden. Jede Kleinigkeit ärgert dich und raubt dir die Ruhe. Nichts auf der Welt kann dir noch Freude bereiten. Deine Umgebung wird dich schließlich als unerträglich empfinden und nach genau 14 Tagen wirst du dich mit deinem Revolver erschießen. Direktor Z galt allgemein als Ehrenmann und war bekannt wegen seiner ausgezeichneten Fachkenntnisse. In London hatte er einmal einen Raubüberfall erlebt, seitdem war er vorsichtig und verwahrte neben seinem Bett stets griffbereit einen Revolver. Nachdem der Großmeister diese Suggestion beendet hatte, starrte er noch einige Minuten auf die Wachsmuschel, machte dann ein rituelles Zeichen und wickelte sie in ein violettes Seidentuch, das ihm der Schriftführer überreichte. Der magische Kreis der löste sich auf und sie verteilten sich auf die Sitzplätze im Zentrum des Saales. Dann rollte man das Sofa mit dem Medium wieder in die Mitte. Der Schriftführer rief ihren Geist aus dem Hause des Direktors Z zurück und sandte ihn zu Frabatu. Dieser hatte seine Vorstellung bereits beendet und weilte beim guten Freund zu Besuch. Das Medium nannte die genaue Adresse, berichtete, dass die Familie des Freundes schon zu Bett gegangen war und die beiden Männer über okkulte Probleme sprachen. So lebhaft war die Unterhaltung, dass Frabatu nicht bemerkte, wie er von Elli beobachtet wurde. Nach diesen Informationen rief der Schriftführer den Geist des Mediums zurück und weckte Ellis Bewusstsein mit Hilfe magnetischer Striche und entsprechender Formeln. Welche Zwecke in der Loge mit ihrer Hilfe verwirklicht wurden, davon ahnte sie nicht das Geringste. Sie freute sich hauptsächlich über den guten Nebenverdienst, wenn ihr auch der eigenartige Rahmen dieser Sitzungen insgeheim unheimlich war. Auch heute geleitete der Schriftführer sie freundlich nach draußen und überreichte ihr als Belohnung ein paar Geldscheine. Zu den Geheimnissen der FOGC Loge gehörte die Fähigkeit jeden Menschen nach Belieben in Schlaf zu versetzen und wieder aufzuwecken, ihn krank oder gesund zu machen, zu beleben oder auch zu töten. Diese Kenntnisse hatten die führenden Mitglieder allerdings nur durch einen Pakt mit einem Dämonenfürsten erworben. Mit ihren magischen Methoden konnten sie jeden ungeschulten Menschen nach ihrem Willen beeinflussen, ohne dass dieser die Möglichkeit hatte, die Ursache einer vielleicht sogar spürbaren Einwirkung zu entdecken. Frau Bartho war für die Loge ein besonderer Fall, da ihm okkulte Praktiken jeder Art gut bekannt waren und er zusätzlich unter dem Schutz der Brüder des Lichts stand. Die FOGC Loge wusste zwar von den Brüdern des Lichts, konnte sich aber von ihrer Macht keine Vorstellung machen. Es war beschlossen worden, Frau Bartho durch einen magischen Überfall zu beseitigen. Nach kurzer Besprechung holte der Schriftführer aus dem Geräteraum einen Apparat, den sie Tepa von nannten. Dieser wurde in der Mitte des Saales aufgestellt. Es war ein magischer Strahlenapparat, mit dem man Todesstrahlen auf jede beliebige Entfernung aussenden konnte. Dieses Gerät war die stärkste Waffe der FOGC Loge und wurde strengstens geheim gehalten. Brachte man in den Strahlenbrennpunkt ein Bild oder die Mumia eines Menschen oder Tieres, so wurde nicht nur dessen physischer Körper, sondern auch der Astralkörper beeinflusst. Stoffe der verschiedensten Art konnten auf jede Entfernung mit diesem Gerät zersetzt werden. Es diente ferner zur drahtlosen Übertragung von Energie, wovon selbst die moderne Naturwissenschaft nur träumen konnte. Außerdem konnte jede Art von Gedanken damit übertragen werden. Schließlich war es möglich, Vergiftungen und Nervenkrankheiten durch dieses Gerät hervorzurufen, deren Ursachen der Schulmedizin nicht zu enthüllende Rätsel aufgeben würden. Ein Bild oder ein persönlicher Gegenstand genügte, gewöhnlich für die Kontaktherstellung zu einer zu beeinflussenden Person, wobei die Entfernung keine Rolle spielte. Da Frabato eine bekannte Persönlichkeit war und sein Foto verschiedentlich in Zeitungen veröffentlicht worden war, war es für die FOGC-Loge leicht gewesen, ein Bild für diese Zwecke zu beschaffen. Der Großmeister befestigte nun das Foto Frabatus im Strahlenbrennpunkt des Tepaphons und entzündete den Brennstoff, eine besonders zubereitete Spiritusmischung. Gleichzeitig bildeten die übrigen Brüder um den Apparat einen magischen Kreis, um durch Kampftelepathie das Feuerelement bis zur physischen Ebene zu verdichten. Zu dieser Vernichtungsmethode griffen die Schwarzmagier meistens in solchen Fällen, in denen das Opfer über große okkulte Fähigkeiten verfügte. Auch für die Hinrichtungen innerhalb der Loge wurde das Tepaphon oft verwendet. Bisher hatte das Gerät noch nie versagt. Ein Arzt würde bei den betreffenden Menschen immer Tod durch Herzschlag feststellen. Frau Bartho war noch bei seinem Freund und ihre lebhafte Unterhaltung wollte kein Ende nehmen. Beide waren so vertieft, dass der Angriff der FOGC Loge zunächst völlig unbemerkt blieb. Erst als ihm innerhalb kurzer Zeit am ganzen Körper der Schweiß ausbrach, kam Frau Bartho sein ungewöhnlicher Zustand zu Bewusstsein. Unruhig ging er im Zimmer auf und ab und versuchte die Ursache der ungewöhnlichen Hitze zu ergründen. Nie zuvor hat er etwas ähnliches erlebt. Selbst im Raume stieg jetzt die Temperatur, wodurch auch der Freund in Mitleidenschaft gezogen wurde. Rasch hatte Frau Bartho festgestellt, dass die Ursache der Hitze nicht in seinem physischen Körper lag. Seine Armbanduhr und sein Ring brannten wie Feuer auf der Haut. Jetzt gab es keine Zweifel mehr. Hier versuchte eine fremde Macht ihn vernichtend zu treffen. Dieser Macht wollte er sich entgegen stellen, doch hatte die Hitze den Körper bereits so stark durchdrungen, dass er sich nicht mehr konzentrieren konnte. Hilflos ließ er sich in einem Sessel nieder. Auch der Freund stand diesem Geschehen ohnmächtig gegenüber. hilfreich sein. Ärztliche Hilfe wäre sinnlos. Denn was könnte diese gegen magische Wirkungen ausrichten? In Frabatos Adern siedete förmlich das Blut und obwohl er sich wehrte, konnte er geistig nicht mehr wirksam in seinen Körper eingreifen. In dieser verzweifelten Situation bat Frabato Gott um Hilfe und Eingebung. Er war überzeugt, dass er diese Hilfe erhalten würde, falls es ihm nicht bestimmt war, seine Inkarnation in dieser Stunde zu beenden. Der Freund versuchte noch, Frabato zu magnetisieren, doch er musste davon Abstand nehmen, denn die Hitzespannung im Zimmer war fast unerträglich geworden. Plötzlich vernahm Frabato in seinem Inneren eine Stimme, die ihm zurief, mit Wasser ableiten. Er öffnete die Lippen und flüsterte »Wasser! Viel Wasser!« Sein Freund stürzte hinaus, ergriff einen Eimer und füllte ihn. Schnell brachte er ihn zu Frabato, der apathisch seine linke Hand hineintauchte. Im gleichen Augenblick fühlte er sich erleichtert und nach einigen Minuten war Klarheit und Kraft seiner Gedanken zurückgekehrt. Da das Wasser immer wärmer wurde, bereitete der Freund einen zweiten Eimer vor. So wurde die Hitze über längere Zeit in das Wasser abgeleitet, denn der Angriff der FOGC-Loge hielt unvermindert an. Da die vernichtenden Strahlen jetzt wirkungslos durch seinen Körper flossen, fühlte Frabato sich bald wieder stark genug, seine Hellsichtigkeit in Anspruch zu nehmen. Geistig verfolgte er die Vernichtungsstrahlen und stellte fest, dass sie von der FOGC-Loge ausgingen. Ihr werdet es noch bereuen, dass ihr mich auf solche Art überfallen habt, dachte er. Soweit es nach den geistigen Gesetzen erlaubt ist, werde ich versuchen, in Zukunft alle eure Pläne zu vereiteln. Solange das Tepafon seine Strahlen aussandte, musste Frabato die Ableitung in das Wasser fortführen. Hellsichtig beobachtete er deshalb ununterbrochen die Versammlung der Logenbrüder, bis diese nach einer weiteren Stunde endlich den magischen Kreis auflösten. Sein Bild aus dem Brennpunkt entfernten und die Flamme löschten. Der Schriftführer verschloss die gefährliche Waffe wieder im Gerätezimmer. Anschließend unterhielten sich die Logenbrüder noch eine Weile und drückten ihre Zufriedenheit darüber aus, dass Frabato ihnen jetzt keinen Schaden mehr zufügen könne. Sie freuten sich bereits auf die Zeitungsberichte am nächsten Tag, die über den plötzlichen Tod des bekannten Magiers berichten und seine Vorträge absagen würden. Für den kommenden Abend verabredete man eine weitere Zusammenkunft, um den Sieg über den verhassten Gegner zu feiern. Dann löste sich die unheimliche Versammlung für diesen Tag endgültig auf. Erst jetzt beendete Frabato seine Beobachtung. Da er im Hotel keine Bekannten hatte, folgte er der Einladung seines Freundes und schlug bei diesem sein Nachtlager auf. Bevor er sich endgültig niederlegte, er bat er noch einen längeren Kupfer oder Eisendraht und ein spitzes Küchenmesser. Sein Freund brachte ein Messer und eine Rolle Kupfer Draht. Frabato zog den Draht rum um sein Bett, verband beide Enden mit dem Messer und stieß dies dann in den Fußboden. Durch eine kurze Konzentration lud er den Draht mit der Idee des Schutzes in allen drei Welten. Auf diese Weise hatte er eine gewisse Isolierung gegen schädliche geistige Einflüsse erreicht. Jetzt endlich begab man sich zur Ruhe. Frabato dankte Gott für seine wunderbare Rettung und sank bald in tiefem Schlaf. Viertes Kapitel In einem eleganten Kaffeehaus in der Prager Straße saß der Großmeister der FOGC Loge bei einer Tasse Kaffee und blätterte aufmerksam in einigen Dresdner Zeitungen. Keine Notiz von Tode Frabatus? Das konnte nicht wahr sein. Das Tepa Fohn hatte noch nie versagt. Wofür hatten sie einen Pakt mit einem Dämonenfürsten abgeschlossen? Wut und Enttäuschung zerrte an seinen Nerven. Die Logenbrüder wollten am Abend den Erfolg feiern und nun eine solche Blamage. Dieser Misserfolg würde zweifellos das Vertrauen vieler Mitglieder in die Macht der Loge erschüttern und besonders seine eigene Autorität sah er im höchsten Grade gefährdet. Zunächst sagte er telefonisch die Versammlung für den Abend ab und machte sich dann auf dem Weg zum Logenhaus. Dort angekommen begab er sich ohne Aufenthalt in den Tempelraum, der speziellen magischen Operationen diente, die nur vom Großmeister selbst ausgeführt werden durften. Der Raum hatte nur ein Fenster, das sich automatisch verdunkeln ließ. An der Ostseite befand sich ein Altar, bestehend aus einer vierkantigen, mit magischen Zeichen geschmückten Säule. Auf dem Altar lagen magische Hilfsmittel bereit. Darüber hing ein Bild des höchsten Gottes der Schwarzmagier, der den Namen Baphomet trägt. Die Wände hatten dunkelblauen Sandbezug und die Decke war hellblau. Von ihrer Mitte hing ein großer Leuchter herab. Auf dem Altar fiel ein kleines Lämmchen auf, das die sieben Regenbogenfarben zum Zeichen der Verbundenheit mit den sieben Planetensphären trug. Diese magische Lampe wird von Ulkutisten Laterna Magica genannt. In jeder Ecke des Raumes waren zwei große Kerzen in prunkvollen silbernen Leuchtern untergebracht. Obwohl elektrisches Licht zur Verfügung stand, benutzte man bei magischen Operationen ausschließlich Kerzen oder Spirituslampen. Aus einem Schrank holte der Großmeister einen dunkelblauen Seidenmantel und ein Kopftuch von gleicher Farbe. Nachdem er die Tür des Tempels verschlossen hatte, entkleidete er sich und legte den Seidenmantel und das Kopftuch an. Das Kopftuch zierte auf der Stirn ein mit Silber gesticktes auf den Kopf gestelltes Pentagramm. Violette Seidenschuhe bekleideten seine Füße. Dann öffnete er einen weiteren in der Mauer eingelassenen Schrank und entnahm diesem eine weiße Decke, die er auf dem Fußboden ausbreitete. Die Decke zeigte einen mit bunten Farben ausgestickten magischen Kreis, geformt wie die Gestalt einer Schlange, deren Rücken verschiedene Namen zierten. Vor dem magischen Kreis war ein Dreieck mit der Spitze nach oben, aus dessen Ecken Buchstaben hervorstachen. Den Innenraum des Kreises nahm ein auf den Kopf gestelltes, mit purpurroter Farbe ausgesticktes Pentagramm ein. Jede Ecke des Pentagramms war mit einem Buchstaben verziert, alle zusammen ergaben das Wort Satan. Hinter das Dreieck stellte er ein Räucher Gefäß und um den Kreis verteilte er fünf flache Kerzen. Sorgfältig überprüfte der Großmeister noch einmal alle magischen Hilfsmittel, denn bei den geplanten Beschwörungen durfte keine Lücke gelassen werden. Trotz des Schutzes, den er durch seinen Pakt genoss, konnte eine Unachtsamkeit schwere Folgen haben. Nachdem er die Holzkohle im Räuchergefäß angezündet hatte, verbreitete sich im Raum ein starker Duft, hervorgerufen durch das hinzugefügte Räucherpulver. Dann zündete er die Kerzen an und schaltete das elektrische Licht aus. Das Tageslicht wurde durch den Vorhang zurückgehalten. Majestätisch trat der Großmeister in den magischen Kreis. Seine linke Hand umklammerte das magische Schwert und in seiner Rechten hielt er den magischen Stab. Um den Hals trug er ein magisches Lahmen mit dem Erkennungszeichen des Wesens, das er zu rufen beabsichtigte. Das Gesicht gegen Osten gewandt, trug er mit Enthusiasmus die Beschwörungsformel vor. Ich bin mit euch verbunden, ihr Salamander und Feuergeister der Hölle. Euer Element ist mir in allen drei Welten untertan. Ich rufe und beschwöre dich, Fürst der höllischen Feuergeister. Ich rufe dich im Namen Satans, deines heiligen Herrn, der dein Herrscher und Gebieter ist. Als Verbündeter deines Herrn befähle ich dir, in seinen Namen mir willig zu sein und meine Ziele durch dein Element zu unterschützen. Ich binde dich an mein magisches Schwert und zwinge dich zu absoluten Gehorsam. Ich verlange von dir, dass deine tobenden Feuergeister meinem Willen unterstehen und mir bei meinen Plänen jeder Zeit behilflich sind. Im Namen deines höchsten Gebieters, dem ich durch meinen Pakt verbündet bin, verlange ich von dir die Verfolgung und Vernichtung Frabatos, Fürste höllischen Feuergeister, erscheine jetzt sichtbar hier vor meinem Kreis und bestätige die Annahme meiner Befehle. Nachdem der Großmeister diese Beschwörung mit Pathos ausgesprochen hatte, flammten die Kerzen hoch und der Boden dröhnte. Im magischen Dreieck tauchte ein hell schimmernder Strahl auf und eine kreischende Stimme war zu vernehmen. Ich habe deine Wünsche vernommen, großer Magier. Wir müssen dir dienen, weil unser höchster Herr dir verpflichtet ist. Deshalb werde ich mit meinen untergebenen Frabatos überall dort verfolgen, wo sich der Einfluss unseres Elements gelten machen lässt. Für einen vollen Erfolg kann ich jedoch nicht bürgen, weil Frabatos in der Welt eine besondere Mission zu erfüllen hat. Sein Schicksal ist nicht das eines gewöhnlich Sterblichen. Die Gestalt des Wesens nahm immer sattere Formen an und Feuerzungen umtanzten sie. Eine unerträgliche Hitze ging von der Erscheinung aus und ihre Kraft war so durchdringend, dass der Großmeister sich bedroht fühlte. Er hob sein Schwert und richtete die Spitze gegen das Wesen. Mit einem Donnerschlag, der den Boden erbeben ließ, verschwand das Feuerwesen. Nach einigen Minuten der Erholung und Konzentration wandte sich der Schwarz Magier gegen Süden. Ihr Mächte Mächte Ich 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 rufe Ich rufe Ich rufe König der dämonischen Luftgeister Erscheine sichtbar hier vor meinem Kreis und bestätige die Annahme meiner Wünsche Zögere nicht Sonst werde ich dich quälern und foltern im Namen deines Gebieters König der Lüfte erscheine mir Mit Lärm und Heulen wurde im magischen Dreieck die Erscheinung des Luftwesens wahrnehmbar und seine Stimme kreischte wie aus weiter Ferne Erdenwurm Wärst du nicht ein Verbündeter unseres höchsten Herrn Würde ich dich mit meinem Element in Stöcke reißen weil du mir so zu drohen wachst nur mit Rücksicht auf deinen Pakt bin ich dir gehorsam schuldig äußere also deine Wünsche ich fordere die Vernichtung Frabatus rief der Großmeister deine Luftgeister sollen ihn ununterbrochen verfolgen und seine Handlungen vollständig vereiteln wie ein machtloser Schwächling soll er sich vorkommen ich will tun was in meiner Macht liegt aber für Erfolg kann ich nicht bürgen weil hinter Frabatus die Brüder des Lichts stehen die Hinweise auf die besondere Stellung Frabatus seine Macht und seinen Schutz ließen Zorn und Hass in der Seele des Großmeisters erneut aufwallen in dieser Stimmung wandte er sich gegen Westen ihr Mächte des Wassers ich beschwöre euch hört meinen Befehl ihr Wesen des Wasserelements mächtiger dämonischer Fürster Gewässer ich rufe dich ich bin mit deinem Element verbunden und spreche deine Sprache ich rufe dich im Namen des Satans deines Herrschers ich der Verbündete deines Herrn folge sofort meinen Ruf entsteige dem Brausern der Meer erscheine sichtbar hier vor meinem Kreis und bestätige die Annahme meiner Wünsche sträube dich nicht sonst werde ich dich im Namen deines höllischen Gebieters mit dem Element des Feuers verfolgen Fürst des Wassers erscheine mir du hast mich aus meinem Element gerufen obwohl dir bekannt ist dass ich die Großstadt verabscheue für deine Drohungen würde ich dich durch mein Element verfolgen lassen wenn du nicht mit meinem Herrn verbündet wärst äußere jetzt deine Wünsche und fasse dich kurz mit Zorn und hasserfüllter Stimme rief der Großmeister nicht umsonst rief ich dich aus den Tiefen des Meeres im Namen deines Herrn und Gebieters verlange ich von dir die Verfolgung und Vernichtung Frabatus er ist der erste der sich unserer Loge widersetzen konnte deshalb wünsche ich die Vernichtung seine Existenz ich werde versuchen deinen Wünsche zu ansprechen was in meiner Macht steht wird getan werden aber für Erfolg kann ich nicht wirren er wird davon abhängen ob wir Frau Warto in einer schwachen Stunde zu fassen bekommen der Magier entließ das Wesen mit einer Geste seines magischen Stabes worauf es verschwand es ärgerte ihn maßlos dass ihm die Elemente fürsten keinen vollen Erfolg versprochen hatten und er begann zu ahnen dass es noch große Schwierigkeiten geben würde um das magische Quadrat komplett zu machen musste er noch den Fürsten des Erdelements evoziieren deshalb wandte er sich jetzt gegen Norden mächtiger Fürst des höllischen Erdelements der Verbündete deines Herrschers ruft dich in seinen Namen im Namen Satans verlasse die Unterwelt erscheine sichtbar vor meinem Kreis und bestätige die Entgegennahme meiner Wünsche gehorche sofort meinem Befehl sonst werde ich dich peinigen lassen im Namen deines Herrn Fürst der Erde erscheine mir Der Boden erbebte unter den Füßen des Großmeisters und im magischen Dreieck erschien mit grollendem Lärm ein kleiner Mann mit grauem Haar und langen Kinn Seine großen dunklen und tief liegenden Augen blitzten dem Schwarz Magier entgegen In der rechten Hand hielt er eine Laterne die ein eigentümlich mattes aber dennoch durchdringendes Licht verbreitete Der Erdgeist sah den Magier durchdringend an und sagte Nicht gerne habe ich mein Reich verlassen und deinen Willen zu folgen Doch nach den geistigen Gesetzen bin ich dir durch deinen Pakt bis zu deinem Tode zum Gehorsam verpflichtet Wie lauten deine Wünsche? Die tiefe Stimme und der machtvolle kalte Blick dieses Wesens jagte dem Schwarz Magier einen kalten Schauer über den Rücken Es kam ihm plötzlich in den Sinn dass er nach dem Tode ein Diener dieser Wesen sein würde Ruhig verharrte der Gnomen Fürst im magischen Dreieck Die Gedanken und Gefühle des Magiers waren ihm völlig durchsichtig und der Gedanke schien ihm einen Hochgenuss zu bereiten dass dieser machtbesessene Mensch in Zukunft sein und Ergebener sein würde Obwohl der Großmeister wie gelähmt war raffte er sich zusammen und sagte Es ist mir bekannt was mich erwartet aber ich kann nicht tatenlos zusehen wie ein Außenstehender Erfolge feiert und unsere Loge lächerlich macht Ich verlange deshalb von dir Frabato mit deiner Macht zu verfolgen und zu vernichten Zieh ihn in die Tiefen deines Reiches und umgib ihn mit dem Schleier der Dunkelheit damit er nicht entkommen kann Dies ist mein Wille Die Vernichtung Frabato dient dem Ansehen deines Gebieters und unserer Bruderschaft Ich werde tun was in meiner Macht steht Aber bei einem Menschen wie Frabato kann ich für einen vollen Erfolg nicht berühren Das Erdwesen verschwand und im Hause wurde es totenstill Die Beschwörung der Elementewesen hatte den Großmeister so sehr geschwächt dass er wie zerschlagen in seinem magischen Kreis stand Sein Atem ging schwer und seinen Kopf empfand er wie ausgehöhlt In einer Ecke des Raumes nahm er seinen ihm täglich dienenden Dämonengeist wahr Seit vielen Jahren stand ihm dieses Wesen zur Seite und erfüllte viele seiner Wünsche so dass er völlig von ihm abhängig geworden war Es wurde ihm bewusst dass er nicht mehr die Kraft hatte sich von dieser Fessel zu befreien Nach den geistigen Gesetzen gab es für ihn keine Möglichkeit zur Auflösung seines Paktes mit dem Herrscher der dämonischen Mächte Seine durch den Pakt gewonnene Macht würde nicht ewig wehren und so wie er heute noch Herr war würde er später Sklave sein Seine Begierde nach Macht und Reichtum in der physischen Welt hätte er mit seinen eigenen okkulten Fähigkeiten nicht befriedigen können Deshalb war er der Versuchung des magischen Paktes erlegen Dieses Abhängigkeitsgefühl lag in dieser Stunde wie ein Alpdruck auf ihm und bereitete ihm Höllenqualen wie er sie in seinem bisherigen Leben noch nicht durchlebt hatte Sein Hass auf Frabato war jedoch gewaltig und wurde noch dadurch gesteigert dass dass die Fürsten der vier Elemente ihm keinen Erfolg garantiert hatten Welche gewaltige Macht steht bloß hinter diesem Frabato hämmerten seine Gedanken Ich will seine Vernichtung selbst wenn ich mein eigenes Leben dafür riskieren muss Von solchen Gedanken getrieben beschloss der Großmeister den Herrn der dämonischen Mächte persönlich zu rufen um von ihm die Erfüllung seines Wunsches zu verlangen Der Schwarzmagier legte jetzt sein Schwert in dem Kreis auf die Erde und stellte seinen linken Fuß darauf Mit der rechten Hand hob er den magischen Stab und beschrieb damit in der Luft das Siegel der Dunkelheit das vereinbarte Zeichen zur Beschwörung des Herrschers der Dämonen Kaum hatte er das Siegel ausgeführt als dem Erdboden ein gleißender Strahl entstieg der den ganzen Raum erhellte Der Großmeister stand wie vom Blitz getroffen und kämpfte um die Erhaltung seines Bewusstseins denn der Raum hatte sich mit einer tödlich lähmenden Strahlung gefüllt Kein gewöhnlicher Sterblicher hätte dieser furchtbaren Spannung standhalten können und nur sein Pakt schützte diesen Menschen vor der sofortigen Vernichtung Im magischen Dreieck vor dem Kreis verdichtete sich jetzt eine sonderbare Gestalt Der Kopf eines Ziegenbockes mit Hörnern und ein behaarter menschlicher Körper mit Brüsten kam zum Vorschein Die Hände Ziegenbockes Das war er Baphomet der Herrscher der Dämonen Mit höhnischer Stimme wandte Baphomet sich an den bebenden Großmeister Nun sein Wir stehen Wir stehen also vor einer schwierigen Aufgabe Wenn du auf deinen Wunsch bestehst Vielleicht solltest du dein restliches Leben besser mit anderen Genüssen verbringen In der Seele des Großmeisters tobte der Kampf zwischen dem Rest seines Gewissens der Angst und dem Hass Schließlich trug der Hass den Sieg davon und er stammelte in ohnmächtiger Wut Wofür habe ich einen Pakt abgeschlossen Bis zum Ende meines Lebens bist du mir zur Hilfe verpflichtet Nach meinem Tod magst du über mich triumphieren Jetzt aber verlange ich von dir Unterstützung zur Vernichtung Frabatus Leben keine Freude mehr haben Verflucht sei er auf ewig Nachdem der Magier diese Sätze hervorgebracht hatte verschwand der unheimliche Besucher wortlos im Boden Augenblicklich löste sich die lähmende Spannung auf Völlig erschöpft vollführte der Großmeister jetzt die Entlassungsformeln für alle von ihm evozierten Wesen und fügte noch einige Schutzformeln hinzu Eilig verschloss er die magischen Hilfsmittel in den zuständigen Schränken und verließ den magischen Tempel In einem anderen Raum sank er auf ein Sofa und konnte lange Zeit keinen klaren Gedanken fassen Nach einem starken Kaffee fühlte er sich zwar etwas belebt aber die dramatischen Ereignisse dieses Tages konnte er nicht abschütteln Die Sonne stand strahlend am Himmel doch der Großmeister war in düsterer Stimmung als er mit eiligen Schritten das Logenhaus verließ und sich auf den Heimweg machte Fünftes Kapitel Am Abend des gleichen Tages war der Saal des Exzentri Clubs voll besetzt Frau Bartow veranstaltete hier für Reporter und Wissenschaftler eine Privatseance der nur geladene Gäste beiwohnen durften Es waren jedoch unter den Anwesenden auch einige FOGC Mitglieder da diese Logen allen Gesellschaftsschichten ihre Vertreter hatte Nach Beendigung der Sitzung umringten die Reporter Frau Bartow und bestürmten ihn mit Fragen Nachdem der erste Ansturm vorüber war und er die Neugier der Anwesenden schon reichlich befriedigt hatte zog er sich mit den verbliebenen Rest in einen separaten Raum zurück um die Gespräche in kleineren Kreis fortzuführen Während der Diskussionen kam auch das Thema Hypnose zur Sprache Wobei Frau Bartow mit Bedauern bemerkte dass er in Zukunft keine hypnotischen Experimente mit Personen aus dem Publikum durchführen dürfe Ein Polizei Inspektor hatte ihn auf ein neues Gesetz in dieser Beziehung hingewiesen und er hatte versprochen diese Vorschrift zu respektieren Das Hypnose Verbot erregte plötzlich die Gemüter der Anwesenden und führte dazu dass sich ein Reporter mit gehobener Stimme an Frau Bartow wandte Ich wette mit Ihnen um 500 Mark dass Sie es nicht wagen werden bei Ihrem nächsten Vortrag ein Experiment mit Hypnose vorzuführen mit Bato war sehr Es war nicht seine Art öffentliche Gesetze zu übertreten Auf der anderen Seite hielt er es für unter seiner Würde Vor den Versammelten als feige zu gelten zumal er von einigen Sensationslüsternen heftig bedrängt wurde Im Vertrauen darauf dass ihm ein rettender Einfall kommen werde nahm er deshalb tatsächlich die Wette an. Bald darauf verließ er den Club und fuhr in seinem Wagen zum Hotel. Am nächsten Morgen ließ Frau Bartow sich die Ereignisse des vergangenen Tages noch einmal durch den Kopf gehen. Es verdichtete sich der Verdacht, dass die Wette eine Falle der FOGC-Loge sein könnte. Plötzlich kam ihm eine gute Idee, auf welche Art er dieser Falle entgehen könnte, ohne die Wette verlieren zu müssen. Rasch kleidete er sich an und unternahm einen Spaziergang, wobei er seinen Plan bis in alle Einzelheiten durchdachte. Nach dem Frühstück erledigte er seine Post und fuhr in die Stadt. Auf der Wilhelmstraße betrat er eine größere Musikhandlung. Frau Bartow wandte sich an eine Verkäuferin mit der Frage, ob die Möglichkeit bestehe, seine Stimme auf Schallplatten aufzunehmen und ob er die Platten gleich mitnehmen könne. Die Verkäuferin bejahte und führte Frau Bartow in das Aufnahmestudio. Erst am Nachmittag verließ Frau Bartow das Geschäft. Beladen mit einem Stapel Schallplatten eilte er gut gelaunt seinem Hotel zu. Im großen Saal des Kunsthauses ging es lebhaft zu. Die Reporter vieler Dresdner Zeitungen wollten sich diesen Abend nicht entgehen lassen. Immer mehr Menschen drängten in den Saal, um die Experimente des rätselhaften Frau Bartow zu erleben. Der Saal hatte sich mehr als reichlich gefüllt, als Frau Bartow auf der Bühne erschien und lächelnd das Publikum begrüßte. Nachdem der Begrüßungsapplaus verstummt war, wandte er sich an die Zuschauer. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für diese Begrüßung und Ihr großes Interesse an meinen Darbietungen. Anlässlich meiner frühen Vorträge habe ich darauf hingewiesen, dass zwischen Himmel und Erde so mancherlei Dinge bestehen, die ein Mensch nicht leicht fassen und beherrschen kann. Ich durfte Ihnen einige Beweise liefern für die Kraft des Magnetismus, den Einfluss des Willens über Entfernung, für Hellsehen und Gedanken lesen. Wie bereits bei meinen früheren Vorführungen, möchte ich Sie heute wieder bitten, bei den Experimenten behilflich zu sein. Gleich zu Beginn will ich Sie mit der Welt der Verstorbenen bekannt machen und versuchen zu beweisen, dass mit dem sogenannten Tod das Dasein des Menschen nicht beendet ist, sondern im Gegenteil, das wahre Leben erst beginnt und das Leben in physischem Leib als eine Art Vorbereitung dazu angesehen werden kann. Von den bekannten Tischrücken und ähnlichen Darbietungen nehme ich Abstand, da zu solchen Versuchen gewöhnlich Scharlatane ihre Zuflucht nehmen. Ich hoffe jedoch, Sie eindrucksvoller zu überzeugen, indem ich die Geister einiger Verstorbener hier auf die Bühne zitiere. Nach dieser ungeheuerlichen Behauptung lief eine Raunen durch den Saal, das einer erwartungsvollen Stille wich, als ein Herr seinen Sitzplatz verließ und über eine Treppe die Bühne betrat. Mein Name ist Schneider, stellt er sich bei Frau Bartho vor. Ich bin Professor der Chemie. Sie sprechen sehr überzeugt von geistigen Kräften und Wesen, deren Existenz von der offiziellen Wissenschaft bis heute abgelehnt wird. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir für die geistigen Kräfte, von denen Sie sprechen, einen Beweis liefern könnten. Als Naturwissenschaftler und Skeptiker werde ich nicht leicht zu überzeugen sein. Frau Bartho wandte sich an das Publikum mit der Frage, ob er dem Herrn Professor mit einem entsprechenden Beweis antworten dürfe. Die Antwort bestand in einem vielstimmigen Ja und lebhaften Applaus. Alle Anwesenden waren gespannt und neugierig, mit welchen Experimenten Frau Bartho diesen Skeptiker überzeugen würde. Frau Bartho wies dem Professor einen Platz am Rande der Bühne zu und bat um ein paar Minuten Geduld, da er zunächst noch einige Worte über die Lehre des Spiritismus vortragen wolle. Nach einigen Sätzen ging mit dem Professor plötzlich eine sichtbare Veränderung vor sich. Er wurde auffallend blass und sein Blick wurde starr. Dann taumelte er, sackte zusammen und blieb regungslos liegen. Einige der Anwesenden schrien auf, andere erhoben sich von den Plätzen und reckten die Hälse. Frau Bartho hatte während dieser Vorgänge keine Miene verzogen und den Professor nicht weiter beachtet. Jetzt bat er mit erhobener Hand um Ruhe und sagte, Meine Damen und Herren, bleiben Sie ruhig, der Professor wird hier keinen Schaden nehmen. Um Sie zu überraschen, habe ich während des Vortrages meine Person geteilt und dem Herrn Professor einen Großteil seiner Lebenskraft entzogen. Dadurch ist er in einen todähnlichen Zustand gebracht worden. Er atmet nicht mehr und sein Herzschlag hat ausgesetzt. Eine ärztliche Diagnose würde wahrscheinlich auf Tod durch Herzschlag lauten. Während dieser Worte dachte Frau Bartho an die FOGC-Brüder, von denen sicherlich einige anwesend waren. Sie mussten innerlich geradezu toben, weil er hier öffentlich bewies, dass ein Herzschlag mit okkulten Mitteln herbeigeführt werden konnte. Dann wandte sich Frau Bartho dem Professor zu, legte dessen Füße zueinander und stellte ihn wie eine starre Holzfigur auf. Zwei Assistenten legten ihn dann so auf die Sitzfläche zweier auseinandergerückter Stühle, dass sein Körper nur unter dem Nacken und den Fersen gestützt wurde. Nachdem eine Decke über ihn gebreitet worden war, stieg Frau Bartho über einen bereitgestellten Stuhl auf seinen Bauch. Schließlich forderte er auch seine Assistentin auf, ihm zu folgen, so dass nun drei Personen auf dem Körper des Professor standen. Unbeweglich, als sei er aus Stahl, ertrug er diese Last der drei Männer. Erst nachdem sie wieder heruntergestiegen waren, löste sich die Spannung im Saal in Applaus auf. Auf ein Wort Frau Barthos stellten die Assistenten dem Professor auf die Füße und stützten ihn. Der Magier bat jetzt um Ruhe und schaute starr in eine der hinteren Ecken der Bühne. Fast unbemerkt von den Zuschauern hatte sich das Aussehen des Professors wiederum gänzlich verändert. Die maskenhafte Starre seines Gesichtes waren verschwunden, die Atmung hatte wieder eingesetzt und die Wangen färbten sich rot. Frau Bartho war jetzt dem Professor direkt zugewandt. Nachdem er ihn noch eine kurze Zeit angeblickt hatte, begann dieser frei zu atmen und blinzelte mit den Augenlidern. Wie aus einem tiefen Schlaf erwacht reckte er die Glieder, betrachtete erstaunt seine Umgebung und erst als sein Blick auf Frau Bartho fiel, kam er völlig zu sich. Jena lächelte ihn an und sagte, »Nun, Herr Professor, sicher können Sie jetzt dem Publikum eine sehr interessante Geschichte über Ihre Erlebnisse erzählen.« Noch etwas unsicher auf den Beinen ließ er sich mit Hilfe eines Assistenten auf einen Stuhl nieder. Frau Bartho fixierte ihn nochmals einige Sekunden und versetzte ihn dadurch in jenen Zustand, in dem er sich bei Betreten der Bühne befunden hatte. Jetzt stand der Professor auf, schob den Stuhl beiseite und drückte Frau Bartho die Hand. »Etwas derartiges hatte ich nicht erwartet. Bis an mein Lebensende werde ich dieses Erlebnis nicht vergessen. Noch ist mir völlig unbegreiflich, dass Sie mich während Ihres Vortrages derart beeinflussen konnten.« Frau Bartho lachte. »Diese Fähigkeit ist nur ein Ergebnis meiner langjährigen Übungen und Meditationen. Ihre Wirksamkeit haben Sie ja selbst erfahren. Nun sollten Sie aber die Zuhörer nicht länger auf Ihren Bericht warten lassen.« »Während ich aufmerksam dem Vortrag Frau Barthos folgte,« begann der Professor seinen Bericht, »bemerkte ich in keiner Weise, dass auf mich ein fremder Einfluss ausgeübt wurde. Plötzlich jedoch empfand ich eine unendliche Leere im Kopf und war unfähig, mich zu bewegen. Zu meinem größten Schrecken bemerkte ich dann, dass mein Körper vor mir auf die Bühne fiel. Das Gefühl der Starre löste sich und machte einem nie zuvor erlebten Gefühl der Ruhe, Freiheit und Leichtigkeit Platz. Nur durch einen feinen, silbrigen Faden mit meinem Körper verbunden, konnte ich mich auf der Bühne frei bewegen. Dann wurde ich Zeuge dessen, was Frau Barthos und seine Assistenten mit meinem Körper anstellten und war doch sehr erleichtert, dass dieser das Experiment ohne Schaden überstand. Während der Versuche ist einer der Assistenten auf merkwürdige Weise durch mich hindurchgegangen und ich bemerkte, dass ich auf der Bühne keinen Schatten hinterließ, obwohl ich mich durchaus als körperliches Wesen empfand. Nachdem die Assistenten meinen Körper aufgerichtet hatten, blickte Frau Barthos mich mit durchdringenden Augen an und wie von einem gewaltigen Magneten angezogen, bewegte ich mich auf meinem Körper zu. Obwohl ich mich gegen diesen Zwang sträubte, war mein Kampf vergebens und ich verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, fand ich mich in meinen physischen Körper wieder. Es besteht jetzt für mich kein Zweifel mehr, dass der menschliche Geist den Tod des physischen Körpers überlebt und sich so bewegen kann, wie Frau Barthos es in seinem Vortrag geschildert hat. Nachdem er sich bei Frau Barthos überschwänglich bedankt hatte, kehrte der Professor an seinen Platz zurück, während das Publikum begeistert applaudierte. Dann trat erwartungsvolle Ruhe ein und Frau Barthos fuhr fort. Meine Damen und Herren, es freut mich, dass Ihnen der Herr Professor als neutrale Person bestätigt hat, dass der menschliche Geist unabhängig von seinem physischen Körper existieren kann. Erwähnen möchte ich noch, dass der magische, nicht entwickelte Mensch nach seinem Tode keine Sinneseindrücke aus der physischen Welt empfangen kann. Außerdem möchte ich betonen, dass solche Experimente nicht von Laien ausgeführt werden sollen. Hat man nämlich nicht Macht über die Elemente, so kann es vorkommen, dass die Harmonie von Geist, Seele und Körper gestört bleibt und die Versuchsperson in einer Nervenheilanstalt landet. Diese Worte mögen Ihnen als Warnung dienen. Doch nun wollen wir uns weiteren Fällen zuwenden. Wer von Ihnen möchte also mit einem verstorbenen Bekannten oder Verwandten in Verbindung treten? Im Saal herrschte große Spannung, doch zunächst fand niemand den Mut zu einer entsprechenden Bitte. Bekannte Endlich meldete sich ein Herr in der Loge und das Publikum applaudierte erleichtert. Auf der Bühne stellte er sich mit dem Namen Möller vor und bemerkte, dass er Direktor einer Bank sei. Mit bewegter Stimme äußerte er den Wunsch, seine verstorbene Schwester zu sehen und etwas über ihr jetziges Schicksal zu erfahren. Um ihn zu beruhigen, bot Frau Bartho ihm einen Sitzplatz in einem Sessel auf der Bühne an und sagte, bitte nennen Sie mir den Namen der Verstorbenen und ihren Sterbetag. Elisabeth Möller, gestorben am 16. Mai 1921 im hiesigen Sanatorium. Frau Bartho fragte die Zuschauer, ob jemand die genannte gekannt habe, worauf sich sogleich eine ältere Dame in der Loge des Herrn Möller erhob und sagte, dass sie die Mutter der Verstorbenen sei. Zwei Herren aus derselben Loge erklärten, dass auch sie in verwandtschaftlichem Verhältnis zu der Verstorbenen gestanden hatten und eine Dame aus dem Parkett war ihre Freundin und Mitschülerin gewesen. Das genügt mir, sagte Frau Bartho. Es ist mir immer am liebsten, wenn möglichst viele einen gerufenen Toten identifizieren können. Und nun bitte ich um ihre Aufmerksamkeit. Von erwartungsvollem Schweigen begleitet, setzte sich Frau Bartho so in eine Ecke der Bühne, dass er von allen Zuschauern gut gesehen werden konnte. Nach wenigen Augenblicken wurde er blass und starr, dann kehrte die Farbe zurück und sein Gesicht änderte sich so auffallend, dass es Frau Bartho gar nicht mehr ähnlich sah. Die Dame in der Loge schrie auf, Liese! Frau Bartho stand graziös auf und erweckte durch seinen leichten Gang und das gänzlich veränderte Aussehen den Eindruck einer jungen Dame. Zweifellos hatte er seinen Körper an den Geist der Verstorbenen verliehen, damit diese noch einmal mit ihrem Bruder sprechen konnte. Direktor Möller, der an den Gesichtszügen seine Schwester erkannt hatte, zitterte am ganzen Körper. Er schüttelte immer wieder den Kopf, als könne er seinen Sinnen nicht trauen, bis ihn aus dem Körper Frau Barthos die bekannte, weiche Stimme seine Schwester ansprach. Willi, nie hätte ich geglaubt, dass ich noch einmal mit dir sprechen würde. Wie geht es der Familie? Ich weiß, dass unser Vater tot ist, denn ich bin oft mit ihm in Verbindung. Wie gebannt blickte der Direktor auf Frau Bartho, durch den tatsächlich seine verstorbene Schwester zu ihm sprach. Sie holte sich einen Stuhl und setzte sich in seine Nähe. Sie führten ein kurzes Gespräch über private Angelegenheiten, dann bat sie um Papier und Bleistift, um ihrem frühen, verlobten Robert zu schreiben. Das Geschriebene übergab sie ihren Bruder und reichte ihm zum Abschied die Hand. Endlich ließ sie alle Verwandten grüßen, nahm wieder auf dem Stuhl in der Ecke Platz und der Körper erstarrte wie zu Beginn des Experimentes. Nach wenigen Sekunden löste sich die Erstarrung. Das Gesicht nahm die bekannten Gesichtszüge Frau Barthos an, der sich erhob und dem Direktor zuwandte, der mit tränenfeuchten Augen das zurückgelassene Schriftstück betrachtete. Unmöglich und doch möglich, flüsterte er, und doch ist es die Handschrift meiner Schwester. Hoffentlich sind Sie jetzt überzeugt, dass Ihre Schwester noch existiert, oder zweifeln Sie daran, dass sie durch meinen Körper zu Ihnen gesprochen hat? Nein, ich zweifle nicht mehr daran, antwortete der Direktor, und ich danke Ihnen von Herzen für diese Vermittlung. Während er an seine Loge zurückkehrte, stand ihm die Verwirrung über diese zauberhaften Vorgänge im Gesicht geschrieben. Frabato erklärte den ersten Teil der Vorstellung für beendet und versprach für den zweiten Teil nach der Pause einige humorvolle Darbietungen. Von Applaus begleitet erschien Frabato nach der Pause wieder auf der Bühne. Meine Damen und Herren, begang er, in meinen vorigen Vorträgen hatte ich Ihnen einige Darbietungen in Verbindung mit Suggestion und Hypnose versprochen. Leider ist es nun polizeilich verboten worden, mit Hypnose zu arbeiten. Dies kommt mir sehr ungelegen, doch ich habe einige Vorbereitungen getroffen, um sie auf andere Weise zu unterhalten und zu belustigen. Ich werde jetzt für etwa eine halbe Stunde den Saal verlassen. Zwei Personen aus dem Publikum möchte ich bitten, mich bis zum Erfrischungsraum zu begleiten, damit ich später zuverlässige Zeugen habe. Ihnen, verehrtes Publikum, wünsche ich gute Unterhaltung. Ein Polizist und ein Herr aus dem Publikum hatten sich bereit erklärt, die Aufsicht über Frabato zu übernehmen und begaben sich mit ihm in den im selben Haus befindlichen Erfrischungsraum. Im Saal herrscht eine gewisse Spannung und alle Blicke waren auf die Bühne gerichtet, denn alle waren überzeugt, dass Frabato ihnen irgendetwas Interessantes hinterlassen hatte. Und man hatte sich nicht geirrt, denn schon erklang aus einem Lautsprecher seine Stimme. Meine Damen und Herren, obwohl ich mich außerhalb des Saales befinde, weilt mein Geist doch unter Ihnen, da wir schließlich die Vorstellung nicht unterbrechen wollen. Halten Sie sich bitte genau an meine Anweisungen. Richten Sie Ihren Blick ohne Unterbrechung auf die Bühnenmitte, als wenn ich dort persönlich anwesend wäre. Wer es fertigbringt, kann sich meine Person dort lebendig vorstellen. Jetzt gieße ich ein unsichtbares Fluidum unter alle Anwesenden, Menschen, welches vollkommene Ruhe und Ausgeglichenheit hervorruft. Sie sind so ruhig, dass es sie sogar ermüdet. Diese Müdigkeit nimmt ständig zu, wie wenn sie schwere Arbeit geleistet hätten. Mit jedem Atemzug wird die Müdigkeit größer. Der Wunsch zu schlafen beherrscht vollständig ihr Denken. Die Augenlider fallen ihnen zu und sie befinden sich bereits in einem tiefen, traumlosen Schlaf. Dieser Schlaf ist so tief, dass nichts sie aufwecken kann. Kein Lärm kann sie stören oder gar aufwecken. Sie erwachen erst dann, wenn ich den Befehl dazu gebe. Jene Damen schlafen sind, sollen laut in die Hände klatschen, pfeifen oder rufen und versuchen, ihre schlafenden Nachbarn zu wecken. Es wird ihnen jedoch nicht gelingen. Tatsächlich war ein großer Teil der Zuschauer in tiefen Schlaf gefallen und es entstand ein großer Lärm, als die wachgebliebenen versuchten, die Schlafenden mit allen möglichen Mitteln zu wecken. Es erwies sich jedoch als unmöglich. Nach einigen Minuten meldete sich wieder die Stimme Frabatus. Selbst wenn man aus Kanonen feuern würde, könnten sie die Schlafenden nicht aufwecken, denn diese befinden sich in einem tiefen Trance Zustand und werden nur auf meinem ausdrücklichen Befehl reagieren. Ich nehme jetzt alle Schläfer wieder in meinem Willen auf. Sie hören nur auf mein Wort und erfüllen genau meine Befehle. Nachdem ich bis drei gezählt habe, erwachen alle wieder. Sie fühlen sich gesund und munter und können sich nicht entsinnen, was mit ihnen vorgegangen ist. 1. Die Müdigkeit und Schläfrigkeit lässt nach, Zufriedenheit und Glück erfüllt ihr ganzes Sein. 2. Ihre Gesundheit ist gefestigt, sie fühlen sich wohl und alles Unangenehme ist verschwunden. 3. Erwachet alle Die aus dem Schlaf erwachten, schauten verwundert auf die allgemeine Heiterkeit im Saal und konnten kaum glauben, dass sie so fest geschlafen hatten. Bevor jedoch lange Erklärungen abgegeben werden konnten, forderte die Stimme aus dem Lautsprecher, dass je zehn Damen und Herren auf den bereitgestellten Stühlen auf der Bühne Platz nehmen sollten. Die Personen sollten sich paarweise setzen, immer ein Herr und eine Dame nebeneinander. Nach kurzer Verwirrung auf der Bühne war die Reihenfolge hergestellt und Frau Bartho gab weitere Anweisungen. Meine Damen und Herren auf der Bühne, sie hören jetzt deutlich Musik. Es wird ein Walzer für sie gespielt. Sie fühlen sich gedrängt, miteinander zu tanzen. Jeder Herr auf der Bühne tanzt mit seiner Nachbarin. Nichts stört sie dabei, denn zwischen Bühne und Zuschauerraum ist eine unsichtbare Wand, so dass sie das Publikum überhaupt nicht sehen können. Obwohl keine Musik zu hören war, forderten sich einige Paare förmlich zum Tanz auf und drehten sich als bald im Walzertakt. Einzelne Paare wirkten sehr komisch und das Publikum lachte laut, was die Tanzenden jedoch nicht im geringsten störte. Halt! erklang es plötzlich aus dem Lautsprecher. Der Tanz ist zu Ende. Die Damen und Herren auf der Bühne bekommen zum Abschied noch eine kleine Erfrischung. Am Rande der Bühne steht ein Korb mit Äpfeln, Birnen und Pfirsichen, aus dem sie sich bedienen dürfen. Sofort nach dem ersten Bissen, ohne diesen erst zu schlucken, erwachen sie und begeben sich mit einem Glücksgefühl zu ihren Plätzen im Saal. Bitte holen sie mich und meine Begleitpersonen aus dem Erfrischungsraum wieder auf die Bühne. Jetzt griffen die hypnotisierten Personen auf der Bühne nach dem vermeintlichen Obst. Aber sofort, nachdem sie hineingebissen hatten, erwachten sie und man hörte sie mit sauren Gesichtern schimpfen. Donnerwetter, das ist ja gar kein Pfirsich, sondern eine Zwiebel, rief einer der Betroffenen mit tränenden Augen, ein anderer, Teufel noch mal, das ist eine rohe Kartoffel. Und so ging es fort. Als schließlich der letzte das Podium verlassen hatte, holte ein Zuschauer Frabato mit seinen Begleitern aus dem Erfrischungsraum ab. Von Beifall begrüßt betrat Frabato die Bühne und wandte sich lachend an das Publikum. Aus ihren Gesichtern schließe Ich, dass Sie sich gut unterhalten haben. Es freut mich, dass Ihnen auch dieser Teil der Vorstellung gefallen hat, obwohl ich nicht im Saal anwesend war, wofür ich zwei ausgezeichnete Zeugen habe, denen ich zu Dank verpflichtet bin. Die Vorstellung ist hiermit beendet und Sie sind herzlich zu meiner nächsten Vorstellung eingeladen, die ich übermorgen hier abhalten werde. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Während sich der Vorhang langsam schloss, machte Fra Bato sich auf den Weg zu seiner Garderobe. Er war gerade mit dem Umkleiden fertig geworden, als zwei Herren unangemeldet bei ihm eintraten. Sind Sie Fra Bato? fragte einer der Herren. Als dieser bejahend nickte, zeigte er einen Dienstausweis vor und sagte Kriminalpolizei, Sie sind verhaftet, bitte folgen Sie uns. Ein bereitstehendes Auto brachte sie zum Polizeirevier, wo Fra Bato in Gewahrsam genommen wurde. Am nächsten Morgen brachten die Zeitungen ausführliche Artikel über Fra Bato's sensationelle Experimente und seine Festnahme durch die Polizei. Bereits in den Morgenstunden des Tages wurde Fra Bato dem Polizeipräsidenten vorgeführt, der sichtlich verärgert auf ihn losfuhr. Sie haben die Gesetze missachtet und trotz Verbotes mit Hypnose experimentiert. Nach Zeugenaussagen wurden mehr als hundert Personen hypnotisiert. Diese Sache wird sie teuer zu stehen kommen und sie werden es vor Gericht nicht leicht haben. Der Präsident war empört und ging nervös im Zimmer auf und ab. So eine Blamage schrie er. Mussten sie das ausgerechnet hier machen? Wie stehe ich nun da vor der Öffentlichkeit? Fra Bato saß wortlos auf seinem Stuhl und hörte dem Präsidenten gelassen zu. Er ließ ihn austoben und begann erst zu sprechen als er sah dass sein Zorn schon verrauchte. Sicher sind sie falsch informiert worden denn ich habe gestern niemanden hypnotisiert entgegnete Frau Bato sogar einer ihrer Polizeibeamten ist mein Zeuge dass ich mich in der fraglichen Zeit im Erfrischungsraum aufgehalten habe. Das Publikum musste sich fast eine Stunde lang mit meinem Schallplatten vergnügen wofür sie mir sicher keinen Vorwurf machen können. Es stand ihren Leuten auch nichts im Wege den Plattenspieler auf der Bühne abzustellen. Da ich im Saal persönlich nicht anwesend war fühle ich mich in keiner Weise schuldig. Der Präsident schaute Frau Bato misstrauisch an doch dann ließ er den Beamten holen der einen Teil der Vorstellung mit Frau Bato im Erfrischungsraum zugebracht hatte. Dieser bestätigte die schließlich reichte der Polizeipräsident Frau Bato versöhnlich die Hand und sagte Sie wären besser Diplomat geworden anstatt Zauberkünstler. Sie verstehen ihre Sache ausgezeichnet zu drehen. Sie sind frei. Bitte entschuldigen Sie den Übereifer meiner Leute. Frau Bato verabschiedete sich und fuhr gleich zu seinem Hotel. Zunächst müßte er sich einmal gründlich ausruhen, denn die Nacht in der Zelle des Polizeireviers war nicht besonders gemütlich gewesen. Am nächsten Tag brachten die Zeitungen die Nachricht von der Freilassung Frau Bartos zusammen mit der Ankündigung, dass der angesagte Vortrag am Abend stattfinden würde. Sechstes Kapitel Der Groß Der Großmeister Der Großmeister FUGC Loge besaß im elegantesten Viertel der Stadt eine schöne Villa, exklusiv eingerichtet und von einem gepflegten Garten umgeben. In Geschäftskreisen war er eine angesehene Persönlichkeit, eine Größe in seinem Beruf mit einem enormen finanziellen Einkommen. Düster blickend saß er heute in seiner Wohnung hinter dem Schreibtisch und spielte mit seinem goldenen Füllfederhalter. Unruhe beherrschte sein Gemüt, die auch durch die harmonische Umgebung nicht gemildert wurde. Langsam stand er auf und ging gedankenvoll im Zimmer auf und ab. Seine Dienerschaft hatte striktern Befehl, ihn nicht zu stören und keinen Besuch einzulassen. Zum ersten Mal seit Jahren war die Kette seiner Erfolge durchbrochen worden. Jeder Plan war ihm früher geglückt, nur dieser Fall Frabato war so hartnäckig und lag schwer auf seiner Seele. Er ahnte, dass hinter dem geheimnisvollen Mann eine weit größere Macht stand als hinter seiner Loge, die ihre Pläne nur mit Hilfe negativer Mächte verwirklichte. Ein Mensch, der sich als mächtiger erwies als er selbst, eine Tatsache, der einen unerbittlichen Hass in ihm nährte, der ihn ständig antrieb, Frabato auf jede nur mögliche Weise zu verfolgen und zu schädigen. Obwohl es ihm schwer fiel, musste er sich eingestehen, dass Frabato alle seine Angriffe zunichte gemacht hatte. Kein einziger, der die streng Gesetze der Loge verletzte und danach verurteilt wurde, war ihm bis jetzt entkommen. Ausnahmslos waren die früheren Opfer vernichtet worden, die zum Tode durch das Tepafon verurteilt wurden. Jeder Mensch hat gewöhnlich eine schwache Stelle, an der er leicht zu verwunden ist. Da der Großmeister eine solche schwache Stelle bei Frabato vergeblich suchte, rumorte Wut und Hass in ihm. Von der Tatsache, dass die Polizei Aktionen wegen des Hypnoseverbots gegen Frabato erfolglos verlaufen war, hatte man ihn bereits unterrichtet. Dieser neuerliche Misserfolg hatte seinen Laune erheblich verschlechtert und Rachegedanken durchzuckten ihn. Obwohl er sich im Allgemeinen ausgezeichnet zu beherrschen wusste, hatten seine Nerven durch die Ereignisse der letzten Zeit derart gelitten, dass man ihm seine Stimmung am Gesicht ablesen konnte. Selbst das leise Ticken der prachtvollen Wanduhr rief heute in ihm eine gesteigerte Unruhe und ein bisher nicht gekanntes Gefühl von Furcht und Grauen hervor. Lange hatte der Großmeister seine finsteren Gedanken hin und her gewälzt, als er einen guten Einfall zu haben schien, denn er setzte sich an seinen Schreibtisch und richtete einen Brief an einen Regierungsrat, der auch Mitglied der FOGC-Loge war. Lieber Bruder und Gesinnungsfreund, wie du weißt, hat Frau Bartho bereits viele unserer Pläne durchkreuzt. Vergeblich haben wir versucht, ihn als Mitglied für unsere Loge zu gewinnen und ihn von unserem guten Willen zu überzeugen. Durch seine magischen Fähigkeiten war es ihm möglich, alle Geheimnisse unserer Loge zu entdecken. Er kennt nicht nur unsere Einweihungsrituale, sondern weiß auch über die geheimsten Pläne unserer Loge Bescheid. Diese Tatsachen machen deutlich, dass dieser Mann eine permanente Gefahr für unsere Loge ist. Leider ist es bis heute nicht gelungen, ihn aus der Welt zu schaffen, wie dir selbst bekannt ist. Das Stepafone versagte bei ihm und noch nicht einmal unser verbündeter Dämonenfürst konnte für einen Erfolg garantieren. Durch seine magischen Fähigkeiten hat dieser Frabatu natürlich auch einen freien Zugang zu den geheimsten Plänen der Regierung und des Militärs. Wenn es einer feindlichen Regierung gelingen würde, ihn als Spion einzusetzen, so könnte dadurch sowohl dir, lieber Bruder, als auch dem ganzen Volk ein unermesslicher Schaden zugefügt werden. Da meine eigenen Möglichkeiten erschöpft sind, bitte ich dich um deine Hilfe bei der Vernichtung dieses gefährlichen Mannes. Die Erledigung dieser Angelegenheit liegt sehr im Interesse unserer Bruderschaft und ich hoffe, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Ich freue mich auf eine persönliche Rücksprache mit dir und bleibe dein ergebener Es. Der Großmeister verschloss den Brief, versiegelte ihn und presste sein Logenzeichen in den Siegellack. Dann rief er seinen Diener herbei und befahl ihm, den Brief sofort zur Post zu bringen. Freude spiegelte sich in seinen Zügen und errieb sich zufrieden die Hände. Er glaubte fest an das Gelingen dieses Planes, denn mit politisch Verdächtigen machte man in dieser Zeit gewöhnlich kurzen Prozess. Die politische Polizei würde die Sache schon regeln. Die Ereignisse der letzten Zeit hatten die Gesundheit des Großmeisters stark angegriffen. Er hatte erheblich an Gewicht verloren und seine Hände zitterten. Angesichts seiner ungelösten Probleme befand er sich in einem Zustand ständiger Erregung und fühlte sich um Jahre gealtert. Unwillkürlich war er vor einen großen Spiegel getreten. Während er wie verloren auf sein Spiegelbild schaute, bemerkte er plötzlich mit wachsenden Entsätzen ein phosphorzierendes Leuchten zwischen seinen Augenbrauen. Mit aufgerissenen Augen starrte er auf sein zitterndes Spiegelbild, denn er kannte die Bedeutung dieses Zeichens gut. In der Loge war es bekannt als das Todeszeichen. Vor Schreck erstarrt konnte der Großmeister seinen Blick nicht von der Flamme abwenden, die jetzt langsam größer wurde, um endlich die ganze Spiegelfläche einzunehmen. Im Hintergrund der Flamme verdichtete sich ein fratzenhaftes Gesicht mit durchdringenden Augen und eine innere Stimme sprach wie aus Grabes Tiefen. Bruder, bald ist deine letzte Stunde gekommen. Dem Großmeister brach der Schweiß aus allen Poren und er fühlte sich von eisiger Kälte umgeben. Langsam löste sich das Dämonengesicht auf, die Flamme schrumpfte zusammen und das Spiegelbild zeigte nur noch das aschgraue Gesicht des Schwarzmagiers. Obwohl er sich wie gelähmt empfand, riss er sich von seinem Spiegelbild los, ließ sich in einen Sessel fallen und verharrte regungslos einige Zeit, den Kopf verzweifelt in die Hände gestützt. Dieser verdammte Frabator, flüsterte er vor sich hin, ich darf nicht mehr an ihn denken, sonst werde ich noch wahnsinnig. Energisch verscheuchte der Großmagier seine negativen Gedanken, steckte sich eine Zigarre an und wanderte in seinem großen Arbeitszimmer auf und ab, um sich zu beruhigen. Er wurde sich bewusst, dass ihm heute noch einige Aufregungen bevorstehen würden. Der Sonnenstand erinnerte ihn daran, dass er bald würde aufbrechen müssen. Dieser Tag war der 23. Juni, der Tag der Vollversammlung der FOGC-Loge und er wollte als Vorsitzender unbedingt in ruhiger Stimmung dort erscheinen, um den anderen Brüdern als Vorbild zu dienen. Er ließ sich von seinem Diener das Abendessen zubereiten. Zum Abschluss seines Mahles trank er noch einen starken Kaffee, kleidete sich um und ließ sich mit seinem Wagen zum Logen Gebäude bringen. Der 23. Juni eines jeden Jahres ist für viele Menschen in aller Welt ein besonderer Tag, denn an diesem Tag erreicht die Sonne ihren höchsten Stand und es steht somit dem längsten Tag die kürzeste Nacht des Jahres gegenüber. Zur Feier der Sommersonnenwende werden bei vielen Völkern die Johannes- oder Sonnenwendfeuer entzündet. Bei den Brüdern des Lichts, und zwar hauptsächlich jenen der unteren Gerade, werden in dieser Nacht die sogenannten Sankt-Johannes- Evokationen durchgeführt. Bei diesem Ritual werden bis zu drei Wünsche an die unsichtbare astrale Welt gerichtet. Diese Wünsche gehen dann im Laufe des kommenden Jahres in Erfüllung, vorausgesetzt, sie verstoßen nicht gegen die Gesetze des Karma. Das Ritual dieses Sankt-Johannes- Mysteriums wird unter den Brüdern des Lichts streng geheim gehalten. Obwohl der 23. Juni eines jeden Jahres auch für die FOGC- Loge ein besonderer Tag war, so war er doch für diese keinesfalls ein Glückstag. Im Gegenteil, dieser Tag war der Unglückstag eines jeden Jahres, weil an diesem Tag ein Logenbruder, dem der Loge dienenden Dämon geopfert werden musste. Sämtliche Mitglieder ohne Rücksicht auf ihren Rang unterstanden diesem Gesetz. Die Loge zählte 99 Mitglieder. Die Zahl 100 hatte jener der Loge vorstehende Dämon, der wiederum jedem einzelnen Logenbruder einen untergeordneten Dämon Dämon Verwirklichung seiner Wünsche zur Verfügung stellte. Jeder Dämon hatte seinen besonderen Namen, sein besonderes Rufzeichen, das jeweils nur dem einzelnen Logenbruder bekannt war und bei Todesstrafe niemanden anvertraut werden durfte. Das Opfer für den Dämon wurde durch Losziehung ermittelt. Als Ersatz für den Todeskandidaten wurde ein neues Mitglied aufgenommen, dem gewöhnlich der Dämon seines Vorgängers zugeteilt wurde. Da der Todeskandidat durch das Los bestimmt wurde, konnte ein Mitglied im ungünstigsten Fall bereits nach einem Jahr dem Tode verfallen. Bei diesem Risiko war es nicht verwunderlich, dass alle Mitglieder konkrete materielle Ziele verfolgten, also einflussreiche und gut situierte Menschen waren. Ein Mitglied aus ärmeren Schichten wurde nur dann aufgenommen, wenn es den Ziedern der Loge entsprechende besondere Begabungen und Fähigkeiten vorweisen konnte. Einem solchen Mitglied wurden dann sofort größere Geldsummen zur Verfügung gestellt, bis es sich mit dämonischer Hilfe auf eigene Füße gestellt hatte. An jenem 23. Juni war wunderbares Sommerwetter. Am Abend herrschte Windstille und die Wärme des Tages lag noch über der Landschaft. Über die Gemüter der FOGC-Brüder legte sich die Furcht wie eine unsichtbare Wolke. Nur am Ende eines jeden Jahres wurde ihnen bewusst, dass diese Losziehung wie ein Damoklesschwert ständig über ihren Köpfen hing. Der große Saal im Logenhaus war heute festlich beleuchtet. 98 nummerierte Sessel standen auf ein kleines Podium hin ausgerichtet, auf dem sich der Platz für den Großmeister befand. Jedem Mitglied war eine Nummer innerhalb der Loge zugeteilt und jeder musste den Sessel benutzen, dessen Nummer mit seiner eigenen übereinstimmte. Dieser wichtigsten Vollversammlung des Jahres durfte sich kein Mitglied entziehen. Jeder Bruder musste seine Angelegenheiten so einzurichten verstehen, dass er an diesem Abend anwesend war. Der Beginn der Versammlung war für 20 Uhr festgesetzt worden, doch bereits um 1930 war der größte Teil der Mitglieder anwesend und unterhielt sich aufgeregt, jeweils in kleineren Gruppen zusammenstehend. Während die Uhrzeiger unerbittlich auf 20 Uhr vorrückten, verteilten sich die Logenbrüder auf die nummerierten Sessel. Auch der stellvertretende Vorsitzende, der gleichzeitig Schriftführer der Loge war, hatte bereits seinen Platz eingenommen. Pünktlich um 20 Uhr erschien der Großmeister im Saal. Die Anwesenden erhoben sich schweigend zur Begrüßung ihres Oberhauptes. Der Großmeister, noch geschockt durch die Ereignisse des Nachmittags, nahm seine Kräfte zusammen und eröffnete die Versammlung. Mit einem bereitliegenden Hammer schlug er dreimal auf einen großen Gong, das es laut durch den Saal dröhnte. Dann wandte er sich an die versammelten Brüder. Sehr verehrte Brüder, ich danke euch für die Begrüßung und bitte euch, die Sitzplätze wieder einzunehmen. Es freut mich sehr, dass ihr alle vollzählig erschienen seid. Wie ihr wisst, ist heute ein historischer und traditioneller Tag für unsere Loge, denn es wird ein neues Mitglied aufgenommen, während ein anderes unseren Kreis verlassen muss. Welches Mitglied uns verlassen muss, das werden wir erst nach der Losziehung wissen. Ich sehe euch an, dass ihr mit bangender Auslosung entgegenschaut. Die Logengesetze schreiben jedoch diesen Prozess zwingend vor und er wurde jenen von euch bei seiner Aufnahme in die Loge bekannt gemacht. Unser Orden besteht schon seit Jahrhunderten und ist mit denselben Gesetzen in der ganzen Welt vertreten. Die Zahl 99 ist uns heilig und hat ihre besondere Bedeutung, denn es gibt insgesamt 99 Logen in der ganzen Welt und jede dieser Logen hat wieder genau 99 Mitglieder. Alle diese Logen verfahren nach denselben Gesetzen wie wir. Der Herr der Finsternis unser Gott, den wir verehren und anbeten, hat jeder Loge ein hohes dämonisches Wesen zur Verfügung gestellt, das wiederum verpflichtet ist, jedem Logenbruder einen Dämonen Diener zu überlassen. Da der Großmeister einer jeden Loge die größte Verantwortung zu tragen hat, ist ihm jeweils jenes hohe Wesen zugeteilt, welches von unserem höchsten Gott als Oberhaupt einer jeden Loge bestimmt wurde. An diesem historischen Tag möchte ich jeden von euch daran erinnern, welche ungeheuren Vorteile er aus der Zugehörigkeit zu unserer Loge gezogen hat. Sicher kann mir niemand von euch einen Orden nennen, durch den man schneller zu Reichtum und Macht kommen kann. Wer kann seine Feinde schneller vernichten als wir? Welcher Mensch wird besser geschützt vor allen Gefahren des Lebens als die Brüder unserer Loge? Niemand! Diese Vorteile sind nur mit Unterstützung jener geistigen Mächte zu erlangen, von denen ich vorher gesprochen habe. Wir alle haben diese Vorteile für unser Leben gewählt und uns dafür verpflichtet, das Böse zu fördern und das Gute zu bekämpfen, wo immer sich uns eine Gelegenheit ergibt. dies hat dies hat sicherlich niemand von euch ernstlich als Schwierigkeit empfunden. Als Hauptrisiko verbleibt also lediglich der Anlass des heutigen Abends, wobei die Chance zum Verbleib in der Loge sehr groß ist. Ich bin jedenfalls fest überzeugt, meine lieben Brüder, dass niemand von euch diesen Schritt bedauert hat, dass es jeden in finanzieller Hinsicht sehr gut geht und er seine Pläne mithilfe seines geistigen Dieners erfüllen konnte. Der Großmeister unterbrach seine Ansprache, um die Wirkung seiner Worte auf die Mitbrüder zu beobachten. Viele drückten ihre Zufriedenheit durch ein schwaches Kopfnicken aus. Der Großmeister trank einen Schluck Wasser und wollte gerade fortfahren, die Vorteile der Loge zu loben, als ihm plötzlich die Erinnerung an seinen erfolglosen Kampf gegen Frabato durch das Gehirn zuckte. Zorn durchglühte ihn und nur mühsam beherrscht fuhr er fort. Verehrte Brüder, wie ihr wisst, hat sich den Zielen unserer Loge ein mächtiger Feind entgegengestellt. Es ist der Magier Frabato. Leider blieben unsere bisherigen Angriffe gegen ihn erfolglos und selbst gegen das Tepa Fon wusste er sich zu verteidigen. Ich fordere euch deshalb auf, in dieser Angelegenheit gut zusammen zu halten. Dieser Mensch kann jeden von uns gefährlich werden. Deshalb muss hier das Motto gelten Einer für alle für einen. Diesen Aufruf brachte der Großmeister ein geradezu extatischer Stimmung vor. Trotzdem blieb eine Anzahl der Brüder reserviert, weil sie sich nicht für die persönliche Rache des Großmeisters einsetzen wollten. Einigen ran ein Schauer über den Rücken und Furcht spiegelte sich in ihren Gesichtern. Es wurde manchen in dieser Runde klar, dass ihnen hier ein Mensch gegenüber stand, dessen Macht größer war, als die der Loge. Wer hatte jemals dem Tepafon widerstanden, dass jeden den Tod bringen konnte, ohne Rücksicht darauf, an welchen Ort der Erde er sich befand? Es musste schon eine besondere Bewandtnis haben, dass sich der Großmeister persönlich mit dieser Angelegenheit befasste und der Bruderschaft sogar von den Schwierigkeiten berichtete. Der Gedanke an einen solchen mächtigen Gegner bewirkte in vielen Brüdern eine erhebliche Unruhe, die dem Großmeister nicht verborgen blieb. Mit einem triumphierenden höhnischen Lachen fuhr dieser deshalb fort. Ha, ha, wie ich bemerke, wird vielen von euch schon durch den Namen Fra Bato Angst und Bange. Es soll nicht verschwiegen werden, daß dieser Mann mir viele kummervolle Stunden bereitet hat. Aber unsere Loge kennt viele Wege zur Vernichtung eines Gegners. Wie Wie ihr wisst, steht mir der Herr der Finsternis immer mit Rat und Tat zur Seite. Seid unbesorgt, meine Brüder. Dank meiner guten Verbindungen ist es mir gelungen, Fabato als politisch verdächtig zu melden. Ha, zwar weiß ich, dass er sich in keiner Weise politisch betätigt, aber trotzdem wird keine Woche vergehen, bis er hinter Schloss und Riegel sitzt. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zu seinem Tode, denn für ein gutes Entgelt finden wir genug Leute für diese Aufgabe. Jedenfalls kann ich versprechen, meine Brüder, dass Fabato in wenigen Tagen nicht mehr am Leben sein wird. Die letzten Worte des Großmeisters ließen die Anwesenden erleichtert aufatmen, denn das Thema Fabato hatte sich bei vielen bereits zum Albtraum entwickelt. Der Großmeister bemerkte mit Genugtuung, dass die Geschlossenheit der Loge wiederhergestellt war. Erleichtert übergab er das Wort dem Schriftführer und setzte sich auf seinen Platz. Dieser dankte dem Großmeister für seine Ausführungen und wandte sich dann an die Versammelten. Sehr verehrte Brüder, wie euch bekannt ist, seid ihr heute zur Abgabe eurer in Geheimschrift abgefassten Berichte verpflichtet. Sie sollen jene Arbeiten betreffen, die ihr im Laufe des vergangenen Jahres mit Hilfe eures Dämonendieners durchführen konntet und uns eine gewisse Kontrolle ermöglichen, damit wir prüfen können, ob die Bedingungen unseres Vertrages mit den dämonischen Mächten auch eingehalten werden. Jene Brüder, die mit ihren Dienstgeistern besondere Probleme oder Schwierigkeiten hatten, können diese nach Schluss der Sitzung mit dem Großmeister besprechen. Dieser wird dann die Angelegenheiten mit den entsprechenden geistigen Wesen klären. Nun, meine Brüder, bitte ich um die Abgabe der Berichte und erinnere noch einmal daran, dass diese mit der jedem Logenmitglied zugeteilten Nummer versehen sein müssen. Zwei Mitglieder wurden berufen, die gesamten Berichte einzusammeln und den Schriftführer zu übergeben. Sorgfältig prüfte dieser die Unterlagen auf Vollzähligkeit. Hinter dem Sitz des Großmeisters befand sich eine reich geschmückte Kommode. Mit langsamen Bewegungen, als wollte er die Zeit anhalten, verschloss der Schriftführer die Berichte in einer Schublade dann öffnete er eine andere, hob ein Holzkästchen heraus und stellte es auf einen Tisch, der sich neben der Kommode befand. Ernst schaute der Schriftführer über die Versammlung, dann öffnete er das schicksalstragende Kästchen, in dem sich 99 kleine Briefumschläge befanden, welche zur Auslosung des Todeskandidaten dienten. Die Umschläge bargen im Inneren, von außen unsichtbar, die Mitgliedsnummern der Logenbrüder. Eine beklemmende Stille hatte sich über die Versammlung gelegt, denn diese Stunde war für jedes Mitglied die schwerste und grauenhafteste im ganzen Jahr. Aus einem Nebenzimmer holte der Schriftführer eine Trommel, die so auf ein Gestell montiert war, dass man sie an einem Griff um eine Achse rotieren lassen konnte. Diese Trommel stellte er in der Mitte des Saales und öffnete eine daran angebrachte verschließbare Klappe. Dann holte er das Kästchen mit den 99 Umschlägen, legte den Umschlag mit der Nummer des toten Bruders Silessius zur Seite, warf vor den Augen der Brüder einen nach dem anderen hinein und schloss die Klappe wieder. Bruder führte nun Elli herein, die Tochter des Hausmeisters. Sie kannte ihre Aufgabe bereits, denn schon einige Jahre hindurch hatte man ihre Dienste an diesem Tag in Anspruch genommen. Der Ernst dieser Stunde war ihr in keiner Weise bewusst. Mit dem Hinweis, dass man wieder ein Mitglied für eine besondere Mission auslosen wolle, hatte sie sich stets zufrieden gegeben. Die großzügige Entlohnung, die man ihr für diese kleine Arbeit zukommen ließ, verhinderte außerdem jede weitere Neugier. Sie wusste nur zu gut, dass zu viel Neugier ihren Vater die Stellung kosten konnte. Der Schriftführer verband verband der jungen Dame sorgfältig die Augen und führte sie zu der Trommel. Dann ergriff er die Kurbel und ließ die Trommel rotieren. Zehnmal links und zehnmal rechts herum öffnete die Klappe, führte Ellies Hand darüber und bat das Mädchen, einen Umschlag herauszuziehen. Ohne zu zögern, griff Elli abnahm und für alle sichtbar auf den Tisch legte. Sich zur Ruhe zwingend löste er die Binde von Ellies Augen, überreichte ihr die Belohnung und geleitete sie mit freundlichen Worten aus dem Haus. In den Saal zurückgekehrt erwarteten ihn die versammelten Brüder mit bleichen Gesichtern. Er griff nach den schicksalshaften Umschlag und zog die Nummer heraus. Laut verkündete er mit bebener Stimme das Ergebnis. Es ist die Nummer eins, die Zahl unseres Großmeisters. Bei den Brüdern der Loge löste sich die Spannung in die verschiedensten Reaktionen auf. Während viele das Ergebnis erregt kommentierten und diskutierten, saßen andere in stummer Erleichterung auf ihren Plätzen, die Gesichter in die Hände gestützt. Der Großmeister, der sich bei der Ziehung erhoben und aufmerksam zugesehen hatte, war nach der Verkündung des Ergebnisses kreidebleich in seinem Stuhl zurückgesunken. Seine Augen waren starr zur Decke gerichtet und aus seinem Mund kamen unverständliche Worte. Vor seinem inneren Auge verdichtete sich eine Dämonenfratze, Todesschweiß trat auf seine Stirn und verzweifelt stieß er hervor »Frabato!« Bei allen Mitgliedern erweckte dieser Vorfall ein unheimliches Grauen, denn in den letzten Jahren hatte niemand so feige dem Tod in die Augen gesehen wie dieser Großmeister. Zwar waren auch die früheren Todeskandidaten schwer getroffen durch ihr Schicksal, aber sie hatten sich doch um äußere Haltung bemüht. Der Großmeister dagegen, der ein Vorbild für alle Logenbrüder darstellen sollte, zeigte in diesen Minuten ein Bild des Jammers. Es dauerte einige Zeit, bevor er sich wieder gefangen hatte. Endlich noch mit dem Gesichtsmuskeln zuckend wandte er sich mit gebrochener Stimme an die Versammlung. Liebe und verehrte Brüder, wie ihr alle wisst, habe ich in der letzten Zeit viel mit Frau Bartho zu kämpfen gehabt. Auf mehreren Wegen habe ich versucht, ihn zu vernichten, aber es ist mir bis jetzt nicht gelungen. Wie ich euch bereits geschildert habe, widerstand er sogar den Tepafon, das unsere mächtigste Waffe ist. Daraus lässt sich schließen, dass Frau Bartho mit gewaltigen Mächten im Bunde sein muss. Da ich der größte Feind Frau Barthos bin, zweifle ich nicht im geringsten, dass er durch seine magischen Kräfte die Losziehung derart beeinflusst hat, dass gerade meine Nummer gezogen wurde. Viele von euch waren bei seinen Vorträgen anwesend, in denen er öffentlich bewiesen hat, dass er auf jede Entfernung durch seinen Willen andere Menschen beeinflussen und gefügig machen kann. Der Großmeister stockte und blickte erwartungsvoll in die Runde. Viele nickten zustimmend mit dem Kopf, denn sie hatten die erwähnten Vorträge besucht. Als der Großmeister sah, dass man Verständnis für ihn zeigte, fuhr er ermutigt fort. Meine Brüder, bitte bedenkt, dass ich der Einzige bin, der unermüdlich versucht hat, ihn zu vernichten. Deshalb behaupte ich, dass er heute Elli magisch beeinflusst hat. Gerade meine Nummer aus der Trommel zu ziehen, aus diesem Grunde erkenne ich die Ziehung nicht an. Nach diesen Worten bereitete sich im Saal ein gedämpftes Murren aus, denn selbstverständlich hätte jeder außer dem Großmeister gerne auf eine weitere Ziehung verzichtet. Die Logenbrüder hatten wohl bemerkt, dass Feigheit und Todesfurcht ihren Widerspruch konnten sie jedoch nicht anmelden, denn in den Gesetzen der Loge stand geschrieben, dass der Großmeister sogar dreimal hintereinander die Losziehung verlangen konnte. Dies kam jedoch nur sehr selten vor und hatte sich in den letzten zwei Jahrhunderten in allen 99 Logen nur zweimal zugetragen. Der Großmeister klammerte sich jedenfalls an die Hoffnung, dem Schicksal noch einmal zu entgehen. Als Todeskandidat hatte er das Recht verwirkt, die Loge weiterhin zu leiten. Nach der Satzung rückte der Schriftführer in einem solchen Fall zur Position des Großmeisters und Vorsitzenden auf. Dieser wandte sich deshalb jetzt an die Versammlung. Sehr verehrte Brüder, zu unserem Bedauern ist diesmal unser geschätzter Großmeister durch die Ziehung betroffen worden. Jahrelang hat er unsere Loge als Meister gewissenhaft geführt und sich unsere Achtung erworben. Wie ihr wisst, steht ihm das Recht zu, eine dreimalige Ziehung des Loses zu verlangen. Seine Begründung, dass Frau Bartow durch magische Macht das Todesurteil auf seine Person übertragen hat, ist für uns durchaus verständlich. Für die zweite Losziehung schlage ich gewisse Vorsichtsmaßnahmen vor, denn es stehen uns Mächte zur Verfügung, mit deren Hilfe wir einen etwaigen Einfluss Frabatus ausschalten können. Für die folgende Losziehung ist es vorgeschrieben, dass jedes Mitglied die Trommel dreimal dreht. Wer dafür ist, hebe bitte die Hand. Dieser Aufforderung folgten alle Mitglieder und selbst der totgeweihte Großmeister hob eilig seinen rechten Arm. Diese zweite Auslosung lag allen Logenbrüdern schwer auf der Seele, denn wenn der Großmeister Recht hatte, dann konnte es jeden anderen treffen. Der Vorschlag ist einstimmig angenommen, fuhr der Schriftführer in seiner Rede fort. Ich danke euch für das Verständnis, das ihr unserem Großmeister entgegenbringt. Unser nächster Schritt wird nun sein, mit Hilfe unseres Mediums festzustellen, ob Frau Bartow zu dieser Stunde irgendeinen Einfluss auf unsere Loge ausübt. Bruder H., bitte bringe die Tochter des Hausmeisters noch einmal zu uns. Der aufgerufene Bruder verließ den Saal und führte nach kurzer Zeit das Mädchen herein. Der Schriftführer, nicht nur ein geübter Schwarzmagier, sondern auch ein geschickter Diplomat, begrüßte wohlwollend das Mädchen. Liebe Elli, bitte entschuldige die späte Störung, aber wir brauchen dringend noch einmal deine Hilfe. Es haben sich einige Differenzen ergeben, die wir durch deine Mitarbeit ausgleichen wollen. Dafür bekommst du auch diesmal die doppelte Entlohnung von uns. Obwohl Elli die Umgebung kannte, schien ihr eine eigenartige, unhaltvolle Stimmung über dem Saal zu liegen. Trotzdem antwortete sie in ihrer ungezwungenen Art, es macht nichts, dass es schon so spät ist. Bei einer solch guten Entlohnung helfe ich natürlich besonders gerne. Eine Liege war in die Mitte des Saals gebracht worden und Elli legte sich bereitwillig darauf, denn manche Prozeduren waren ihr schon geläufig. Jetzt bildeten 21 der Brüder um Elli einen Kreis und der Schriftführer versetzte das Mädchen mittels seiner magnetischen Kraft in tiefen hypnotischen Schlaf. Dann rief er in ihr den Zustand der Hellsichtigkeit hervor und gab ihr folgenden Befehl. Begib dich im Geist zu Frau Bartho und berichte mir, womit er sich gerade beschäftigt. Nach kurzem Zögern schilderte Elli mit wenigen Worten, dass Frau Bartho sich auf einer Bühne befinde und dort Experimente durchführte. Die Frage des Schriftführers, ob Frau Bartho irgendeinen Einfluss auf sie ausübe, verneinte sie entschieden. Nach diesen Auskünften wuchs die Erregung im Saal, denn die Brüder sahen die Behauptungen ihres Großmeisters als widerlegt an. Der Schriftführer mahnte zur Ruhe. Der Großmeister saß bleich in seinem Stuhl, wohlwissend, daß die Wogen der Erregung gegen ihn gerichtet waren. Plötzlich sprang er auf und schrie in den Saal, Frau Bartho beeinflusst euch alle! Und wenn er es nicht selbst tut, denn schickt er seine Wesen, von denen er ja Tausende zur Verfügung hat! Der Ausruf, daß Frau Bartho Tausende von geistigen Helfern zur Verfügung habe, wohingegen jedes Mitglied der FOGC-Loge nur über einen einzigen Dienstgeist verfügte, überraschte die Anwesenden nicht wenig und verstärkte die Unruhe im Saal erheblich. Der Großmeister wurde sich bewusst, daß er einen Fehler gemacht hatte. Anstatt Frau Bartho zu erniedrigen, hatte er sich selbst und seine eigene Loge herabgewürdigt. Erschöpft barg der Großmeister seinen Kopf in den Händen und murmelte verzweifelt »Ich bin mit den Nerven fertig, ich kann einfach nicht mehr.« Der Schriftführer mahnte laut und energisch zur Ruhe und es gelang ihm, die Anwesenden zu beschwichtigen. Noch immer bildeten die 21 Brüder einen Kreis um das schlafende Mädchen, dem sich der Schriftführer nun wieder mit eindringlicher Stimme zuwand. »Wenn du aufwachst, bist du frei von jedem Einfluss. Keine Kraft dieser Welt kann dich beeinflussen, weder bewusst noch unbewusst. Kein fremdes Wesen kann deine Hände lenken, alles tust du aus eigenen Ermessen. In Gedanken zitierte er dann vier negative Fürsten der Elemente in die Ecken des Saales als Beistand, wodurch ein weiterer Schutz gegen Beeinflussung gegeben war. Nur für Geistesaugen sichtbar wachten diese negativen Elemente Fürsten über den Ablauf der Zeremonie. Die Evokationsformeln für die Elemente Fürsten waren nur dem Großmeister und dem Schriftführer bekannt. Nachdem er die Beschwörung abgeschlossen hatte, versicherte er den Logenbrüdern, dass nun ein vollkommener Schutz gegen jeden fremden Einfluss gegeben sei und nur die höchste göttliche Vorhersehung ihren Einfluss gelten machen könne. Die Nummer des Großmeisters wurde in einen neuen Umschlag gesteckt und wieder in die Trommel geworfen. Die im Kreise stehenden Brüder wiederholten im Geiste jene Formel, die für die Wirksamkeit des magischen Kreises erforderlich war. Der Schriftführer weckte jetzt durch eine entsprechende Formel das Medium auf, welches erstaunt in die verstörten Gesichter der umstehenden Brüder blickte, sich bewusst werdend, dass sich während ihres Schlafes Ungewöhnliches ereignet haben musste. Der Schriftführer verband dem Medium persönlich die Augen, führte es zu der Trommel und forderte es auf, einen Umschlag herauszuziehen. Ruhig griff Elli in die Trommel und zog einen Umschlag heraus. Im Saal herrschte Totenstille und alle starrten wie gebannt auf den Umschlag. Der Schriftführer nahm den Umschlag und legte ihn auf den Tisch. Dann nahm er Elli die Augenbinde ab und führte sie eilig aus dem Saal. In einem Nebenzimmer bot er ihr einen Sessel an, und bat um eine Viertelstunde Geduld, weil die Möglichkeit bestand, dass man ihre Hilfe noch einmal benötigen werde. In den Saal zurückgekehrt, öffnete er sofort mit zitternden Händen den verhängnisvollen Umschlag und zog und zog die Nummer heraus. Es war wieder die Nummer eins. Ein qualvolles Stöhnen entrang sich der Brust des Großmeisters, der sich jetzt rettungslos verloren sah, während die übrigen Brüder erleichtert aufatmeten. Alle Zweifel waren jetzt von der Versammlung gewichen, dass das Todesurteil den dazu Auserwählten getroffen hatte. Bei manchen der Brüder begangen sich angesichts dieser Ereignisse das Gewissen zu regen. Die Blicke der Anwesenden waren nun erwartungsvoll auf den Großmeister gerichtet, der sich zur Annahme des Urteils bekennen musste. Endlich raffte er sich auf und schrie von Todesangst erfüllt, Unmöglich! Unmöglich! Ich glaube nicht an die Wahrheit dieses Urteils! Hier geht etwas vor, was gegen mich persönlich gerichtet ist, um mich zu vernichten! Wenn auch Frau Bartho nicht selbst mitgewirkt hat, so stehen ihm doch die Mächte zur Verfügung, die all dies in die Wege geleitet haben! Ich fordere mein Recht auf eine dritte Ziehung! Erst dann will ich mich geschlagen geben! Eine dritte Ziehung musste von der Mehrheit der Logenbrüder gebilligt werden. Der Schriftführer ergriff das Wort. Es ist das Recht des Verurteilten eine dritte Ziehung zu verlangen. Dies kann jedoch verhindert werden, wenn die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen nicht zustande kommt. Bedenkt aber, dass die Ablehnung einen ersten Zweifel an der Wahrheit dieser Losziehung an unseren Logen Gesetzen bedeutet. Jene, die einer dritten Ziehung zustimmen, mögen den Arm heben. Die dramatischen Ereignisse des Abends hatten viele der Brüder seelisch aufgewühlt. Die Angst um den eigenen Kopf und die Hoffnung, dass sich das Urteil ein drittes Mal bestätigen werde, kämpften einen harten Kampf. Nach einigen Minuten hatten sich jedoch 60 Brüder für eine dritte Ziehung entschieden und das Schicksal konnte seinen Lauf nehmen. Noch während der Vorbereitungen zur dritten Ziehung sprang der Großmeister plötzlich auf und rief wie von Sinnen in den Saal, diesmal werde ich das Los selbst ziehen, denn mich kann weder Frau Bartow noch eine andere Macht dieser Welt beeinflussen. Nachdem diese Worte gefallen waren, eilte der Schriftführer hinaus, um Elli zu entlohnen und für diesen Abend zu verabschieden, denn ihre weitere Anwesenheit war jetzt überflüssig geworden. Nach der Rückkehr in den Saal bereitete der Schriftführer sofort die Trommel für die letzte Ziehung vor. Obwohl sich alle Logenmitglieder beim dreimaligen Drehen der Trommel sehr beeilten, konnten viele das Ende der Prozedur kaum abwarten. Als die Trommel vorbereitet war, verband der Schriftführer dem Großmeister mit demselben Tuch die Augen, das vorher für das Medium benutzt worden war. Wieder herrschte atemlose Stille im Saal. Hektisch wühlte der Großmeister in den Umschlägen. Dann hatte er einen Umschlag ergriffen und aus der Trommel herausgezogen. Noch ehe der Schriftführer ihm helfen konnte, hatte er sich die schwarze Binde selbst von den Augen gerissen und zu Boden geworfen. Mit zitternder Hand griff er in den Umschlag und zog die Nummer heraus. Es war wieder die Eins. Wie hypnotisiert starrte er auf die Zahl, während das Dämonengesicht wieder vor ihm aufstieg und höhnisches Gelächter in seinen Ohren dröhnte. Bewusstlos sank er zu Boden. Man trug den Großmeister in einen Nebenraum und bettete ihn dort auf ein Sofa, ohne sich weiter um ihn zu kümmern. Er hatte endgültig seine Position als Großmeister und Vorsitzender der Loge verloren und war jetzt nur noch ein Todeskandidat. Bei einer der nächsten Sitzungen würde man den Schriftführer offiziell zum Großmeister der Loge ernennen, während der fähigste der anderen Brüder zum Schriftführer aufrücken würde. Die letzten Stunden mit den dramatischen und tragischen Ereignissen hatten auf alle Mitglieder einen tiefen Eindruck gemacht, den sie ihr ganzes Leben lang kaum vergessen würden. Solcher Vorfälle wusste sich kein einziger Bruder zu entsinnen, obwohl manche schon seit vielen Jahren in der Loge waren. Bei einer der nächsten Sitzungen würde man den Schriftführer offiziell zum Großmeister der Loge ernennen, während der fähigste der anderen Brüder zum Schriftführer aufrücken würde. Die letzten Stunden mit den dramatischen und tragischen Ereignissen hatten auf alle Mitglieder einen tiefen Eindruck gemacht, den sie ihr ganzes Leben lang kaum vergessen würden. Solcher Vorfälle wusste sich kein einziger Bruder zu entsinnen, obwohl manche schon seit vielen Jahren in der Loge waren. Der neue Großmeister rief eine Pause von einer halben Stunde aus und der Saal leerte sich. Viele hatten das Bedürfnis nach frischer Luft und gingen in den Park hinaus, um in kleinen Gruppen das Geschehen zu diskutieren. Andere wiederum versuchten, sich im Erfrischungsraum zu beruhigen. Wie man in grauer Vorzeit manchen Gottheiten Menschen zum Opfer brachte, so war dies auch hier der Fall, nur, dass die Art und Weise dem gegenwärtigen Zeitalter angepasst war. Die Gesetze der Loge schrieben vor, dass jedes Jahr ein Mitglied dem leitenden Dämon zu Opfern war. Da das Todeslos nicht an die Dauer der Zugehörigkeit zur Loge gebunden war, konnte es jeden der Brüder treffen, ohne Rücksicht darauf, ob er gerade erst eingetreten oder schon seit vielen Jahren Mitglied war. Ein Glockenzeichen rief die Brüder in den Saal zurück. Nachdem alle ihre Plätze eingenommen hatten, erhob sich der Vorsitzende und wandte sich an die Versammlung. Meine verehrten Brüder, wir haben am heutigen Abend dem Herrn unserer Loge sein Opfer ausgelost. Es ist ein großes Opfer, denn in der Person des Großmeisters haben wir viel verloren. Trotzdem denke ich, dass wir alle von diesem Abend die Überzeugung mitnehmen, dass bei dem jährlichen Auslosen des Opfers kein Betrug im Spiel ist. Mag auch unsere Tätigkeit unserer Loge auf Täuschung und Lüge aufgebaut seien. Bei diesen Verlosungen gibt es kein Betrug. Gerade die heutige Auslosung hat gezeigt, dass die Gesetze der Loge von hohen, unerbittlichen Mächten 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 durch durch sein Verhalten sondern in der Geschichte der Loge wird sein Name unter den Ehrenvollen erscheinen. Nach den Logengesetzen müssen ausscheidende Brüder durch neue Mitglieder ersetzt werden. Heute werden wir nur meinen Platz neu besetzen. Für Bruder Silessius werden wir ein weiteres Mitglied bei einer der nächsten Versammlungen aufnehmen. Bruder F hat für einen seiner Freunde Fürsprache geleistet und uns versichert dass er für dessen Schweigsamkeit und Treue mit seinem Leben birgt. Bitte Bruder F führe deinen Freund herein. Einer aus der Runde erhob sich verließ den Saal und kehrte nach einigen Minuten mit einem jungen Mann zurück den er als seinen Freund vorstellte. Der neue Großmeister reichte ihm die Hand und begrüßte ihn im Namen der Loge. Für die lange Wartezeit entschuldigte er sich damit dass unvorhergesehene Komplikationen einige Räten dieses Abends verzögert hätten. Der Fremde hatte bereits vor diesem Tag den Aufnahme Bedingungen zugestimmt deshalb erwartete ihn jetzt nur noch die Vereidigung und die Zuteilung von Name und Nummer Während der Großmeister die Nummer 1 übernahm wurde dem neuen Mitglied die Nummer 2 und der Logen Name C zugeteilt. Nachdem C schwerwiegende Eide auf die Logengesetze geschworen hatte, wurde ihm ein dämonisches Wesen zur Verwirklichung seiner Wünsche zugewiesen. Er wurde über die Methoden zum Umgang mit diesem Wesen und die Führung des Tätigkeitsbuches aufgeklärt. Eine Formel wurde ihm anvertraut, die er bei der Kampftelepathie und bei schwarzmagischen Praktiken benutzen konnte. Auch die Logen Namen der anderen Brüder wurden ihm mitgeteilt, aber nicht ihre bürgerlichen Namen. Innerhalb der Loge wurden ausschließlich die Logen Namen benutzt. Nach den Aufnahme Zeremonien für den neuen Bruder C erklärte der Großmeister die Versammlung offiziell für beendet. Die Uhr zeigte bereits nach Mitternacht. Deshalb löste sich die Runde schnell auf, bis schließlich nur der neue Großmeister zurückblieb, der den Logenbericht abschloss. Als er seine Arbeiten beendet hatte, lenkte er seine Schritte zu jenem Zimmer, in das man den verurteilten ehemaligen Vorsitzenden und Großmeister gebracht hatte. Zu seinem Erstaunen lag dieser noch immer auf dem Sofa, halbbewusstlos und fähig, sich aus eigener Kraft zu entfernen. Da der neue Großmeister jedoch in Heilberuf tätig war, löste er das Problem auf seine Weise. Schnell holte er seine Tasche mit ärztlichen Utensilien und verabreichte dem Todgeweihten eine starke Kreislaufspritze, die diesen nach wenigen Minuten wieder auf die Füße brachte. Der Großmeister geleitete das völlig deprimierte Opfer bis zu seinem Auto. Der Fahrer schreckte bei Ankunft der beiden Männer hoch, denn ihm hatte durch das lange Waden der Schlaf übermannt. Eilig öffnete er jetzt für seinen Herren die Wagentür. Die Herangetretenen verabschiedeten sich kurz. Schwer ließ sich der verurteilte Großmeister in die Polster fallen, dann wurde die Tür geschlossen und der Wagen rollte in die Nacht hinaus. Gedankenvoll hatte der neue Großmeister dem Auto nachgeblickt. Endlich wandte er sich zum Haus, verschloss sorgfältig alle Türen und machte sich auf dem Heimweg. Nach einer Stunde Fahrzeit erreichte der abgesetzte Großmeister der FOGC-Loge seine Villa. Der Fahrer geleitete seinen Herren am Arm bis ins Haus, da dieser einen sehr kranken und apathischen Eindruck machte. Seine Frage nach weiteren Diensten wurde jedoch nur durch eine abwehrende Handbewegung beantwortet, worauf er sich schnell und leise entfernte. Müden Schrittes begab sich der Großmeister in sein Arbeitszimmer und streckte sich langsam auf einem Sofa aus. An Schlaf war nicht zu denken, ausdruckslos starrten seine Augen zur Decke. Wie im Film liefen die wichtigen Ereignisse seines Lebens durch seine Vorstellung. Bilder zusammengesetzt aus Verleumdung, Betrug, Lüge und Mord. Gewissensbisse waren ihm seit langem fremd. Selbst seine ungewisse Zukunft als Diener der Dämonen reichte nicht aus, seinen Gedanken noch eine positive Richtung zu geben. Im Gegenteil, Zorn und Haß auf alle positiven Kräfte hielten ihn gefangen und erfüllten ihn in einem Maße, wie es nur bei einem Schwarzmagier der Fall sein kann. Welche Flüche hatte er auf sein Haupt geladen, nur um irdische Güter zusammen zu raffen? Jetzt mußt er alles hinter sich lassen, denn soweit kannte er die geistigen Gesetze, in dieser Situation gab es keine Rettung mehr, denn Dämonen konnte er nicht entkommen. Halbgeistesabwesen stand er auf, goss Wein in ein Glas und entnahm einem kleinen Schrank ein Pulver, das er in den Wein schüttete. Mit zitternder Hand hob er das Glas. Ein hohen Gelächter schien den Raum zu erfüllen. Schwindel erfasste ihn, mit einem einzigen Zug trank er den Inhalt aus. Ein brennendes Gefühl richtete ihm einen Moment auf. Er stand wie gebannt, den Blick in die Ferne gerichtet, dann fiel ihm das Glas aus der Hand und zersplitterte am Boden. Er wankte und sank leblos zu Boden. Das Gift hatte seine Wirkung getan. So endete das Leben des Schwarzmagiers S., gerichtet durch seine eigene Hand. Siebtes Kapitel Es war wieder ein turbulenter Vortragsabend gewesen. Die Zuschauer hatten geheimnisvolle magische Experimente erlebt. Danach hatte Frau Bartho noch zwei Stunden lang die Fragen von Reportern und Interessierten beantwortet. Frau Bartho war froh, als der Trubel vorüber war und er endlich in seinem Wagen zum Hotel fuhr. Es war schon Mitternacht, als er sein Hotelzimmer betrat. Bald darauf lag er müde und abgespannt im Bett, um sich der ersehnten Nachtruhe hinzugehen. Eigenartigerweise konnte er trotz seiner großen Müdigkeit nicht einschlafen. Er änderte mehrmals seine Lage doch ohne Erfolg. Eben hatte er sich noch einmal entspannt und wollte bewusst seine Gedanken ausschalten, als er eine fremde Kraft in seinem Zimmer wahrnahm. In In Mitte des Zimmers verdichtete sich eine graue Wolke und wurde von innen heraus immer lichter und schleuderte unzählige Lichtfunken aus sich heraus. Diese Lichtfunken zogen die verschiedensten Kreise im Zimmer und leuchteten an allen Farben des Regenbogens, bunt gemischt wie in einem Kaleidoskop. Ein Knistern wurde hörbar, während sich das Licht in der Wolke mehr und mehr verdichtete. Frabato, eingeweiht in alle nur denkbaren magischen Praktiken, richtete sofort seine hellsichtigen Augen auf die Erscheinung und erkannte, dass ein ihm bekanntes hohes Wesen der Erdgürtelzone seinen Besuch ankündigte. Er ahnte, dass dieser Besuch einen wichtigen Grund haben musste, denn sonst würde sich kein Wesen ungerufen zu dieser Stunde bei ihm sehen lassen. Außerdem verdichtete sich das Wesen aus eigener Kraft, während normalerweise eine solche Materialisierung auf Kosten des anwesenden Menschen geschieht. Vor den Augen Frabatus formte sich die Lichtwolke zur Gestalt des geistigen Wesens. Dieses richtete seinen strahlenden Blick auf ihn, und sprach ihn mit ernster Stimme an. Frabatu, dir droht Gefahr. Du musst bis zum Mittag des kommenden Tages diesen Ort verlassen haben. Durch Lüge und Verleumdung haben deine Gegner dich des Landesverrats beschuldigt. Diese politische Verdächtigung gefährdet dein Leben, deshalb musst du schnell handeln. Ein Haftbefehl für dich ist schon ausgestellt worden. Es bleibt keine andere Möglichkeit als die Flucht, denn ein offener Kampf ist bei der jetzigen fanatischen Weltanschauung zwecklos. Lass dein Hab und Gut zurück, eile und flüchte, ich warne dich. Die letzten Worte klangen bereits wie aus weiter Ferne. Das Wesen zerfloss in lichten Nebel, die sich langsam auflösten. Es wurde wieder finster im Zimmer. Nur ein angenehmer Duft erinnerte noch an den fremden Besuch. Fra Bartho war hellwach geworden und wie aufgerüttelt. Er kannte diese Intelligenz gut und hatte keine Zweifel, dass die warnenden Worte auf Wahrheit beruhten. Vor der Ausarbeitung seiner Fluchtpläne versäumte er nicht, sich vollständig mit Akasha zu umhüllen, damit seine Gedanken und Pläne in den geistigen Welten unsichtbar blieben. Andernfalls hätten seine Gegner die Möglichkeit gehabt, mit Hilfe von Trance-Medien oder Wesen seine Pläne zu erkennen. Das Geheimnis der vollkommenen Auslöschens der Schrift im Akasha-Prinzip war den Gegnern nicht bekannt. Nur wenigen Menschen auf der Erde, die wie Frabato zu den Brüdern des Lichtes zählten, kannten diese Geheimnisse und ihre praktische Anwendung. Anschließend arbeitete Frabato seinen Fluchtplan aus. Es fiel ihm nicht leicht, alles hinter sich zu lassen, was er in der letzten Zeit hier aufgebaut hatte. Jetzt aber hieß es, das nackte Leben zu retten und dafür mussten alle irdischen Güter und Vorteile über Bord geworfen werden. Vorsicht war unbedingt geboten, denn er kannte die Methoden, mit denen seine Gegner zu arbeiten pflegten. Er musste also geschickter sein als sie und handeln, ehe es zu spät war. Als er seinen Plan im Geiste fertig hatte, war der Morgen nicht mehr fern. Bis die Zeit zum Aufstehen gekommen war, blieb er jedoch im Bett liegen, ruhte sich aus und beschäftigte sich mit gewissen Meditationen, um den versäumten Schlaf auszugleichen. Um sieben Uhr stand Frabato auf, wusch sich Gesicht und Körper mit kaltem Wasser, um erfrischt und ausgeruht zu erscheinen. Als er sich ankleidete, sah er tatsächlich so aus, als habe er die ganze Nacht gut geschlafen. Sein Geld und seine Papiere verteilte er auf die Taschen seines Anzuges. Wenig später befand er sich auf dem Weg zu dem im Hotel befindlichen Restaurant, um dort zu frühstücken. Frabato setzte sich an einen freien Tisch und bestellte ein Frühstück. Nach seinem Plan beabsichtigte er, den Direktor des Hotels in seinem Büro aufzusuchen. Dies blieb ihm aber erspart, denn wie von einem guten Schicksal gelenkt, betrat dieser jetzt den Frühstücksraum. Frabato winkte dem Direktor zu und lud ihn ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Der Direktor, ein sehr freundlicher und zuvorkommender Herr, reichte ihm erfreut die Hand und begrüßte ihn mit den Worten »Guten Morgen! Haben Sie gut geschlafen, Meister? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Haben Sie irgendwelche Wünsche?« Frabato zuckte mit keiner Wimper und während der Direktor ihm gegenüber Platz nahm, entgegnete er ruhig »Lieber Herr Direktor, ich bin mit Ihrer Gastfreundschaft, der Verpflegung und auch mit dem Personal vollkommen zufrieden. Ich kann Ihnen versichern, dass ich Ihr Haus überall empfehlen werde, wo sich mir Gelegenheit dazu bieten wird. Wie Sie wissen, habe ich die Absicht, noch 14 Tage hier zu bleiben und ich bitte Sie, eine Vorauszahlung schon jetzt entgegenzunehmen, damit ich mich nicht zu sehr in Ihrer Schuld fühle. Bei diesen Worten griff er in seine Brusttasche und reichte dem Direktor das Geld. Der Direktor meinte zwar, dass es damit keine Eile habe, doch Frau Bartow überredete ihn geschickt zur Annahme des Geldes. Kurz darauf brachte er aus dem Büro eine Quittung für Frau Bartow. Der Direktor hatte bei seinen Gästen bereits die eigenartigsten Gewohnheiten erlebt, deshalb hegte er nicht den geringsten Verdacht. Da es auch vorkam, dass Gäste ohne Bezahlung ihre Rechnung abreißten, war ihm eine Vorauszahlung nicht unangenehm. Außerdem war dadurch die Anwesenheit dieses in kurzer Zeit berühmt gewordenen Künstlers in seinem Hause gesichert, wodurch er sich selbst geehrt fühlte. Die Quittung entgegennehmend sagte Frau Bartow, Werte Herr Direktor, Sie wissen, dass ich von Reportern und anderen Menschen dauernd umlagert werde. Ich habe eine Unterredung mit einem Freund und werde mit ihm ins Café am Stadtturm gehen. In etwa zwei Stunden werde ich wieder hier sein. Falls mich in der Zwischenzeit irgendjemand zu sprechen wünscht, geben Sie ihm bitte entsprechend Bescheid. Der Direktor schöpfte keinerlei Verdacht und versicherte ihm, dass er sich auf ihn verlassen könne. Frau Bartow verabschiedete sich. Kurz darauf stand er auf der Straße und wurde vom Großstadtverkehr aufgenommen. Ohne Hut und Mantel nur im Anzug schlenderte er durch einige Gassen und lenkte seine Schritte zu einem ihm bekannten Taxi Stand. Einige Taxi standen dort bereit und die Fahrer rauchten und unterhielten sich lebhaft. Frau Bartow nannte sein Fahrziel. Einer der Fahrer ließ ihn einsteigen und schon rollte der Wagen davon. Nach etwa drei Kilometern war das Ziel erreicht. Frau Bartow bezahlte die Fahrt und mischte sich wieder unter die Fußgänger. In der Nähe der erreichten Straße kannte Frau Bartow einen anderen Taxi Stand, den er jetzt ansteuerte. Dort stand nur ein Wagen zur Verfügung und er ließ sich zum Hauptbahnhof bringen, verschwand in der Bahnhofshalle und beobachtete von dort die Taxis auf dem Vorplatz. Es waren keine verdächtigen Personen auszumachen. Frau Bartow suchte sich ein Privattaxi aus, einen großen Wagen mit einem Sechszylindermotor. Als er am Wagen saß, zog er einen 100-Mark-Schein aus der Tasche, reichte ihm dem Fahrer und sagte, ich muss schnellstens zur Grenze. Heute erhielt ich ein Telegramm, das mein Vater im Sterben liegt, deshalb will ich rasch nach Hause. Für jeden Kilometer, den sie schneller als erlaubt fahren, bekommen sie von mir die doppelte Gebühr. Das ernste Gesicht des Gastes und der Geldschein hatte den Fahrer bereits überzeugt. In rasender Fahrt ging es der Grenze zu. Der Fahrer schöpfte keinerlei Verdacht, dass dies eine Flucht sein könnte. Während Frau Bartho der rettenden Grenze zueilte, traten zwei Herren in das von ihm in Dresden bewohnte Hotel und erkundigten sich beim Portier, ob Frau Bartho zu sprechen sei. Sie erhielten die Auskunft, dass Frau Bartho um etwa 10.30 Uhr wieder zurück sein wollte. Die Herren setzten sich nicht in das Restaurant, sondern schlenderten vor dem Hotel auf und ab, bis der Zeitpunkt überschritten war, zu dem Frau Bartho zurück sein wollte. Jetzt wurden die beiden Besucher ungeduldig, meldeten sich beim Direktor, zeigten einen Dienstausweis vor und einer sagte, Kriminalpolizei, können Sie uns etwas über den Aufenthalt von Frau Bartho sagen? Der Direktor zunächst erschrocken, war gleich erleichtert, als er hörte, dass man Frau Bartho suchte. Mein Herren, erwiderte er, Frau Bartho hat keine Ahnung, dass er von ihnen gesucht wird. Heute Morgen hat er sein Hotelzimmer für 14 Tage im Voraus bezahlt. Sein Auto steht in der Garage, seine Garderobe und seine Koffer befinden sich in seinem Zimmer. Er wollte mit einem Freund zum Café am Stadtturm. Sicher hat er sich nur verspätet und wird jeden Moment zurück sein. Die beiden Herren bedankten sich, gaben dem Direktor eine Telefonnummer und baten um sofortigen Anruf, falls Frau Bartho zurückkehren würde. Dann verließen sie eilig das Hotel. Im Café am Stadtturm zogen die Kriminalbeamten beim Personal Erkundigungen ein, ob Frau Bartho dort gewesen wäre. Als sie erfuhren, dass dies nicht der Fall gewesen war, benachrichtigten sie ihre Dienststelle und äußerten den Verdacht einer Flucht Frau Barthos. Sofort machte sich eine größere Anzahl von Beamten auf den Weg, um verschiedene Taxifahrer auszufragen. Bald hatte man mit Hilfe von Fotos und Beschreibungen eine Spur von Frau Bartho gefunden, die jedoch Eine Flucht des Verdächtigen war somit für die Polizei zur Gewissheit geworden. Es war 11.30 Uhr, als Frau Bartho nach einer waghalsigen Fahrt die Grenze erreichte. Herzlich bedankte er sich bei dem Fahrer, entlohnte ihn mit dem doppelten Betrag des Fahrpreises und ging in gemäßigtem Schritt zur Grenzstation. Er konnte die Grenze ohne Aufenthalt passieren, denn, weil er ohne Gepäck war, entfielen Normalitäten. Der Taxifahrer wollte den Motor abkühlen lassen, deshalb lehnte er sich zufrieden in seinen Sitz zurück und steckte sich eine Zigarette an. Solche Gäste müsste man jeden Tag haben, dachte er bei sich. Frau Bartho hatte gerade die Grenzstation seines Heimatlandes hinter sich gelassen, als von der deutschen Seite eine Meldung durch die Lautsprecher dröhnte. Achtung, Achtung, an alle Grenzstationen des Deutschen Reiches. Der Bühnenkünstler Frabato, der sich auf der Flucht vor den deutschen Behörden befindet, ist sofort zu verhaften. Es wird vermutet, dass er sich eines Taxis bedient, um über die Grenze zu flüchten. Diesen Worten folgte noch eine näher Beschreibung der Person Frabatos. Aufatmend ging Frabato dem Grenzstädtchen zu. Das war knapp gewesen, aber er hatte es geschafft. Sein Leben war gerettet, denn auf seinem heimatlichen Boden war er in Sicherheit. Wieder einmal hatte er einen Plan der FUGC-Loge zunichte gemacht. Sein Hab und Gut war jedoch verloren und er würde sein Leben den veränderten Bedingungen anpassen müssen. Sein Geld war zwar etwas knapper geworden, aber er hoffte doch, einige Zeit damit auszukommen. Während er im Bahnhofsrestaurant der kleinen Grenzstadt beim Mittagessen saß, durchdachte er noch einmal die letzten Stunden, in denen er nur knapp dem sicheren Tode entronnen war. In Gedanken dankte er der göttlichen Vorhersehung für seine Rettung. Eine Stunde später brachte ihn ein Schnellzug in die Hauptstadt seiner Heimat. Achtes Kapitel Als Frabato in seinem Hotelzimmer erwachte, dachte er besorgt an die geschichtlichen Ereignisse, denen die Welt entgegensteuerte. Die Unfähigkeit der Menschen, positive Gedanken zu ergreifen und in die Tat umzusetzen, war allgemein verbreitet. Politische Verfolgung, verbunden mit Folter und Mord, waren schon jetzt an der Tagesordnung und würden noch zu einer Orgie der Vernichtung führen. Seine geistigen Augen schauten die kommenden Ereignisse im Akkaja, aber die ehrenden Gesetze des Schweigens erlaubten ihm nicht, öffentlich darüber zu sprechen. Auch sein eigenes Schicksal würde einen tragischen Verlauf nehmen, in das er mit seinen magischen Kräften nicht eingreifen durfte, weil die Gesetze des Karma für jedes Wesen im Kosmos bindend sind. Es tröstete ihn jedoch, dass ihm bei allen Verfolgungen die göttliche Vorhersehung schützend zur Seite stehen würde. Er wusste sich behütet von den Brüdern des Lichts, damit er seine Mission auf der Erde durchführen konnte. Um sich von den bedrückenden Gefühlen zu lösen, versenkte er sich einige Minuten in eine geeignete Meditation. Dann nahm er ein Bad und verließ bald darauf erfrischt das Hotel. Auch die Bewohner dieser Großstadt hatten sich offenbar die Worte Hast und Tempo zum Wahlspruch gemacht, denn in vielen Straßen herrschte bereits ein nervöser Betrieb. Fra Bato wählte ein ruhiges Restaurant in einer Seitengasse, um sein Frühstück einzunehmen. Am Nebentisch saßen drei Herren, die sich angeregt unterhielten. Entgegen seiner sonstigen Geflogenheit griff er nach einer Zeitung, denn es galt jetzt, sich in der neuen Umgebung zur Orientierung. Er hatte keine Eile, einstweilen waren noch keine Zukunftspläne geschmiedet. Während er in die Zeitung blickte, fing er Teile des Gesprächs seiner Tischnachbarn auf, besonders deshalb, weil einer von ihnen recht laut sprach und enthusiastisch seine Ansichten vertrat. Plötzlich war sein Interesse geweckt, denn er bemerkte, dass sich die Gespräche auf Metaphysik und Spiritismus bezogen. Unauffällig beobachtete er jetzt diese drei Menschen, ohne seine Hellsichtigkeit dabei in Anspruch zu nehmen. In einem der Herren vermutete er einen Gelehrten, während die beiden anderen wie Geschäftsleute aussahen. Als er den Ansichten der Herren einige Minuten gelauscht hatte, konnte er ein Lächeln nicht unterdrücken, denn da wurde eine Menge wirrer und falscher Gedanken zusammengefügt. Zufällig fiel der Blick eines der Herren auf Rabato und er bemerkte dessen nachsichtiges Lächeln. Er war unschlüssig, denn es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder dieser lächelnde Herr am Nebentisch wusste mehr als sie über dieses Thema oder er betrachtete ihr Gesprächsstoff als Phantasterei. Als in den Gespräch der Herren eine kleine Pause eintrat, flüsterte jener, der Rabato beobachtet hatte, kurz mit seinen Gesprächspartnern. Diese warfen einen Blick auf Rabato und nickten dann mit den Köpfen. Sofort erhob er sich und trat an Rabatos Tisch. Entschuldigen Sie die Störung, mein Herr. Anscheinend sind Sie auf dem Gebiet des Okkulten, deshalb lade ich Sie ein, an unserem Gespräch teilzunehmen. Mein Name ist K., Fabrikant für optische Geräte. Rabato, die Freundlichkeit selbst, nahm die Einladung dankend an, stellte sich vor und setzte sich zu den drei Herren an den Tisch. Herr K. stellte seinen Gesprächspartner als Der Professor konnte seine Neugier nicht zügeln. Herr Frabato, sind Sie nicht jener Hellseher und Olkutist, über den seit längeren in vielen Zeitungen Berichte erscheinen? Wenn dem so ist, dann muss ich es als ein großes Glück betrachten, sie gerade hier zu treffen. Frabato, der nun wusste, dass er hier nicht unerkannt bleiben konnte, nickte den Professor zu und antwortete, »Ja, ich bin tatsächlich der, über den Sie in der Zeitung gelesen haben. Sie haben wirklich Glück, mich hier zu treffen, denn meine Anwesenheit ist eigentlich eine Unfreiwillige. Es war nicht meine Absicht, sie zu belästigen, doch manche ihrer metaphysischen Anschauungen sind durchaus nicht zutreffend. Natürlich wollten die Herren wissen, warum Frabato unfreiwillig in diese Stadt gekommen war. Er erzählte die ganze Geschichte und sie waren so erschüttert, dass sie versprachen, ihm hilfreich unter die Arme zu greifen. Von jedem wurde er eingeladen und da er kein festes Programm hatte, beschloss er seinen neuen Bekannten die folgenden drei Abenden zu widmen. Einen Abend wollte man mit einem kleinen Fest verbinden, bei dem auch Freunde und Bekannte eingeladen werden sollten. Frau Bartow stimmte wohlwollend zu, denn er deutete dies als einen Fingerzeig des Schicksals. Tatsächlich fand er in diesem Kreis so viel Unterstützung, dass er dadurch seine augenblickliche schlechte Lebenslage gut überbrücken konnte. Zunächst stellten die Herren sehr viele Fragen über okulte Phänomene, die Frau Bartow ihnen so klar wie möglich beantwortete. Er wies jedoch darauf hin, dass viele Erkenntnisse auf diesem Gebiet sich nur dem Praktiker erschließen. Jedenfalls mussten sie zugeben, dass sie viele Dinge im falschen Licht gesehen hatten. Nachdem zwei Stunden verflossen waren, kam man noch auf das Problem des Schicksals zu sprechen. Der Professor vertrat die Ansicht, dass es kein vorbestimmtes Schicksal gebe, sondern dass sich der Mensch sein Schicksal selbst schmiede. Obwohl der Professor seine Ansichten gut begründete, musste Frau Bartho laut lachen. Herr Professor, sagte er, derjenige, der sein Schicksal selbst lenken darf, muss schon ein gutes Stück des geistigen Weges gegangen sein und unbedingt eine gewisse Reife in seiner geistigen Entwicklung erlangt haben. Er muss mit einem Satz das geistige, seelische und körperliche Gleichgewicht erreicht haben, wenn er die Zügel seines Schicksals selbst in die Hand nehmen will. Falls sie annehmen, dass sie diese Reife besitzen und ihr Schicksal selbst schmieden können, werde ich ihnen einen kleinen Beweis für den Einfluss des Schicksals auf den Menschen liefern. Eine Pause entstand und die Blicke der drei Herren waren gebannt auf Rabato gerichtet. An den Gesichtszügen des Professors konnte man seine Erregung ablesen, denn er gab in dieser kleinen Gesellschaft bisher immer den Ton an und fühlte sich nun etwas herabgesetzt. Dies entging Rabato nicht und wohlwollend bemerkte er Ich will nicht in Abrede stellen, dass sie theoretisch viel wissen. Sie haben sehr viel gelesen, sogar in fremden Sprachen, besitzen eine große Bibliothek und haben in verschiedenen ausländischen Zeitschriften Artikel über Metaphysik veröffentlicht, die ihren Namen zur Autorität erhoben haben. Aber in den okkulten Wissenschaften besteht zwischen dem bloßen Wissen und der praktischen Beherrschung ein gewaltiger Unterschied. Der Professor völlig überrascht von dem Wissen, das Frabato über seine Person äußerte, war neugierig geworden und entgegnete, Herr Frabato, wenn es so ist, wie Sie behaupten, würde es mir eine große Freude bereiten, wenn Sie mir einen Beweis vom Wirken des Schicksals geben könnten. Frabato sah gedankenverloren vor sich hin. Sein Blick schien sich in weite Fernen zu verlieren und seine Augen hatten ein eigenartig starres Aussehen angenommen. Offensichtlich befasste sich sein Bewusstsein im Moment nicht mit seiner Umwelt. Dieser Zustand dauerte nur kurze Zeit, dann blinzelte Frabato mit den Augenlidern, als sei er aus einem tiefen Schlaf erwacht, lächelte dem Professor an und sagte, in dieser kurzen Zeit habe ich mit meinen geistigen Augen ihre Zukunft erschaut. Mit Hilfe einer kleinen Begebenheit will ich Ihnen den Einfluss des Schicksals beweisen. Wenn Sie es fertig bringen, heute Nacht um 24 Uhr nicht beim Pulverturm zu sein, haben Sie dadurch bewiesen, dass Sie in der Lage sind, Ihr Schicksal zu meistern. Warten wir also ab, ob Sie die Kraft aufbringen, dem Schicksal zu trotzen. Der Professor setzte eine halbironische, halbüberhebliche Miene auf und erwiderte, darauf können Sie Gift nehmen, dass ich heute um Mitternacht nicht beim Pulverturm sein werde. Frau Barthu tat, als ob er diese Worte nicht gehört hatte und ging auf ein anderes Thema über. Er bestätigte den Herren die Zeiten für die Einladungen. Alle tranken noch ein Glas Wein und dann löste sich die Runde auf. Professor G. hatte das Restaurant in einer sonderbaren Gemütsverfassung verlassen. Unterwegs nahm er ein Taxi und ließ sich nach Hause fahren. Er war Junggeselle, stellte aber anscheinend große Ansprüche an das Leben, denn er bewohnte eine große Villa und hatte mehrere Bedienstete. Ein Grund für sein Alleinsein waren seine vielseitigen Arbeiten und Forschungen. Außerdem hatte er kein besonderes Interesse an Frauen. Zwar hatte er von Zeit zu Zeit ein Liebesverhältnis, doch er wollte frei bleiben von jenen Bindungen, welche einem Menschen durch ein Familienleben auferlegt werden. Zuhause angekommen, fand er eine Menge Post vor, die er aber nur flüchtig durchsah. Einige Briefe versah mit kurzen Notizen, verschob die endgültige Beantwortung jedoch auf später. Er konnte sich von einer Missstimmung, die ihn kurz vor Auflösung der Gesprächsrunde befallen hatte, nicht befreien. Dass hier eine Portion Autoritätsdünkel zu seiner schlechten Laune beitrug, hätte er allerdings nie und nimmer zugegeben. Was für ein Mensch mochte dieser Frabato überhaupt sein, so dachte er, dass er ihm gleich beim ersten Zusammentreffen so viele Einzelheiten aus seiner Wohnung schildern konnte, als sei er bereits bei ihm zu Besuch gewesen. Dieser Frabato soll nicht Recht bekommen, sprach er zu sich selbst. Ich werde ihm beweisen, dass ich Herr meines Schicksals bin. Ich werde mich hüten, heute noch einmal meine Wohnung zu verlassen. Er fasste den Entschluß, die ganze Nacht zu verschlafen, mochte da kommen, was wolle. Was für eine Genugtuung, wenn er Frabato des Irrtums überführen würde. Sein Ansehen würde sich heben und außerdem hätte er einen Beweis für die Richtigkeit seiner philosophischen Ansichten. Ein Blick zeigte ihm, dass es bereits 15 Uhr war. Darum meldete sich also sein Magen so energisch, denn er hatte noch nicht zu Mittag gegessen. Nachdem er etwas gegessen hatte, wollte er sich in ein Referat vertiefen, das an eine ausländische Zeitung eingeschickt werden sollte. Er konnte sich jedoch nicht konzentrieren, denn Frabato's Ankündigung nagte wie ein Wurm an seiner Seele und verband sich mit der Angst, dass jener am Ende doch Recht behalten könnte. Es wurde 17 Uhr und noch immer beschäftigten sich G's Gedanken mit den Worten Frabato's. Um dieser gedanklichen Quälerei ein Ende zu bereiten, legte er sich zu Bett mit dem Entschluß, erst am nächsten Morgen wieder aufzustehen. Seine innere Unruhe ließ ihn jedoch nicht einschlafen. Nervös wälzte er sich hin und her. Plötzlich klopfte sein Diener an die Tür und meldete, dass eine Gesellschaft bekannter Künstler zu Besuch gekommen sei und im Vorraum warte. Professor G. hatte nämlich gute Beziehung zu Künstlerkreisen, da neben seiner akademischen Tätigkeit auch noch Theaterkritiker war. Die Besucher hatten anscheinend schon irgendwo ein paar Gläschen Wein getrunken, denn sie befanden sich alle in leicht angeheiterter Stimmung. Als jetzt der Diener mit dem Bescheid kam, der Herr Professor fühle sich gesundheitlich nicht ganz wohl und sei deshalb vorzeitig zu Bett gegangen, waren sie nicht mehr zu halten und stürmten förmlich sein Zimmer. Was ist denn los mit dir, alter Freund, dass du dich bei hellichten Tage ins Bett verkriechst? Du bist doch nicht krank, du brauchst nur Abwechslung, rief einer der Besucher, der durch seinen schlagfertigen Humor sehr beliebt war und dem niemals der Gesprächsstoff ausging. Die Künstler redeten jedenfalls so lange auf den Professor ein, bis dieser sich überreden ließ, das Bett wieder zu verlassen. Da eine Krankheit nicht zu erkennen war, war er in der Position des Schwächeren. Während er sich ankleidete, hatten seine Besucher es sich im Wohnzimmer bequem gemacht. Dem Professor blieb dann auch nichts anderes übrig, als ein paar Flaschen Wein zu opfern, denn er kannte diese Gesellschaft seit Jahren und war ihr freundlich verbunden. Der Humorist der Gruppe, der auch Hauptdarsteller an großen Theatern war, erzählte nun in schwungvoller Art die neuesten Begebenheiten und bald hatte der Professor die Prophezeiung Frabatus vergessen. Der Schauspieler schloss seine Erzählungen, indem er sich dem Professor zuneigte. Lieber Freund, du musst heute noch mit uns ins Theater, denn heute ist die Erstaufführung eines Stückes, in dem ich die Hauptrolle spiele. Dabei darfst du als Theaterkritiker auf keinen Fall fehlen. Der Professor, nach zwei Gläsern Wein auch schon etwas in Stimmung, nahm die Einladung kopfnickend an. Rasch ließ er etwas zum Abendessen vorbereiten, was die lustige Gesellschaft freudig begrüßte. Dann war auch schon die Zeit herangerückt, dass man aufbrechen musste. Zwei große Taxis brachten die Gesellschaft zum Theater, wo dem Professor eine Loge zur Verfügung stand. Die Premiere wurde ein großer Erfolg. Der Professor wartete nach der Vorstellung mit seinen Freunden im Theatervorraum auf den Hauptdarsteller. Als dieser endlich kam, wurde begeistert gratuliert und der Professor versprach, eine sehr gute Kritik zu geben. Nachdem sich noch andere Schauspieler angeschlossen hatten, zog die ganze Gesellschaft in eine Weinstube, um den Erfolg zu feiern. Da die Schauspieler am nächsten Tag wieder auftreten mussten, löste sich die Gesellschaft um 23.30 Uhr allmählich auf. Der Hauptdarsteller verabschiedete sich vor der Türe von Professor G. Gute Nacht, nimm dir ein Taxi, dann bist du bald zu Hause. Es war jedoch Samstagabend und in allen Nachtlokalen herrschte reger Betrieb. Deshalb war nirgends ein Taxi zu sehen. G. hatte vom Trinken einen etwas schweren Kopf bekommen und beschloss ein Stück des Weges in frischer Luft zu Fuß zurückzulegen. Da auf den Hauptstraßen noch ziemlich reger Verkehr herrschte, bog er in eine der weniger belebten Straßen ein, denn vom Trubel hat er heute Abend genug. Aus den halb offenen Fenstern der Weinstuben und Nachtlokale klang Musik an sein Ohr, als er, ganz in sich versunken, die Straße entlang spazierte. Plötzlich erhob sich Lärm in der Nähe einer Weinstube. Mehrere Männer und Frauen standen in einer Gruppe zusammen. Neugierig trat der Professor hinzu und sah, daß zwei junge Männer, die sichtlich unter den Einfluss von Alkohol standen, sich gegenseitig beschimpften und miteinander rauften. Unglücklicherweise ließ G. sich dazu verleiten, den beiden Männern zuzurufen, sie sollten lieber nach Hause gehen, anstatt auf der Straße zu raufen. Schlagartig änderte sich jetzt das Geschehen, denn die Trunkenbolde ließen voneinander ab. Einer von ihnen begann den Professor zu beschimpfen, der sich beleidigt fühlte und seinerseits mit harten Worten reagierte, worauf einer der Raufbolde sich ihm drohend näherte. G. versetzte dem Angreifer eine tüchtige Ohrfeige, als dieser ihn packen wollte. Doch dann war regelrecht der Teufel los. Er wurde aus dem Publikum beschimpft und auch der zweite Raufbold wandte sich jetzt gegen ihn. Professor G. sah sich nun ohne Chance. Hastig drängte er sich durch die umstehenden Menschen und lief mit großen Schritten davon. Der geschlagene Raufbold wollte jedoch auf seine Rache nicht verzichten. Er hatte ein Messer aus der Tasche gezogen und verfolgte fluchend den Professor. Keuchen bog G. in eine belebtere Straße ein, in der Hoffnung, dort einen Polizisten zu treffen. Aber er hatte Pech, denn es war keiner zu sehen. Obwohl G. nun buchstäblich und sein Leben lief, kam ihm der Raufbold beständig näher. G. fast am Ende seiner Kräfte wollte eben am Pulverturm um eine Ecke biegen, als ihm plötzlich Fra Bato den Weg versperrte. »Helfen Sie mir!« rief der Professor mit keuchender Stimme und schreck erfüllten Augen. »Man will mich ermorden!« Fra Bato schob den Professor zur Seite und sagte ganz ruhig, »Bleiben Sie stehen und fürchten Sie nichts!« Dann trat er dem heran hastenden Raufbold ruhig entgegen. Dieser, das Messer noch immer in der Hand, schien plötzlich wie erstarrt. Dann drehte er sich um und verschwand fluchend um die nächste Ecke. Durch ein kabbalistisches Wort hatte Fra Bato diese Angelegenheit zugunsten des Professors entschieden. Dann wandte sich Fra Bato dem Professor zu. Dieser hatte wieder einen klaren Kopf bekommen, doch steckte ihm der Schrecken noch in allen Gliedern. Leicht stotternd wandte er sich an Frau Bato Wenn Sie nicht aufgetaucht wären, wäre ich jetzt bestimmt eine Leiche. Frau Bato klopfte ihm auf die Schulter, zeigte auf seine Uhr und sagte Lieber Herr Professor, Sie scheinen doch noch nicht ganz Herr Ihres Schicksals zu sein, denn sonst wären Sie um diese Stunde nicht hier. So wie ich es Ihnen voraussagte, ist es gekommen. Hoffentlich sind Sie nun davon überzeugt, dass man nicht Herr des Schicksals sein kann, wenn man nicht in der Lage ist, alle Begebenheiten so zu beherrschen und in die Bahnen zu lenken, wie man sie zu haben wünscht. Sie sehen, dass man vorher noch etwas Besonderes erreicht haben muss, und zwar das magische Gleichgewicht. G sah sich geschlagen und klagte über sich selbst, was für ein Dummkopf er gewesen sei und wohin ihn sein eigen Dünkel gebracht habe. Fra Barto führte ihn an eine belebtere Straße und lud ihn ein, zur Beruhigung mit ihm eine Tasse Kaffee zu trinken. Sie betraten ein Restaurant, in dem eine Zigeunerkapelle zur Unterhaltung spielte, und Fra Barto zog den Professor an einen ruhigen Seitentisch. Das sichere Auftreten Fra Bartos beruhigte G. sehr, und bald hatte er seine alte Selbstsicherheit wiedergefunden. Nun wollte er alle Einzelheiten wissen, und während sie ihren Kaffee tranken, erzählte Fra Barto, dass er die Begebenheit im Akaja vorausgesehen hatte. Es sei ihm natürlich möglich gewesen, schon bei der Rauferei zu erscheinen, was aber sicher nicht so überzeugend gewirkt hatte. Wie lange haben sie denn beim Pulverturm gewartet? fragte G. Nur etwa fünf Minuten, entgegnete Fra Barto, denn ich konnte sie mit meinem geistigen Augen verfolgen und wußte daher, wann sie dort eintreffen würden. Professor G. war voller Verwunderung über diese Schicksalszusammenhänge und stellte Fra Barto in dieser Nacht noch viele Fragen, die dieser ihm ausführlich beantwortete. Endlich brachen die beiden Nachtschwärme auf, versprachen sich am kommenden Abend bei K. zu treffen und ließen sich in einem Taxi nach Hause bringen. Der Abend war hereingebrochen und in der Villa des Fabrikanten K. waren alle Vorbereitungen für ein großes Fest getroffen worden. Eine Anzahl Freunde und bekannte K. die an den okkulten Wissenschaften Interesse hatten, waren schon frühzeitig versammelt. Viele der Gäste war Frau Barto aus Zeitungsberichten bekannt und sie waren deshalb sehr neugierig, ihn persönlich kennen zu lernen. Am Morgen hatte K. bereits telefonisch mit G. gesprochen, um von diesem selbst etwas über die Ereignisse der letzten Nacht zu erfahren. Der Professor fasste sich sehr kurz, versprach aber, die ganze Geschichte am Abend ausführlich zu erzählen. Ein Auto nach dem anderen fuhr bei K. vor und brachte weitere Gäste. Der Gastgeber hatte große Freude daran, Mittelpunkt eines großen gesellschaftlichen Ereignisses zu sein. Eine bunte Gesellschaft von industriellen, Schriftstellern, Künstlern und Reportern versammelte sich. Um 19.30 Uhr begrüßte K. kurz seine Gäste, kündigte Frabato für 20 Uhr an und bat seinen Freund G. um die Schilderung seiner nächtlichen Erlebnisse. G. erzählte dann sehr eindrucksvoll und ausführlich seine Erlebnisse im Zusammenhang mit der Prophezeiung Frabatos. Diese Erzählung erhöhte die Spannung bis zum Erscheinen Frabatos erheblich, denn viele der Anwesenden hatten sich vorgenommen, Frabatos und irgendeiner persönlichen Angelegenheit um Rat zu fragen. Als endlich sein Eintreffen dem Herrn des Hauses gemeldet wurde, trat eine erwartungsvolle Stille ein. K. führte Frabatos herein, stellte ihn kurz vor und ließ sogleich das Abendessen servieren, um eine zwanglose Stimmung zu erzeugen. Der Gastgeber hatte nicht gespart. Eine große Auswahl der besten Speisen und der erlesensten Getränke stand den Gästen zur Verfügung. Frabatos hatte einen Ehrenplatz am Ende der Tafel und benutzte die Gelegenheit, um jeden der Gäste einer unauffälligen Beobachtung zu unterziehen. Beim Aufheben der Tafel war er bereits über die geheimsten Gedanken jedes Einzelnen im Bilde, tat aber so, als würde er sich für niemanden persönlich interessieren. Jetzt sollte der eigentlich interessante Teil des Abends beginnen, aber K. wagte es nicht, das Wort zu ergreifen. Frabatos kam ihm zu Hilfe, erhob sich, bedankte sich für die Einladung, lobte die ausgezeichnete Bewirtung und drückte seine Freude darüber aus, dass so viele Freunde des Hauses sich für die okkulten Wissenschaften interessieren. Über diese Worte war K. sichtlich erfreut, ergriff nun seinerseits das Wort und erzählte, auf welche Weise er mit Frabatos bekannt geworden war. Dann verging eine halbe Stunde mit allgemeinen Gesprächen und einige Gäste befürchteten schon, an diesem Abend kein Wort mit Frabatos wechseln zu können. Viele warteten außerdem auf irgendein okkultes Phänomen. Frabatos hatte sich eine Tasse Kaffee bestellt. Er gab etwas Zucker hinein und auch während er diesen verrührte, ergriff er das Wort. Verehrte Gesellschaft, die meisten von ihnen haben von magischen Spiegeln und Kristallkugeln sicher schon gehört. Ein Eingeweihter kann darüber hinaus jede Flüssigkeit als magischen Spiegel benutzen, sogar eine Tasse mit schwarzem Kaffee. Eben wollte eine Schauspielerin eine Frage stellen, als Frabatos ihr mit einer Handbewegung zu verstehen gab, dass sie noch schweigen möge. Sehen Sie, sagte er dann zu ihr, jetzt wollten sie mich gerade fragen, wie ihre Vorstellung morgen ausfallen wird, weil sie in einer neuen Rolle auftreten und ihnen bei der Generalprobe einige Fehler unterlaufen sind. Konzentriert schaute er in seine Kaffeetasse, als ob er das Ereignis darin ablesen wollte. In Wirklichkeit gab ihm die schwarze Fläche nur die Gelegenheit, mit seinem geistigen Augen in die Zukunft zu schauen. Sie können beruhigt sein, fuhr er fort. Sie werden großen Erfolg haben und viel Applaus ernten. Die Künstlerin war höchst überrascht und keines Wortes fähig, als ihr bewusst wurde, dass Frau Bato ihre geheimsten Gedanken gelesen hatte. Seine Worte erfreuten sie jedenfalls sehr. Niemand braucht mir ein Wort zu sagen, fuhr Frau Bato fort. Jedem von ihnen werde ich das mitteilen, was ihn am meisten bedrückt. Ernst wandte er sich an einen anwesenden Geschäftsmann. Leider sehe ich schwarz für ihre Zukunft, denn das Geschäftsabkommen, das sie vor zwei Tagen unterschrieben haben, wird sie in kurzer Zeit in den Konkurs treiben. Tatsächlich hatte der Angesprochene ein solches Abkommen unterschrieben und war über die Prophezeiung recht erschrocken. Leider bestätigte sich später in diesem Fall, was Frau Bato hellsichtig erschaut hatte. Auf solche Weise sagte Frau Bato jedem der Gäste in wenigen Worten das, was ihnen im nahe zukommt bevorstand. Alle waren an der Reihe gewesen und eine junge Dame wollte eben noch eine Frage stellen, als Frau Bato den rechten Zeigefinger auf seinen Mund legte, als Zeichen, dass man sich ruhig verhalten sollte. Sofort herrschte Grabe Stille und neugierig blickten alle auf Rabato. Dieser schaute starr in eine Ecke des Zimmers, als ob er dort etwas Besonderes wahrnehme. Für einige Sekunden bekam sein Gesicht einen geistesabwesenden Ausdruck, dann atmete er tief und wandte sich an K. Lieber Freund, es ist nicht recht von Ihnen, dass Sie ihre jüngste Schwester oben in Ihrem Zimmer allein gelassen haben. Heute haben Sie ihr von mir erzählt und sie hat sich sehr danach gesehnt, auch mit mir sprechen zu können. Sie hätten sich nicht zu schämen brauchen, ihre kranke Schwester zu uns zu setzen, denn Krankheit ist keine Schande. Ich sehe ihre Schwester bitterlich weinen. Diese Worte überraschten K. sichtlich und machten ihn sehr verlegen. Kleinmütig gab er zu, dass er seine kranke Schwester nicht unter die Gäste bringen wollte, um die Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Dies sei der Grund für sein Handeln gewesen und er sei nun ganz erschüttert, dass Frau Bartow dies nicht verborgen geblieben sei. Falls keiner der Anwesenden etwas dagegen einzuwenden habe, wollte er seine Schwester herunter bringen. Er erntete allgemeine Zustimmung und beim Ankleiden zu helfen. K. begab sich also mit den Damen zu seiner Schwester, die tatsächlich mit verweinten Augen auf ihrem Bett lag. Helene, so hieß K. Schwester, hatte vor einem halben Jahr eine Gehirnblutung erlitten und war seitdem rechtseitig gelehnt. Die besten Ärzte hatten sich bereits um sie bemüht, aber nach wie vor bestand keine Aussicht auf Heilung, obwohl sie erst 23 Jahre alt war. K. erzählte seiner Schwester von dem letzten Ereignis und bat sie den weiteren Abend mit Frau Barthow und den anderen Gästen zu teilen. Mit dem Hinweis auf ihren hilflosen Zustand sträubte sich Helene. Als die Damen aber ihre Hilfe anboten, besiegte Neugier und Erwartung in ihr und sie sagte zu. K. entfernte sich, die Damen kleideten Helene an. Dann wurde sie auf einem Stuhl hinuntergetragen und alle Anwesenden begrüßten sie herzlich. Sie strahlte vor Freude, als sie einen Ehrenplatz neben Frau Barthow bekam. Um die Gäste bei Stimmung zu halten, ergriff Frau Barthow das Wort und erzählte von einigen interessanten Ereignissen, die ihm auf seinen zahlreichen Reisen begegnet waren. Die Gäste waren zwar interessiert, aber insgeheim hofften sie auf einen weiteren Beweis okkulter Fähigkeiten und waren deshalb voll gespannte Erwartungen. Frau Barthow war dies nicht entgangen, lagen doch die Gedanken dieser Menschen offen vor seinen geistigen Augen. Ohne es äußerlich zu zeigen, hatte er sich mit dem Schicksal von Helene K. beschäftigt. In seinem Innern bat Frau Barthow die göttliche Vorsehung, um die Erlaubnis, diese Frau heilen zu dürfen. Wie aus unergründlicher Tiefe erklang ihm innerlich die Antwort, du darfst dir helfen, heile sie. Frau Barthow unterbrach jetzt seine Erzählung. Während alle Augen auf ihn gerichtet waren, fasste er Helene bei den Händen und blickte sie einige Sekunden lang an. Sofort ersank sie in tiefem Schlaf. Im Raum herrschte atemlose Stille. Nach etwa zwei Minuten begann Helene tief zu atmen. Ihre Augenlider zuckten und dann war sie wieder ganz wach. Noch immer hielt Frau Barthow ihre Hände und sagte jetzt ganz ruhig, sie sind wieder gesund. Wie fühlen sie sich? Ungläubig schaute die junge Frau in die Runde, hob zögernd den rechten Arm und bewegte die Finger, beugte und streckte ihr rechtes Bein und konnte sich vor Glück kaum fassen. Sie dürfen jetzt ihre Beine wieder benutzen, sagte Frau Barthow lächelnd. Als sie sich erhob, noch unsicher in den Bewegungen, stützte Frau Barthow sie am Arm und begleitete sie bei ihren ersten Schritten. Dann ging sie vorsichtig alleine weiter, als befürchtete sie, in den alten Zustand zurückzufallen. Erst als sie einige Meter ohne jede fremde Hilfe zurückgelegt hatte, war sie von ihrer Heilung ganz überzeugt. Tränen der Freude glänzten in ihren Augen, als die Anwesenden sie zu ihrer unerwarteten Genesung beglückwünschten. Während sich die Gäste mit Helene über die Heilung freuten, hatte Frau Barthow sich still an die Bar zurückgezogen. Auf diese Art konnte er den Ehrenbezeugungen ausweichen, denn er liebte es nicht, wenn man aus ihm einen Heiligen machen wollte. Voller Ehrfurcht standen die meisten Gäste dieser Heilung gegenüber, anderen wiederum wurde unheimlich zumute, angesichts dieser Macht eines Menschen über Gesundheit und Krankheit. Dann trat Helene zu Frau Barthow an die Bar, streckte ihm die Hand entgegen und sagte, ich bin sehr, sehr glücklich, sie haben mir das Leben zurückgegeben, ich weiß wirklich nicht, wie ich ihnen danken soll. Mit einer leichten Verbeugung ergriff Frau Barthow ihre Hand und entgegnete, es war meine Freude, aber ich war nur das Werkzeug. Ihr Dank gebührt allein der göttlichen Vorsehung, welche diese Heilung ermöglicht hat. Befreit von der drückenden Last der Krankheit mischte sich Helene wieder unter die Gäste. Die Stimmung der Gesellschaft hatte ihren Höhepunkt erreicht und in mehreren Gruppen wurden die Ereignisse des Abends lebhaft diskutiert. Es war bereits nach Mitternacht, als die Gäste sich nach und nach verabschiedeten. Nachdem die letzten das Haus verlassen hatten, blieben nur K., seine Schwester Helene und Frau Barthow zurück. K. hatte Frau Barthow eingeladen, die Nacht in seinem Hause zu verbringen. Dieser hatte dankend angenommen, da er sich sehr ermüdet fühlte. Es dauerte nur noch wenige Minuten, dann hatte auch diese letzte kleine Gruppe sich aufgelöst und Frau Barthow zog sich zur Nachtruhe in das Gästezimmer zurück. Die Strahlen der aufsteigenden Sonne hatten einen Weg durch die Vorhänge gefunden und sich auf Frau Barthos Gesicht niedergelassen. Es dauerte nicht lange und das Sonnenlicht hatte ihn geweckt. Er erfrischte sich ausgiebig, kleidete sich an und wollte eben das Zimmer verlassen, als es vorsichtig an der Tür klopfte. Als er öffnete, wurde er von K. und seiner Schwester freudestrahlend und zum Frühstück gebeten. Beide hatten nur wenig Schlaf gefunden in der letzten Nacht, denn die erregenden Ereignisse des Abends hatten in ihnen nachgewirkt. Trotzdem hatte die Anwesenheit des Gastes auch sie an diesem Morgen recht früh auf die Füße gebracht. Gemütlich setzten sie sich zum Frühstück nieder, das Helene bereits vorbereitet hatte. K. wandte sich gleich an Frau Bartho. Nach kurzer Überlegung erwiderte Frau Bartho, ich danke Ihnen für diesen Vorschlag und nehme ihn gerne an, denn Hotelzimmer sind nicht gerade ein Ort der Behaglichkeit. Auf meinen Rat und meine Hilfe dürfen sie immer zählen. Nach dem Frühstück holten sie gemeinsam das Gepäck Frau Barthos aus dem Hotel und fuhren dann im Wagen zu K. Landhaus. Das Haus war komplett eingerichtet und lag in einer reizvollen ländlichen Umgebung. Nach dem die Geschwister K. sich vergewissert hatten, dass Frau Bartho mit allem notwendigen Hausrat versorgt war, verabschiedeten sie sich von ihrem Gast. Frau Bartho war mit dem Gang seines Schicksals recht zufrieden. Ein Haus stand ihm zur Verfügung, in dem er ungestört arbeiten konnte. Einige der einflussreichsten Menschen der Stadt konnte er zu seinen Bekannten zählen, was ihm sicher auch in finanzieller Hinsicht forthelfen würde. Alles in allem zeigte sich das Schicksal von seiner sonnigen Seite. Neuntes Kapitel Es dauerte nicht lange und Frau Bartho hatte in seinem neuen Domizil reichlich zu tun. Er schrieb für verschiedene Zeitschriften geisteswissenschaftliche Berichte und Kommentare. Immer häufiger besuchten ihn neugierige Reporter und im zunehmenden Maße wurde er von kranken Menschen um Hilfe gebeten. Da er sich auch an der Heilkunst gut auskannte, konnte er in vielen Fällen erfolgreich eingreifen. Soweit dies möglich war. Es war am Spätnachmittag eines solchen arbeitsreichen Tages. Der letzte Besucher hatte soeben das Haus verlassen. Frau Bartho bereitete einige Dinge für den kommenden Tag vor, als noch einmal die Klingel an ein Gast ankündigte. Im Empfangszimmer kam ihm Professor G. entgegen und begrüßte ihn freudig. G. besuchte ihn regelmäßig und stets gab es ausgedehnte Gespräche über die okulten Wissenschaften. Frau Bartho drückte G. die Hand und sagte, es waren heute viele Menschen hier und ich hatte keine Gelegenheit mich zu erholen. Deshalb würde ich jetzt gerne noch einen Spaziergang durch die Natur unternehmen. Das Wetter ist schön und ein bisschen frische Luft kann uns nicht schaden. Was halten Sie Waldstück zu, das in mäßiger Entfernung von Feldern und Wiesen eingeschlossen wurde. Da die Sonne schon recht tief stand, hatte sie ihre sengende Kraft bereits eingebüßt, doch die Hitze strahlte noch aus dem Boden und die Natur schien wie ausgedörrt. Wie bei seinen früheren Besuchen hatte G. eine Reihe von Fragen über okkulte Probleme vorbereitet, die ihm Frau Bartho immer ausführlich beantwortete. Heute hatte er einige Fragen bezüglich der Elemente Wesen und Naturgeister auf den Herzen. Anschaulich schilderte Frau Bartho dem Professor die verschiedenen Arten der Elementarwesen, ihre Arbeitsmethoden in der Natur und im Menschen. Dabei wies er darauf hin, dass die Naturwesen eine Vorliebe für jene Menschen besitzen, die eng mit der Natur verbunden sind. Eine Weile waren beide schweigend dahingegangen, in Gedanken versunken, den Stimmen der Natur lauschend. Die Sonne näherte sich jetzt dem Untergang, aber noch immer herrschte eine große Hitze und keine Wolke zeigte sich am klaren Himmel. Ich weiß, ergriff Frau Bartho das Wort, dass sie ein großer Skeptiker sind. Als Theoretiker fällt es ihnen schwer, sich von der Macht der Magie eine klare Vorstellung zu bilden. Wie sie selbst sehen, besteht zur Zeit keine Aussicht auf Regen. Trotzdem werde ich jetzt durch kabbalistische Naturmagie in ganz kurzer Zeit Regen herbeiführen, damit sie sich von der Wirksamkeit dieser Wissenschaft überzeugen können. Das klingt unglaublich, erwiderte G. Aber ihnen scheint kein Geheimnis fremd zu sein. Ich bin ihnen wirklich dankbar, dass sie mir ein derartiges Beispiel der Naturmagie liefern wollen. Brabato lächelte leicht, wusste er doch, dass die Beherrschung der Naturmagie zu den selbstverständlichen Fähigkeiten 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 eines Magiers gehört. Sehen Sie, sagt er zu G. Einer mit der göttlichen Vorsehung verbundenen Menschen ist nichts unmöglich. Allerdings wird sich der wahre Eingeweihte immer positiv innerhalb der göttlichen Ordnung bewegen, da er für jede seiner Taten voll verantwortlich ist. Je vollkommener ein Eingeweihter entwickelt ist, desto mehr Ehrfurcht hat er vor der göttlichen Vorsehung und den gewaltigen Geheimnissen des Kosmos. Den Regen werde ich nicht nur zu ihrer Überzeugung herbeirufen, sondern auch der nach Wasser dürstenden Natur zuliebe. Bitte verhalten Sie sich jetzt ruhig, bis ich selbst wieder zu sprechen beginne und beobachten Sie aufmerksam den Himmel. Die beiden Wanderer hatten sich im Gras niedergelassen, ihr Blick lag über den weiten Feldern. Keine fremden Menschen waren in der Nähe, so dass sie völlig unbeobachtet und ungestört waren. Frabato nahm ein Asana ein, indem er die Beine kreuzte und den Rücken gerade aufrichtete. Die Augen schlossen sich und dann schien er völlig zu erstarren. Gespannt beobachtete Geh die Natur, zwischendurch einen scheuen Blick auf den erstarrten Frabato werfend. Es mochten etwa fünf Minuten vergangen sein, als sich Frabatos Gestalt wieder belebte. Er öffnete die Augen, setzte sich mit gestreckten Beinen entspannt neben Geh und fragte, nun haben sie schon etwas Außergewöhnliches entdeckt? Tatsächlich hatte Geh bereits vorher eine zunehmende Spannung in der Luft wahrgenommen, die sich ständig verstärkte und das Nahen eines Gewitters ankündigte. Gleichzeitig hatte sich ein Wind erhoben, der sich ungewöhnlich schnell verstärkte. Als Frabato ihn angesprochen hatte, waren eben die ersten Wolken am Horizont aufgetaucht und staunend deutete er in die Ferne. Es ist wirklich fantastisch, dass sie über solche gewaltigen Kräfte verfügen können, ohne dass man ihnen diese Fähigkeiten in irgendeiner Weise ansieht. Frabato entgegnete, der wahre Magier hat es nicht nötig, sein Wissen und Können zur Schau zu stellen und nach außen hin zu zeigen. Er kann sich jeder Umgebung unauffällig anpassen und wird sich durch nichts von einem Durchschnittsmenschen unterscheiden. Diese Anpassungsfähigkeit gehört zum Aspekt des Schweigens und vom hermetischen Standpunkt ausgesehen, gehört sie zu den Grundeigenschaften der göttlichen Macht. Und das Schweigen im magischen Sinne ist nicht zu verstehen, dass man das Sprechen einstelle, sondern dass man seine geistigen Fähigkeiten vor der Öffentlichkeit verberge. Nur unter Beachtung dieses Grundsatzes wird einem reifen Menschen von der göttlichen Vorsehung die höchste Macht anvertraut. Bei Ihrem ersten Zusammentreffen mit mir haben sie nicht im geringsten vermutet, dass ich mich mit hermetischen und geistigen Wissenschaften befasse. Selbst wenn sie mit mir Jahre hindurch in Verbindung stehen würden, so könnten sie mich doch nur so weit durchschauern, als es ihnen nach dem Stande ihrer eigenen Entwicklung möglich ist. Ein wahrer Eingeweihter jedenfalls wird niemals mit einem Heiligen Schein umherlaufen. Während dieses kurzen Gesprächs hatte sich der Himmel fast vollständig zugezogen und die Atmosphäre schien derart geladen zu sein, als wollte das Gewitter am nächsten Augenblick losbrechen. Tatsächlich zuckten jetzt die ersten Blitze durch die Wolken und der Donner erhob gerollend seine Stimme. Professor G. schaute besorgt zum Himmel und schien sich hier in der freien Natur nicht ganz wohl zu fühlen. Frau Bato legte ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm und sagte Sie brauchen in meiner Gegenwart keine Angst zu haben. Es ist ja warm und ein paar Regentropfen können uns nicht schaden. Außerdem haben wir hier einen buschigen Kastanienbaum zu unserem Schutz. Sollten Sie jedoch den Wunsch haben, vor dem Gewitter zu Hause zu sein, dann schließe ich mich Ihnen an. Geh schien beruhigt und stimmte dem Vorschlag zu, unter dem Kastanienbaum vor dem Regenschutz zu suchen. Es waren nur etwa 20 Meter zurückzulegen und während sie sich auf den Weg machten, fielen die ersten schweren Tropfen zu Erde. Innerhalb von Sekunden setzte jetzt schauerartiger Regen ein. Im Laufschritt erreichten die beiden das schützende Blätter Dach. In heftigen Böen heulte der Wind durch die Bäume und zerbrach mitleidlos schwache Äste. Es goß wie aus Kannen, so daß sich überall Pfützen bildeten, weil die Erde das Wasser nicht schnell genug aufsaugen konnte. Es herrschte ein Unwetter, wie man es in dieser Gegend schon lange nicht mehr erlebt hatte. Dem stürmischen Wind war es zuzuschreiben, dass der Kastanienbaum nicht mehr den gewünschten Schutz bot. Beide wurden gründlich nass, wodurch Frau Bartow sich jedoch nicht die gute Laune verderben ließ. G., der weniger widerstandsfähig war, begann am ganzen Körper vor Kälte zu zittern. Leider bin ich sehr empfindlich, sagte er zu seiner Entschuldigung. Die nassen Kleider werden mir sicher ein Schnupfen einbringen. Keine Angst, sagte Frau Bartow und legte seine rechte Hand auf die Schulter des Professors. Nach wenigen Sekunden schaute dieser Frau Bartow verwundert an und sagte, das ist aber eine Hitze, die aus ihrer Hand auf mich übergeht. Mir ist es bereits so heiß, als ob ich in einem Dampfbad wäre. Jetzt kann ich mir eine Vorstellung davon machen, dass sie mit dieser außergewöhnlichen Kraft auch Kranke heilen können. Eine Weile schwieg er und fuhr den tief aufatmend fort. Wenn ich nur einen kleinen Teil ihrer Kräfte hätte, wie wäre ich glücklich? Der Himmel schien alle Schleusen geöffnet zu haben und die Erde konnte die Wassermenge nicht mehr aufnehmen. Die Gräben hatten sich bereits gefüllt und das Wasser überschwemmte die Wege. Schüchtern fragte G. Wie lange wird es noch regnen? Bei diesem Unwetter können wir doch nicht nach Hause gehen. Frau Bartow sah ihn lächelnd an und entgegnete, wenn ich die Wettergeister veranlasst habe, uns den Regen zu bringen, dann werde ich sie jetzt eben bitten müssen, damit aufzuhören. Das ist unmöglich, rief der Professor aus. Der gesamte Himmel schwarz und an ein Heingehen ist nicht zu denken. Frau Bartow lachte nur und sagte, warum denn nicht? Sobald wir diese Kleinigkeit und und durch führbar sein, passen sie jetzt gut auf. Frau Bartow hob seine rechte Hand in jene Richtung, in die sie gehen mussten. Dann murmelte er einige Worte und vollführte mit der Hand eine Geste in der Luft. Es waren nur wenige Sekunden vergangen, da hörte es tatsächlich auf zu regnen, obwohl sich die Farbe des Himmels in keiner Weise verändert hatte. Frau Bartow winkte G, ihm zu folgen. Rasch gesellte sich der Professor zu Frau Bartow und obwohl er genau wie dieser durch und durch nass war, schien er in einer besonders gehobenen Stimmung zu sein. Diese Wunder gingen über sein Fassungsvermögen. Mit grenzenlosen Erstaunen bemerkte er plötzlich, dass es nur dort nicht regnete, wohl mit Fra Bartow seines Weges ging, während es in der Umgebung weiterhin ausgiebig schüttete. Als er nach oben blickte, sah er, dass sich die Regenwolken genau über ihnen teilten und hinter ihnen widerschlossen. Ein solches Naturphänomen hatte er noch niemals beobachtet. Wortlos schritt Frau Bartow neben dem Professor und freute sich über dessen Verwunderung. Während des ganzen Weges zum Landhaus fiel kein einziger Tropfen auf die beiden Wanderer, während Gewitter und Regen in der Umgebung weiter tobten. Als sie Frau Bartow Wohnsitz erreichten, war der Himmel noch so dunkel, dass sie das Licht einschalten mußten. G. wollte gleich nach Hause fahren, doch Frau Bartow redete ihm sein Vorhaben aus, lieh ihm trockene Wäsche und übergab die durchnäßten Kleidungsstücke der Hausgehilfen zum Trocknen und Bügeln. Im Wohnzimmer machten sie es sich dann bei Tee und Gebäck bequem. Sie sind ein sehr merkwürdiger Mensch, wandte sich G. an Frau Bartow. Sie lassen es regnen, halten den Regen wieder auf, heilen Kranke jeder Art, kennen sich aus in allen Wissenschaften der Welt und tun dabei so, als wenn das alles selbstverständlich wäre. Ein solcher Reichtum an Wissen und Macht ist für mich nur sehr schwer fassbar. Ernst sah Frau Bartow den Professor an und antwortete Wissen und Macht dieser Art kann jeder Mensch erwerben sofern er nur die Kraft aufbringt den Weg der Magie bis zu den höchsten Stufen zu verfolgen Auch mir ist diese Macht nicht geschenkt worden Grundsätzlich kann ich meine Kräfte frei benutzen aber ich muss meine Taten vor der göttlichen Vorsehung rechtfertigen können Da jeder hohe Eingeweihte frei von Karma ist wird er es vermeiden magische Kräfte für sein eigenes Wohl anzuwenden Er darf für sich selbst normalerweise während einer physischen Inkarnation nur die Fähigkeiten anwenden die auch den anderen Menschen zur Verfügung stehen Dies ist ein Gesetz der Entwicklung und darf nicht ohne besonderen Grund übertreten werden Der wahre Magier weiß sich stets verbunden mit der göttlichen Vorsehung in einer Weise die einem Schwarzmagier niemals gegeben ist Der Schwarzmagier verdammt sich selbst durch seine Taten zur Einsamkeit im Kosmos Es sei denn dass er Gefallen findet an der Gesellschaft dämonischer Wesenheiten Die Verdammnis eines solchen schwarzmagischen Schicksals ist für einen gewöhnlichen Menschen unfassbar denn das Gefühl vollkommener Einsamkeit kann nur von einem Eingeweihten nachempfunden werden Eben weil wir Eingeweihte die positiven geistigen Gesetze bis zur letzten Konsequenz beachten dürfen wir teilhaben an der Macht der göttlichen Vorsehung Diese eiserne Beachtung der geistigen Gesetze entspringt weniger der Furcht vor einer eventuellen Bestrafung durch die karmischen Mächte als vielmehr der größten Verehrung und tiefsten Demut vor der Macht und Weisheit der göttlichen Vorsehung die ein Mensch aufzubringen imstande ist Verehrung und Demut gehören zu den wichtigsten Eigenschaften auf dem magischen Wege Das Schicksal eines Eingeweihten ist vielen Unreifen und Uneingeweihten meistens unverständlich was aber nur auf einem Mangel an Einsicht in die geistigen Gesetze beruht Nicht jeder Mann hat das Glück wie sie dem ich einige Beispiele magischer Macht zeigen durfte Es ist immer vorteilhafter sich von Wirken und Walten der Wesen und Gesetze durch eigenes Studium zu überzeugen weil nur die selbst erworbenen Kenntnisse zum wahren Glauben verhelfen In der Magie wird der Glaube schrittweise durch das Wissen abgelöst Zunächst wird der Schüler die Lehrende Eingeweihten in seinen Glauben aufnehmen müssen Dann wird er sich durch eigene Streben davon überzeugen dass sein Glaube zu Recht bestand Einen solchen von Wissen getragenen Glauben nennt man den Manifestierenden den schon Christus predigte als er sagte dass der wahre Glaube Berge versetzen kann Ein Blitz erhellte den Raum gefolgt von bersterndem Donner so dass beide die Blicke unwillkürlich nach draußen wendeten Sie sehen fuhr Frau Bartho fort trotz hohen Barometer standes sind die Elementarwesen meinem Befehl gefolgt und haben Regen und Gewitter gebracht Wenn sie ihre geistigen Augen benutzen könnten würden sie sehen wie die Elemente von den Wesen in Bewegung gesetzt werden um ein solches Gewitter herbeizuführen sie würden sehen wie die Wesen die elektrischen Ströme lenken damit die ihnen bekannten Wirkungen zustande kommen Für uns Hellsichtige ist das selbstverständlich während es in ihren Augen wie ein Wunder erscheint Das Entfesseln der Elemente gehört zu den kleinsten kabbalistischen Geheimnissen der Naturmagie Jetzt bleibt mir nur noch übrig die Elemente wieder zu beruhigen sonst wird das Unwetter bis morgen anhalten und könnte große Verheerungen anrichten Frabato stellte sich ans Fenster Sein Blick war in die Ferne gerichtet während er einige dem Professor unverständliche Formeln murmelte Nach wenigen Minuten hört es auf zu regnen Die Wolken teilten sich langsam Der Sternenhimmel wurde sichtbar und die Natur schien erfrischt aufzuatmen Beruhigt konnte Professor G. seine inzwischen getrockneten Kleidungsstücke wieder anlegen Freundlich verabschiedete er sich von Frabato Die Erlebnisse dieses Tages hatten einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht und beschäftigten sein Denken noch für lange Zeit In den folgenden Wochen und Monaten entwickelte Frabato eine rege Tätigkeit Seine in den verschiedenen Zeitschriften unter einem Decknamen veröffentlichten Artikel und Beiträge fielen auf fruchtbaren Boden Es gab viele neue Bekanntschaften und seine geisteswissenschaftlichen Arbeiten brachten ihm Ansehen und Autorität ein Natürlich fanden sich auch Neider Hasser Hasser und Gegner der verschiedensten Art Doch Frabato schenkte solchen Menschen keine Aufmerksamkeit sondern überließ sie vollständig den Mächten des Karma Im Laufe der Zeit ergaben sich auch viele Beziehungen zum Ausland die ihm zahlreiche Einladungen aus allen Kontinenten der Erde brachten Frabato oder als Lehrer für Geisteswissenschaften wirkte Erst Jahre später kehrte Frabato zurück Während seiner Abwesenheit hatte sich manches verändert Fabrikant K. hatte geheiratet Er war eine Pakt Ehe mit einem Wesen des Wasserelementes eingegangen die jedoch kein gutes Ende nahm K. hatte mittels Beschwörungsmagie eine Undine evoziert Da er jedoch das magische Gleichgewicht nicht voll in sich verwirklicht hatte überredete das zauberhaft schöne Wasserwesen ihn zu einem Pakt dem er nicht widerstehen konnte Das Wasserwesen inkarnierte sich in den Körper eines schönen jungen Mädchens welches im Sterben lag heilte mit Hilfe seiner magischen Kenntnisse den Körper und heiratete K. Frabato hatte K. bereits anlässlich ihrer früheren Zusammenkünfte eindringlich vor solchen Pakten gewarnt weil er seine Zukunft hellsichtig erschaute und die Gefahr herannahen sah Frabato hatte K. bereits anlässlich ihrer früheren Zusammenkünfte eindringlich vor solchen Pakten gewarnt weil er seine Zukunft hellsichtig erschaute und die Gefahr herannahen sah Leider hatte K. den Ernst der Warnung nicht erfasst und er lag deshalb den Verführungskünsten der Undine Helene K.s jüngste Schwester hatte einen Industriellen im Ausland geheiratet und war Mutter zweier Kinder geworden Das Landhaus in der Vorstadt hatte den Besitzer gewechselt Frabato spürte dass die alten Beziehungen nicht mehr bestanden und beschloss in seine Heimatstadt zurückzukehren Das Umherreisen in der Welt hatte ihn müde gemacht deshalb wollte er die Zukunft ruhiger gestalten In seiner Geburtsstadt schuf er sich ein neues Heim und lebte dort einige Jahre recht zurückgezogen Materialismus und politischer Fanatismus gewannen in Europa die Oberhand und alle Interessenten der geistigen und okkulten Wissenschaften waren in großer Gefahr Jahre hindurch erfüllten die Schrecken des Krieges Millionen Menschen mit Grauen 10. Kapitel Sanft und klar schien der Mond durch das Fenster des kleinen Arbeitszimmers auf die bewegungslos sitzende Gestalt Frabatos der in Meditationen versunken war Obwohl er sich in einem ekstatischen Zustand befand hörte Frabatos deutlich dass er geistig mit seinem geheimen Namen gerufen wurde dieser geheimen Name war nur den Brüdern des Lichts bekannt und er wusste deshalb dass man ihn zu einer Zusammenkunft dieser höchsten Eingeweihten rief die Bruderschaft des Lichts ist eine geistige Organisation welche die höchsten Eingeweihten unseres kosmischen Systems umfasst zu dieser Bruderschaft hat jeder Zutritt der mindestens die ersten drei Blätter des Buches der Weisheit praktisch beherrscht sofern sie nicht ihre Individualität bewusst aufgelöst haben sind in dieser Organisation die Menschen zu finden die seit Beginn der menschlichen Entwicklung die höchste magische Vollkommenheit erlangt haben die Brüder des Lichts übernehmen regelmäßig wichtige Aufgaben zum Wohle der menschlichen Entwicklung die aber nicht immer physische Inkarnationen erfordern die Bruderschaft des Lichts ist hierarchisch geordnet entsprechend der Vollkommenheit der Eingeweihten das Oberhaupt ist der Urinitiator mit dem Rang eines Mahatmas der Stellvertreter der göttlichen Ordnung und Hüter aller Geheimnisse die Hierarchie nennt ihn Orgaia den Alten von Berg oder auch den Altmeister er ist Urinitiator seit Weltbestehen und verkörpert sich nur höchst selten gewöhnlich nimmt er nur für ganz kurze Zeit eine Gestalt an um diesem oder jenem Lichtbruder bei seiner Aufgabe beratend zur Seite zu stehen dem Altmeister untergeordnet sind zwölf Adepten welche die höchste geistige Vollkommenheit erreicht haben diese Adepten übernehmen immer die schwierigsten Aufgaben aber auch sie verkörpern sich nur sehr selten und wirken gewöhnlich von der Erdgürtelzone aus manche dieser Adepten verkörpern sich nur einmal in hundert oder gar tausenden von Jahren Urgaia und die zwölf Adepten bilden den Rat der Alten der regelmäßig innerhalb gewisser Zeitabschnitte oder auch anlässlich wichtiger Entscheidungen von Völkerschicksalen beratend zusammentritt den zwölf Adepten unterstehen 72 Weise oder Erleuchtete und diesen 360 Meistern bei einer Vollversammlung werden auch die 72 Weisen und die 360 Meister zusammengerufen im Falle einer Versammlung ergeht also der Ruf Urgaias an die entsprechenden Eingeweihten Als Frabato an diesem Abend den Ruf vernahm wusste er dass eine Vollversammlung stattfinden würde Er hatte schon viele Vollversammlungen erlebt und war sich bewusst dass wiederum wichtige Entscheidungen zu treffen waren über den Gang der Entwicklung der Menschen und Völker auf der Erde Welche Aufgabe würde ihn diesmal erwarten Die Bruderschaft des Lichts hat kein ständiges Domizil in der Welt obwohl gewisse Anhaltspunkte dafür im Orient vorhanden zu sein scheinen Zu dieser Zeit waren im Orient mehrere Brüder des Lichts verkörpert und arbeiteten dort im Rahmen ihrer Missionen Die Vollversammlung wurde immer in einem eigens für diesen Zweck geschaffenen magischen Raum in der Erdgürtelzone abgehalten Diesen magischen Raum schuf Orgaia jeweils selbst schützte ihn und machte ihn nur für die Brüder des Lichts sichtbar so dass er auch geistig und astralisch nicht von fremden Wesen wahrgenommen werden konnte Frabato trennte sich jetzt geistig und seelisch von seinem physischen Körper starr und blass lag dieser auf seinem Lager Herzschlag und Atmung waren eingestellt Mit seiner rechten geistigen und seelischen Hand schlug Frabato einen magischen Kreis um den irdischen Körper und sprach dazu eine kabbalistische Schutzformel denn er wusste sehr gut dass bereits die geringste Berührung durch einen anderen Menschen seinen physischen Tod herbeiführen könnte die Macht der kabbalistischen Formel bot dagegen einen absoluten Schutz in allen drei Welten durch seine Vorstellungskraft bewegt befand er sich im nächsten Augenblick im Tempel der Brüder des Lichts denn in den geistigen und astralen Welten konnte er jede beliebige Entfernung ohne Zeitverlust zurücklegen hier herrschte die Zeitlosigkeit Im heiligen Tempel der Bruderschaft des Lichts waren die meisten Brüder bereits versammelt und hatten ihre gewohnten Plätze eingenommen Nach den Astralkörpern zu schließen waren hier alle Völker und Rassen vertreten Vor allen saß Urgaia in unbeschreiblicher Erhabenheit Sein Astralkörper leuchtete wie flüssiges Gold und seine Augen funkelten wie Diamanten Es gab hier niemanden der nicht von der Empfindung durchdrungen war dass sich die verkörperte Gottheit unter ihnen befand Die innere Beschaffenheit des Tempels symbolisierte die höchsten Weisheiten des Kosmos Fenster gab es nicht aber zwölf unsichtbare Leuchter verbreiteten ein strahlendes Licht das dem hellsten Sonnenlicht nicht nachstand Die Platz eingenommen und jetzt erschien auch die letzten noch fehlenden Brüder Die Vollversammlung konnte beginnen Während der Altmeister zuvor reglos verharrt hatte erfüllte sich jetzt seine Gestalt mit Leben Prüfend blickte über die Reihen der Anwesenden und nickte zufrieden Als er sah dass alle vollzählig versammelt waren Ohne Unterschied des Ranges standen alle Brüder auf und verneigten sich ehrerbietig vor ihm Orgaiar dankte durch eine Geste des Segens Der Tempel war erfüllt mit einer glückseligen Atmosphäre Unter den Brüdern herrschte erwartungsvolle Stille Mit ruhiger Stimme eröffnete Orgaiar die Versammlung Meine lieben Brüder Verehrer des Lichts Vertreter alles Gute die ihr aus Liebe und Verehrung der göttlichen Vorsehung dient Ich begrüße euch herzlich zu dieser Versammlung Alle die wir hier versammelt sind haben der göttlichen Vorsehung gelobt in alle Ewigkeit ihre Gesetze zu befolgen und die Mysterien zu bewahren Wir alle sind Teile des göttlichen Lichts vor dem wir uns in tiefster Demut und höchster Verehrung verneigen Das Licht Licht Ewigkeit verbindet uns alle Allmacht und Weisheit sind uns durch göttliche Gnade und Barmherzigkeit geschenkt worden Die Liebe und Allgegenwärtigkeit der göttlichen Vorsehung hat uns alle zu einem unzertrennlichen Bunde zusammengeführt Wir sind die Brüder des Lichts die Brüder der Wahrheit und des Lebens Den Anwesenden schien es als hätte Gott selbst zu ihnen gesprochen denn eine Atmosphäre unbeschreiblicher Glückseligkeit durchflutete den Tempel die jeder nach Rang und Reife verschieden durchlebte Hier wurde das Paradies zur Wirklichkeit Es herrschte höchste Ekstase höchste Verzückung die wirkliche Verbindung mit dem göttlichen Licht Kein Unreifer und Ungeschulter könnte sich in dem konzentrierten Licht aufhalten Die versammelten Eingeweihten und Magier dagegen hatten hier ihre wahre Heimat Hier waren die Worte des Paulus am Platze welche lauteten was was Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist das hat Gott denen bereitet die ihn lieben Zeit und Raum schienen entschwunden und nach irdischer Zeitrechnung konnten ebenso gut Sekunden wie Jahrtausende vergangen sein Dieser Zustand der Gottverbundenheit ist für einen ungeschulten Menschen nicht fassbar und lässt sich nicht begrifflich erklären Ogaya der für einige Minuten die Augen geschlossen hatte blickte jetzt wieder über die Versammlung und änderte die Atmosphäre im Tempel Liebe Brüder nach der Zeitrechnung der Erde sind einige Jahre verflossen seit wir das letzte Mal hier versammelt waren Jedem von euch die ihr freiwillig mitarbeitet am großen Werk der kosmischen Entwicklung durfte ich im Auftrag der göttlichen Vorhersehung eine Aufgabe übertragen Es freut mich sehr dass alle Brüder die ihnen gestellten Aufgaben getreulich erfüllt haben oder noch mit ihren Missionen beschäftigt sind Im Namen der göttlichen Vorsehung danke ich euch allen von ganzem Herzen für die Mühe und Aufopferung mit der ihr am großen Werk mitgearbeitet habt möge euch weiterhin der Segen der göttlichen Vorsehung begleiten die ihr in Demut und Verehrung an der Verbreitung des göttlichen Lichts arbeitet Ich rief Ich rief euch weil ich im Auftrage der göttlichen Vorsehung die neuen Aufgaben für den kommenden Zeitabschnitt an euch verteilen möchte Die Welt geht schweren Zeiten entgegen denn der Machtmissbrauch wird ganze Völker ins Unglück stürzen Es wird eure Aufgabe sein im Rahmen der Gesetze des Universums für ein gewisses Gleichgewicht zu sorgen Eure Aufgaben sind schwer und harte Arbeit wartet auf jeden einzelnen Bruder Möge euch die göttliche Vorsehung Kraft geben zur Bewältigung eurer Missionen Selten hatte Orgaia mit solchem Ernst zu den Brüdern gesprochen und jeder der Versammelten ahnte dass die Welt vor großen geschichtlichen Ereignissen stand Jeder der Brüder wusste dass ein Teil der Verantwortung für die Entwicklung der ganzen Menschheit auf seinen Schultern ruhte Die versammelten Eingeweihten betrachteten es als eine Ehre mitarbeiten zu dürfen am großen Werk der kosmischen Entwicklung und jeder würde selbstverständlich versuchen die übernommene Aufgabe unter Aufbietung aller Kräfte zu erfüllen Orgaia fuhr mit ernster Stimme fort Mein lieben Brüder wie euch bekannt ist kann Licht ohne Finsternis und Wahrheit ohne Lüge nicht bestehen Nach der universalen Gesetzmäßigkeit hat also das negative Prinzip denselben Grad von Existenzberechtigung wie das positive Prinzip Begünstigt durch die naturwissenschaftliche Entwicklung wird das negative Prinzip in der kommenden Zukunft große Macht über die Menschen der Erde gewinnen Eure Hauptaufgabe wird es nun sein durch Unterstützung des positiven Prinzips die Liebe und Brüderlichkeit unter den Menschen zu verbreiten Dabei werdet ihr immer die Gesetze des Karmas zu beachten haben denn für die freie Entfaltung des menschlichen Geistes ist sowohl das Gute als auch das Böse notwendig Wie ihr alle wisst sind Kriege ein permanenter Zustand auf der Erde was in der Polarität von Gut und Böse seine Ursache hat Doch solche Kriege wie sie in der nächsten Zukunft die Erde erschüttern werden hat es in der Geschichte der Welt noch nicht gegeben Das Ausmaß der Vernichtung wird die kühnsten Fantasien der Menschen übersteigen und wir wollen hoffen dass die Überlebenden die notwendigen Lehren aus den Ereignissen ziehen und erwachen damit sie gegen zukünftige Versuchungen besser gerüstet sind Nach diesen Worten dachten die versammelten Brüder mit Trauer an das kommende Schicksal vieler Völker denn sie konnten sich ein lebendiges Bild davon machen was auf die Menschheit zukommen würde sie die sie die Harmonie des göttlichen Lichts genießen durften waren jedoch entschlossen all jenen zu helfen deren Ideale auf die Verwirklichung positiver Ziele gerichtet waren Frabato der seit Jahrtausenden nur inkarnierte um den Menschen bei ihrer geistigen Entwicklung zu helfen war im Laufe der Weltgeschichte Zeuge vieler Kriege und Vernichtungsaktion gewesen und wusste deshalb dass der Ernst in den Worten Orgaias eine schwerwiegende Bedeutung haben musste was für eine Aufgabe würde ihn diesmal erwarten möge die göttliche Vorsehung mehr Standhaftigkeit verleihen so dachte er bei sich Zwar hatte er die Möglichkeit sich als Vollendeter in das universelle göttliche Licht aufzulösen aber dies würde den endgültigen Verlust seiner Individualität bedeuten außerdem müssten seine Aufgaben dann von den anderen Brüdern übernommen werden Frabato genoss bei der Bruderschaft des Lichts höchstes Vertrauen je nach der Art seiner Aufgaben durfte er sich oft der größten magischen Fähigkeiten bedienen Im Gedanken an die ferne lichtvolle Zukunft der Menschheit war er entschlossen weiterhin seinen Teil zur Entwicklung beizutragen mochten die Aufgaben auch die gewaltigsten Schwierigkeiten bringen Orgaia begangen mit der Verteilung der Aufgaben für den nächsten Entwicklungsabschnitt jeden winkte er heran und machte ihn mit seiner neuen Mission bekannt Die Aufgaben waren von unterschiedlicher Art und Schwierigkeit je nachdem in welchen Ländern die einzelnen eingeweihten zu wirken hatten und was dort nach dem Willen der göttlichen Vorsehung von besonderer Wichtigkeit war Als die Reihe an Frabato kam der als erster in der Rangordnung der 72 erleuchteten stand unterblieb der Aufruf überraschender Weise Ohne zu zögern war Orgaia mit der Verteilung bei den zwölf Adepten fortgefahren die ausnahmslos die schwierigsten Aufgaben bekamen Frabato war überrascht und beunruhigt Was hatte es zu bedeuten dass er bei der Verteilung der Aufgaben übergangen wurde Wollte man ihm keine Missionen mehr zuteilen Zwar hatte ihn manchmal die Lebensmüdigkeit gepackt Dennoch hat er seine Aufgaben bisher stets durchgeführt Was also hatte man mit ihm vor Während diese Fragen durch Frabatos Geist zogen hatte auch der letzte der zwölf Adepten seine Aufgabe erhalten Jetzt endlich richtete Orgaia seinen Blick auf Frabato und winkte ihn zu sich Ehe Frabato vor dem Vertreter der göttlichen Vorsehung auf die Knie sinken konnte hatte dieser sich erhoben legte ihm beide Hände auf das Haupt und sagte Bruder des Lichtes ich segne dich Du brauchst dir keine Sorgen zu machen denn die göttliche Vorsehung liebt dich und schätzt deine Mitarbeit sehr Seit tausenden von Jahren dienst du dem Licht Es steht dir jederzeit frei deine Individualität aufzulösen aber ich glaube wir alle würden dies in den kommenden Zeiten als einen Verlust empfinden denn niemand der hier Anwesenden war so oft auf der Erde verkörpert wie du Dem Erdplaneten stehen schwere Zeiten und Schicksale bevor und keiner ist besser mit ihren Bewohnern vertraut als du Frau Bato Ich bin überzeugt dass du auch die gegenwärtige Inkarnation einschließlich der damit verbundenen Aufgaben zu einem guten Ende führen wirst obwohl sie eine deiner schwersten ist Seit Jahrhunderten war diese besondere Auszeichnung keinem Eingeweihten zuteil geworden betroffen war Frau Bato vor Orgaia auf die Knie gesunken und hatte sein Haupt zum Boden gebeugt Ich werde nicht mehr an die Auflösung meiner Individualität denken und der göttlichen Vorsehung weiterhin treu dienen dachte er bei sich und diese Gedanken waren für ihn gleichsam wie ein Schwur Orgaia bat Frau Bato vor ihm Platz zu nehmen und nahm seinen erhöhten Sitz wieder ein Dann sprach er wieder zur Versammlung Liebe Brüder des Lichts Wie ihr wisst hat die Naturwissenschaft in der Welt große Fortschritte gemacht Die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts wird sich in diesem Jahrhundert noch gewaltig steigern Dadurch bedingt werden den Menschen mächtige Waffen in die Hände gegeben Es besteht nun die Gefahr dass diese Waffen durch die dafür Verantwortlichen zum Negativen missbraucht werden wodurch natürlich auch die geistige Entwicklung ganzer Völker beeinflusst werden kann Gegen die bereits vorhandenen negativen Strömungen soll durch unsere Tätigkeit ein Gegengewicht geschaffen werden Einer unserer Brüder bekam heute bereits die Aufgabe einzelne führende Persönlichkeiten dahingehend zu inspirieren dass die technischen Erfindungen zum Wohle und zum Frieden der Menschheit eingesetzt werden Ein Eingeweihter mit tiefgründigen Augen nickte denn diese Mission war ihm übertragen worden Orgaia wandte sich wieder an Frabatum die negativen Tendenzen in der Menschheitsentwicklung sind nicht zu übersehen die materialistische Weltanschauung hat bereits einen großen Teil der Menschheit ergriffen und wird weiter zunehmen in ihrem Gefolge wird sich das Streben nach Gold Gewinn und Macht sowie die Befriedigung niedriger Leidenschaften sehr stark entwickeln wohin materialistisches Denken und verantwortungsloses Handeln führen können das hast du selbst zu Zeiten von Atlantis miterlebt Frabatum nickte denn er konnte sich an den Untergang von Atlantis sehr gut erinnern durch ein technisches Experiment durchgeführt von verantwortungslosen und fortschrittsbesessenen Wissenschaftlern war damals die Erdachse aus dem Gleichgewicht geraten was innerhalb kurzer Zeit den Untergang von Atlantis herbeigeführt hatte Alle Einzelheiten dieses Dramas sind im Akager unauslöschlich aufgezeichnet und jeder gute Eingeweihte kann sich die gesamte Vergangenheit des Kosmos darin vor Augen führen Noch immer wusste Frabatum nichts Näheres über seine neue Mission Gewöhnlich wurden die Brüder mit wenigen erläuternden Worten über ihre Aufgaben in Kenntnis gesetzt Lange Vorreden gab es nie deshalb machte sich in der Versammlung eine deutliche Spannung bemerkbar Das ganze Streben der Naturwissenschaft ist darauf gerichtet die Geheimnisse der Materie zu erforschen wobei man ganz auf die Anwendung physikalischer und chemischer Mittel vertraut Dieses Vertrauen auf die Wirksamkeit technischer Mittel hat dazu geführt dass der Glaube an die Tätigkeit geistiger Wesen hinter der Materie in großen Teilen der Welt fast verschwunden ist Nur die Eingeweihten wissen dass es auch eine Geisteswissenschaft gibt die sich jedoch bei ihren Forschungen nur menschliche Eigenschaften und Kräfte bedient Diese Wissenschaft ist die Magie die seit Urbeginn der Menschheit besteht Euch allen sind die Gesetze der Magie geläufig und ihr wisst dass ihr trotz aller Freiheit die Macht dieser Wissenschaft nur im Rahmen der göttlichen Gesetze verwenden dürft Unser Bruder Christus hat dies damals durch die Worte ausgedrückt Ich bin nicht auf die Erde gekommen um die Gesetze zu ändern sondern um sie zu erfüllen Ich möchte Euch herzlich bitten die geistigen Gesetze immer entsprechend zu beachten Nach diesen Worten hatte Urgaia seinen Blick auf Rabatu gerichtet Dieser nickte reumütig mit dem Kopf denn er wusste dass dieser Hinweis besonders ihn selbst betraf Es geschah hin und wieder dass er den negativen Mächten Einhalt gebot bevor dies nach den Gesetzen des Karmas zulässig war Besonders bei den Aktivitäten der sogenannten schwarzen Magie konnte er manchmal dieser Versuchung nicht widerstehen Urgaia sah dass seine Worte die notwendige Wirkung zeigten und betrachtete die Angelegenheit damit als erledigt Dann nahm er seine an Frabatu gerichteten Worte wieder auf Die Magie ist bis zum heutigen Tage ein Geheimwissen Die wahren geistigen Gesetze sind immer nur ganz bestimmten Kreisen zugänglich gewesen die sie wiederum nur nach schweren Prüfungen ihren Schülern weitergaben Diese Art der Verbreitung hatte den Vorteil dass die Masse der Menschen von der Versuchung der negativen Anwendung magischer Mittel verschont blieb Demgegenüber stand der Nachteil dass die Menschen die keinen Zugang zu den Kreisen der Magie hatten den Weg vom Glauben zum Wissen nicht kannten und ihn folglich auch nicht beschreiten konnten Die zurückliegenden kriegerischen Auseinandersetzungen haben Millionen Menschen den Tod gebracht Viele dieser Verstorbenen haben sich in den geistigen Welten darüber beklagt dass ihnen die wahren Wege der geistigen Entwicklung nicht zugänglich waren Deine neue Aufgabe lieber Bruder besteht nun darin durch die Herausgabe entsprechender Schriften der Menschheit die wahre Einweihung in die Hermetik zu offenbaren Sichtlich erschrocken starrte Fra Bato auf Orgaya Ehe er jedoch antworten konnte hatte Orgaya sich erhoben winkte ihm an seine Seite und trat mit ihm vor die erste Säule des Saals Ruhig und bestimmt sagte er dann Fra Bato wie du weißt versinnbildlich diese Säule das erste Blatt im Buche der Weisheit ganz unverschleiert ohne Symbolik sollst du alle Geheimnisse dieses ersten Blattes veröffentlichen zeige den Menschen wie sie vom Glauben zum Wissen gelangen können dann schritt Orgaya mit Fra Bato der ihm erschüttert folgte zur zweiten Säule deutete mit der Hand darauf und erklärte ihm dass auch das Geheimnis des zweiten Blattes der Weisheit allen Menschen zugänglich gemacht werden soll selbstverständlich wusste Fra Bato dass die zweite Säule den Schlüssel zur Sphären Magie darstellt in ihr sind die Geheimnisse der Hierarchie verborgen er hoffte dass Orgaya nicht weiter gehen werde doch dieser lenkte unbeirrt seine Schritte zur dritten Säule die das schöpferische Wort versinnbildlichte und sagte zu Fra Bato gewand am Anfang war das Wort wie schwer ist dieser Satz für die Menschen zu verstehen wenn sie das Wissen von der göttlichen Sprache nicht haben aus diesem Grund sollst du auch das Geheimnis des dritten Blattes der Weisheit entschleiern weiter führte er dann Fra Bato vor die vierte Säule streifte sie mit einer Hand Bewegung und bemerkte auch das vierte Blatt aus dem Buche der Weisheit sollst du den Menschen verständlich machen bei der fünften Säule angelangt sagte er zu Fra Bato bei dieser Säule endet deine Aufgabe von diesem Blatt darfst du nur die Vorderseite offenbaren du verstehst mich wohl schweigend schritt Fra Bato neben dem Altmeister den Weg zurück Orgaia setzte sich wieder auf seinen Platz und schien darauf zu warten dass Fra Bato sich zu seiner neuen Aufgabe äußern würde Fra Bato war inzwischen die ganze Tragweite dieser Aufgabe zum Bewusstsein gekommen er sank auf die Knie und erhob seine Augen flehend zu Orgaia erhabener Vertreter der göttlichen Vorsehung Hüter aller kosmischen Geheimnisse ich bitte dich vom ganzen Herzen befreie mich von dieser Verpflichtung Als du mich das letzte Mal riefst habe ich die mir auferlegten Missionen getreulich erfüllt auf deinen Wunsch habe ich mich in einen 14-jährigen Knaben verkörpert um seinen Vater als geistiger Lehrer zu dienen ferner bereiste ich die ganze Erde um den Menschen Beweise für die Existenz der geistigen Welt zu liefern mit deiner gütigen Erlaubnis durfte ich meine magischen Fähigkeiten einsetzen zum Zeugnis für die göttliche Allmacht zur Heilung von Kranken und zur Enthüllung der Zukunft Verehrter Meister du weißt dass mir grundsätzlich keine Aufgabe zu schwer ist aber ich bitte dich meine besondere Situation zu beachten seit Jahrtausenden habe ich dir und der göttlichen Vorsehung als Einweihender gedient in verborgenen Tempeln gab ich die geheimen Lehren nur den reifsten Schülern weiter wobei ich die Gesetze mit aller Strenge vertrat und diejenigen die sich gegen sie vergingen mitleidlos hinrichten ließ wie es in alten Zeiten die Gesetze befahlen als Tempelpriester habe ich Einweihungen unter schwersten Eiden vorgenommen wie kann ich jetzt die heiligen Mysterien vor unreifen Menschen ausbreiten immer habe ich auf das Schweigen besonderen Wert gelegt wie kann ich selbst nun die Perlen vor die Säue werfen und das Licht freistellen an dem sich jeder unreife verbrennen muss gewiss ist die Menschheit nicht reif genug für diese Lehren sie wird die göttliche Weisheit in den Schmutz zerren sie falsch verstehen und entehren ich bitte dich sehr befreie mich von dieser Aufgabe und gib mir eine andere es war nur sehr selten vorgekommen dass einer der hier versammelten Adepten und Eingeweihten eine gestellte Aufgabe nicht annehmen wollte kam kein Tausch unter den Brüdern zustande dann übernahmen gewöhnlich mehrere Brüder die Aufgabe zusätzlich ernst wandte sich Orgaia dann an die Versammlung verehrte Brüder ihr habt gehört welche Aufgabe Frau Bartho bekommen hat ist einer unter euch der seine Aufgabe gegen die jenige von Frau Bartho tauschen möchte Forschend blickte Orgaia nach dieser Frage über die Versammlung der Eingeweihten doch es erfolgte keine Antwort bedrückend lag die gestellte Frage auf den Gemütern der Brüder des Lichts während Orgaia noch einige Minuten regungslos verharrte dann sah Frau Bartho gütig an und sagte mein lieber Bruder deine Aufgabe ist schwer und ich habe volles Verständnis für deine Einwände die Durchführung dieser Aufgabe wurde aber von Gott für den kommenden Zeitraum bestimmt deshalb wird sie unter allen Umständen stattfinden müssen weil du unter deinen vielen Inkarnationen fast immer als Lehrer gewirkt hast in dieser Beziehung also ohne Zweifel einer der fähigsten von allen Brüdern bist deshalb habe ich gerade dich für diese Mission ausersehen du bist in der Lage die richtigen Worte zu finden um den Menschen die wahren Gesetze der Harmonie und der Entwicklung zur Vollkommenheit zu erklären viele der anwesenden Brüder haben mit dem Weg der Heiligkeit begonnen weil sie keinen persönlichen Lehrer hatten und ihnen das Wissen um die wahren magischen Wege fehlte Wie du siehst hat sich keiner der Brüder zur Übernahme deiner Aufgabe bereit erklärt deshalb möchte ich dich herzlich bitten diese Mission zum Wohle der menschlichen Entwicklung und zur Offenbarung der göttlichen Weisheit durchzuführen inzwischen hatte Frabato begonnen die Notwendigkeit seiner Aufgabe einzusehen und obwohl er wusste dass es große Hindernisse zu überwinden gab fühlte er sich durch die Worte Orgaias beruhigt und gestärkt Erwürdiger Meister antwortete er mit einer Verbeugung ich will versuchen diese Aufgabe so gut wie möglich durchzuführen nach diesen Worten schien ein dankbares Aufatmen durch die Versammlung zu gehen denn diese Aufgabe hätte sicher keiner gerne zusätzlich übernommen Frabato wollte sich auf seinen Platz zurück ziehen doch Orgaias gab ihn durch einen Wink zu verstehen dass er noch vor ihm verharren möge nach wenigen Augenblicken verklärte sich das Antlitz Orgaias ein besonderes Leuchten durchstrahlte seinen Astralkörper der immer durchsichtiger ätherischer wurde Frabato wusste dass Orgaias auch im Astralkörper den Zustand höchster Verzückung und Einswerdung mit der göttlichen Vorsehung herbeiführen konnte und wie aus weiter Ferne waren Worte zu vernehmen die nicht Orgaias formte sondern die aus dem tiefsten Innern des unfassbaren Lichtes erklangen Frabato du bist mein treuer Sohn und ich liebe dich es freut mich dass du diese Aufgabe die Veröffentlichung der wahren magischen Einweihung angenommen hast obwohl du darüber hinaus noch ein schweres Karma zu tragen haben wirst dir ist bekannt dass die sich einseitig entwickeln die nur ein Teil meines Wesens in sich verwirklichen es ist mein Wunsch dass jeder Mensch die Möglichkeit erhält den Weg zur Vollkommenheit zu beschweiten jeder soll die Möglichkeit haben mein Wesen zu erfassen und Kenntnisse davon zu erlangen wie ich die Welt durch die universalen Gesetze erschaffen habe so lange muss jeder Mensch auf der Erde wiedergeboren werden bis er das volle magische Gleichgewicht in sich verwirklicht hat bei diesen Worten erinnerten sich viele der Brüder an ihre eigene Vergangenheit in der sie den indirekten Weg der Heiligkeit gegangen waren sich also einseitig entwickelt und erst in weiteren Inkarnationen das fehlende nachgeholt hatten nur jene die unter der Führung eines Magiers gestanden hatten waren den direkten Weg zur Vollkommenheit gegangen weiter sprach die Stimme Gottes durch Orgaya für deine Aufgabe ist es nicht ratsam in der Öffentlichkeit als Wundertäter aufzutreten sollst von jetzt an deine magischen Fähigkeiten nicht mehr zeigen wie du es bisher getan hast um die Menschen von Existenz höherer Kräfte und Gesetze zu überzeugen wenn du in deinem Körper zurückkehrst sollst du dich umstellen was dir gewiss gelingen würde ich schätze deine Arbeit sehr und du entehrst mich nicht durch die Veröffentlichung meiner Gesetze sondern du zeigst den Jedem Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden den Weg zu Einweilen zur wahren Vollkommenheit dort anzutreten wo vom Schicksal hingestellt wurde du sollst in deinem weiteren Leben dem Äußeren nach nicht einen eingeweihten leichen und darfst wenn es notwendig wird alle Mittel der Täuschung anwenden damit man dich nicht durchschauen kann eignet dir alle ärztlichen Fachkenntnisse an bis du dich von einem Menschen gleichen Berufes nicht mehr unterscheidest Heilungen durch das Wort würden nur viel Aufsehen erregen und die unnötige Feindschaften bringen von der fünften Säule dem fünften Blatt des Buches der Weisheit der Alchemie darfst du die Gesetze für Heilzwecke in Anspruch nehmen dir ist bekannt je größer eine Mission ist desto größer ist der Widerstand der negativen Mächte geistig können sie dich nicht angreifen aber durch das Karma deines angenommenen physischen Leibes stehen dir Kummer Sorgen und Elend bevor viele Gegner werden dich verfolgen Krankheiten werden dich heimsuchen und dein Leben wird oft bedroht sein das Schicksal dem dein irdischer Körper unterliebt wird sich gegen dich stellen denn die negativen Wesen wissen dass du ein Bruder des Lichts bist und sie werden dich angreifen wo immer sich ihnen Gelegenheit dazu bieten wird Wenn wenn du wenn du Aufgabe gut durchführen hast du wieder einen großen Beitrag zur Entwicklung der Menschheit geleistet und in absehbarer Zukunft sollst du dein Lehramt ausschließlich in den geistigen Welten in Kreisen hochentwickelter Schüler ausüben Während die letzten Worte verklangen nahm die Gestalt Urgaias wieder ihr ursprüngliches Aussehen an Frabato wusste dass sich die göttliche Vorsehung durch Urgaiar direkt manifestiert und zu ihm gesprochen hatte Er fühlte sich von überwältigender Freude durchdrungen voller Zuversicht und Kraft für seine zukünftigen Aufgaben dankte er der göttlichen Vorsehung mit einem stillen Gebet der Verehrung und schwor ihr die getreuliche Erfüllung seiner Aufgabe wie hoch sich auch immer die Hindernisse auftürmen mochten Urgaiar sah Frabato innig an und bat ihn mit einer Geste des Segens seinen Platz unter den Brüdern wieder einzunehmen dann stand Urgaiar auf erhob segnend die Hände über die Versammlung der Eingeweihten und sprach Seid gesegnet im Namen der göttlichen Vorsehung für eure bereitwillige Mitarbeit am großen Werk der menschlichen und kosmischen Entwicklung Es freut mich dass ihr alle euch als wahre Söhne Gottes erwiesen habt Ich danke euch und erkläre hiermit die Versammlung für beendet Nach Schlaf war begreiflicherweise nicht mehr zu denken Der Morgen graute bereits und er erkannte dass er mehrere Stunden abwesend gewesen war Die Ereignisse der Versammlung hatten sich tief in sein Gemüt eingeprägt In den nächsten Tagen machte er sich große Sorgen um seine neue Aufgabe und konnte sich nur schwer auf seine täglichen Pflichten konzentrieren Gemäß dem Rat der göttlichen Vorsehung begann er bald mit ausgiebigen medizinischen Studien unter oft schwierigen Bedingungen neben seinem täglichen Broterwerb Nach Abschluss dieser Studien widmete er sich ganz der Heilkunst und war bald bekannt als Diagnostiker und Heilpraktiker Er hatte immer noch eine geringe Hoffnung dass die Veröffentlichung der Bücher der Weisheit auf unbestimmte Zeit verschoben würde denn für die okkulten Wissenschaften begangen sehr schlechte Zeiten Aus Furcht vor Opposition und Aufdeckung ihrer eigenen dunklen Geschäfte verfolgten die Machthaber des Staates die Literaten und Anhänger der okkulten Wissenschaft mit grausamer Härte Logen und Gesellschaften der Metaphysik wurden aufgelöst viele ihrer Mitglieder wurden verfolgt verhaftet und hingerichtet auch Fra Barto eine in okkulten Kreisen nicht unbekannte Person hatte unter den heraufziehenden Verfolgung viel zu leiden leider war der von ihm übernommene physische Körper mit schwerem Karma belastet auch er wurde hineingezogen in den Strudel des sich steigernden höllischen Infernos mit hunderttausenden von Menschen teilte er ein schweres Schicksal mehrere Monate wurde er in einem Konzentrationslager eingekerkert da er sich weigerte den Machthabern seine magischen Kräfte zur Verfügung zu stellen wurde er den größten Erniedrigungen und grausigsten Folterungen ausgesetzt die er jedoch mit eiserner Standhaftigkeit über sich ergehen ließ sechs Jahre wütete der Krieg mit einer solchen Zerstörungsmacht wie sie die Weltgeschichte bisher selten erlebt hatte kurz vor Ende des Krieges wurde Frabatu zum Tode verurteilt doch bevor das Urteil vollstreckt werden konnte wurde das Konzentrationslager bombardiert Frabatu wurde von Mitgefangenen befreit und konnte fliehen schützend hatte die göttliche Vorsehung ihre Hand über sein Leben gehalten um alles beraubt von Krankheit gezeichnet aber frei von den Ketten des Kerkers kehrte er in seine Heimat zurück nachdem er sich gesundheitlich einigermaßen erholt hatte stellte er sich sofort seinen leidenden Mitmenschen mit seinen umfassenden medizinischen Kenntnissen zur Verfügung Später wurden ihm in besonderem Maße solche Patienten zugeführt die von der Schulmedizin als unheilbar aufgegeben worden waren und bei denen er im Rahmen des karmischen möglichen meistens noch eine Besserung oder Heilung erzielen konnte Wenn es manchmal für die Rettung der irdischen Hülle zu spät war konnte er doch oft noch durch eine psychische Therapie Trost spenden Seinen ungewöhnlichen Heiler erfolgen verdankte er es dass die Anzahl der Menschen die bei ihm Hilfe suchten immer größer wurde sodass er sich ausschließlich in den Dienst der leidenden Menschen stellte Als er eines Nachts erschöpft von den Anstrengungen des Tages seinem Körper einige Stunden Schlaf gönnen wollte wurde er von Urgaia mit seinem geistigen Namen gerufen Was mag das zu bedeuten haben dachte Frau Bato denn dies ist kein Datum für eine Versammlung Vielleicht will man mich an meine Aufgabe erinnern Ohne zu zögern trennte er sich geistig und seelisch von seinem physischen Leib schützte diesen vor dämonischen Einflüssen und erschien im nächsten Augenblick vor Urgaia Mit einer tiefen Verneigung begrüßte Frau Bato das Oberhaupt der Brüder des Lichts und dieser antwortete mit einer Geste des Segens Er war mit Urgaia alleine der mit unterschlagenen Beinen in einer Grotte auf einem kleinen Teppich saß Ein mattes Licht erhellte schwach die Umgebung Die Grotte befand sich am Rande eines Hochgebirges doch jedes Wesen im Kosmos würde sie vergeblich suchen denn Urgaia machte sich nur jenen sichtbar die er vor sich zu sehen wünschte Willkommen Frau Bato bitte setz dich zu mir sagte Urgaia und deutete auf einen bereit liegenden zweiten Teppich Frau Bato dankte und kam der Aufforderung nach Minutenlang verharrten beide im stillen Gebet zu Ehren der göttlichen Vorsehung so war Sitte bei den Brüdern des Lichts wenn sie zu irgendeiner Gelegenheit zusammen kamen dann richtete Orgaia seine lichtstrahlenden Augen auf Frau Bato und sagte Heute Heute ist keine offizielle Zusammenkunft sondern nur ein Treffen zwischen uns beiden Wie du weißt rufe ich normalerweise nur dann jemanden einzeln zu mir wenn ich eine Hilfe bei der Erfüllung von Aufgaben für notwendig halte oder gar eine Rüge erteilen muss Diese Gründe sind jedoch nicht die Ursache dafür dass ich dich gerufen habe sondern der Anlass ist ein anderer Für deine Standhaftigkeit und Treue besonders für die strenge Beachtung der karmischen Gesetze während der tragischen kriegerischen Auseinandersetzungen danke ich dir im Namen der göttlichen Vorsehung und der Bruderschaft des Lichts Die göttliche Vorsehung wacht über dich Ein Bruder des Lichts aus der Gruppe der Zwölf hat sich nach beendeter Mission als Individualität aufgelöst und ist ins Urlicht zurückgekehrt Sein Platz ist dadurch frei geworden und die göttliche Vorsehung hat mich beauftragt sie dir zu übertragen du du bist du bist in dem Rat der alten aufgenommen und hast von jetzt an so wie die anderen elf Brüder den höchsten Rang den ein Mensch in der Hierarchie der Eingeweihten erreichen kann allerdings übernimmst du hiermit auch alle Pflichten dem Licht gegenüber es gibt keinen Rückschritt mehr und es steht dir frei deine Individualität aufzugeben und dich ins Uhrlicht aufzulösen die göttliche Vorsehung hofft jedoch dass du auch weiterhin Aufgaben im Rahmen der kosmischen Entwicklung durchführen wirst ich freue mich dass du jetzt unwiderruflich mit der göttlichen Vorsehung verbunden bist und dass ich dir diese Nachricht überbringen durfte Ergriffenheit und Freude durchdrang Fra Bato bei diesen Worten Orgaias denn die Aufnahme in den Rat der Alten bedeutete für ihn die höchste aller Auszeichnungen erhabener Meister antwortete Fra Bato ich danke dir für diese Nachricht ich bin tief bewegt dass Gott mich für würdig befunden hat in den Rat der Alten aufgenommen zu werden es war immer eine Ehre für mich wenn ich meine Kräfte in den Dienst der göttlichen Vorsehung stellen durfte wobei dem Fortschritt der menschlichen Entwicklung stets mein besonderes Interesse galt Orgaias nickte wohlwollend und entgegnete mein lieber Bruder diese Worte hatte ich von dir erwartet von allen Brüdern gehörst du mit zu den Reifsten und ich freue mich dass du den Menschen weiterhin als Vorbild dienen wirst sicher erinnerst du dich noch an deinen Auftrag der Enthüllung der ersten fünf Blätter des Buches der Weisheit der Zeitpunkt ist nun gekommen wo dieser Auftrag in die Tat umgesetzt werden soll dies ist einer der Punkte dieser Zusammenkunft den ich dir besonders ans Herz legen möchte die stille Hoffnung Frau Barthus dass die göttliche Vorsehung aus irgendwelchen Gründen den Auftrag zurückziehen würde war erloschen es gab kein Ausweichen mehr die schwierige Aufgabe musste in Angriff genommen werden Orgaya bemerkte dass noch immer ein Widerstand gegen diese Aufgabe vorhanden war deshalb legte er ihm noch einmal die Gründe dar lieber Frau Barthus der verheerende letzte Weltkrieg und die laufenden anderen Kriege auf dem Erdplaneten haben in den vergangenen Jahren weitere Millionen Menschen in das Jenseits die Erdgürtelzone gebracht Unter diesen sind wiederum viele gewesen die während ihres Erdenlebens keine Möglichkeit hatten mit den wahren Gesetzen der Einwahn bekannt zu werden von ihnen wurde in den geistigen Welten ernsthaft Klage darüber geführt dass immer nur das Schicksal ihr Lehrmeister war weil der Weg zum freien Menschen geheim gehalten wurde Um diesen Anklagen endgültig ein Ende zu bereiten hatte ich die göttliche Vorsehung dazu ausersehen wahrheitsliebende und wahrheitssuchende Menschen durch entsprechende Literatur in die wahre geistige Wissenschaft einzuführen zwar werden dir die negativen Wesen weiterhin große Schwierigkeiten in den Weg legen doch vertraue darauf dass dir die göttliche Vorsehung für die Veröffentlichung dieser Mysterien immer die notwendige Hilfe zuteil werden lässt sei wissenschaftlich von dem Gedanken beseelt deine Mitmenschen den Weg zur wahren Vollkommenheit zu zeigen verehrter Meister wandte Frau Bartho ein wenn ich die Mysterien der Magie veröffentliche kann den Menschen meine wirkliche Individualität nicht verborgen bleiben viele derjenigen die meine Bücher lesen werden erkennen früher oder später dass ich zu einer anderen Entwicklungsstufe gehöre sie werden von mir Beweise meiner Kunst haben wollen sie werden zu mir kommen mit ihren materialen Angelegenheiten und von mir verlangen sie nach ihren Wünschen günstig zu gestalten zu gestalten du selbst erhabener Meister hast mir in der letzten vollversammlung auferlegt meine geistige reife mit allen mitteln zu verhüllen wie soll ich meine identität verbergen wenn ich die geheim mysterien offenbare anscheinend hatte Orgaya diese Frage erwartet denn er antwortete mit einem feinen lächeln mein lieber Bruder so weit mir bekannt ist bist du bis jetzt mit allen Wesen fertig geworden die dir im Laufe der Jahrtausende in unserem Kosmos begegnet sind aus diesem Grunde bin ich überzeugt dass dir genügend Mittel und Wege bekannt sind wie du dich zu verhalten hast und ich dir infolgedessen für Einzelheiten keine Ratschläge zu erteilen brauche durch die Veröffentlichung des magischen Weges ist es selbstverständlich dass man in dir einen eingeweihten vermutet und sehen wird was du den Lesern gegenüber auch nicht in Abrede zu stellen brauchst betrachte dies aber nicht als einen Bruch des Schweigens sondern als einen Teil deiner Mission Wem du wirklich helfen sollst den wird dir die göttliche Vorsehung zuschicken für neugierige und sensationslösterne menschen wirst du zweifellos die richtigen Worte finden den mit erkenntnismut begabten wirst du zeigen wie sie sich selbst heranbilden können um jeder situation ihres Schicksals gewachsen zu sein du sollst von deinen magischen Fähigkeiten nicht Gebrauch machen um Menschen zu überzeugen weil diejenigen die erst zum glauben überzeugt werden wollen für den Weg der Magie noch nicht reif sind solche Menschen sind unfähig durch eigene kraft die zügel ihres schicksals in die hand zu nehmen und müssen daher weiterhin das Schicksal zu ihrem Lehrer haben es werden aber auch ernste nach wahrheit strebende Menschen zu dir kommen die rat von dir erbitten werden diesen wirst du sicherlich deine geistige Hilfe nicht voren halten falls sie fragen zu ihrer geistigen Entwicklung haben lieber Frau Barthor selbst wenn gegenwärtig nur wenige Menschen auf der Erde schaffen sollten mit Fleiß Ausdauer und harter Arbeit an sich selbst die notwendige Reife für die Einwahlung zu erreichen so ist doch deine Mission vollkommen erfüllt die jenigen aber die anhand deiner Schriften nur ihr intellektuelles Wissen bereichern also in der jetzigen Inkarnation bei der bloßen Theorie bleiben denen wird in ihrer nächsten Inkarnation die Möglichkeit gegeben werden an sich selbst auch mit der praktischen Arbeit zu beginnen deine Schriften werden in der ganzen Welt Verbreitung finden mit der Zeit wird jeder Suche nach Wahrheit und Weisheit mit ihnen bekannt werden ohne ernsthafte Suche wird jedoch niemand die Früchte der Weisheit ernten können und die göttliche Vorsehung wird dafür sorgen dass vor allem diejenigen die reif genug für ihren Inhalt sind dann werden die Klagen der Entkörperten in der Erdgürtelzone verstummen weil sich niemand mehr darauf berufen kann dass ihm der Weg in die geistigen Welten nicht zugänglich war diese eindringlichen Worte Orgaias hatten Frau Bartho noch einmal die Notwendigkeit seiner Aufgabe deutlich gemacht erhabener Meister wandte er sich an Orgaiya Deine Ausführungen haben mich endgültig überzeugt und ich werde diese Aufgabe getreulich erfüllen möge die göttliche Vorsehung selbst die Mysterien schützen denn ich führe nur ihren Auftrag aus Orgaiya dankte Frau Bartho gab ihm noch einige Instruktionen bezüglich seiner Mission erteilte ihm seinen Segen und entließ ihn mit einer tiefen Verbeugung verabschiedete sich Frau Bartho vom Oberhaupt der Bruderschaft des Lichts und verschwand aus der Grotte in seinen physischen Körper zurückgekehrt machte er sich noch lange Gedanken über die Durchführung seiner Aufgabe deshalb war an Schlaf in dieser Nacht nicht mehr zu denken bald darauf begann er mit der Durchführung seiner Aufgabe getragen von seinem Vertrauen auf die Hilfe der göttlichen Vorsehung führte er seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen durch in volkstümlicher Ausdrucksweise niedergeschrieben fand die göttliche Weisheit den Weg in die Welt besonders jenen als ein Licht auf dem Sehnsucht nach wahrer Erkenntnis groß ist und die erkennen dass ihnen durch Fra Bato tatsächlich die Wege zur geistigen Vollkommenheit offenbart wurden Ende Danke fürs Zuhören